Eine Frau mittleren Alters bricht plötzlich zusammen und stirbt. Doch die Mediziner können die Todesursache nicht feststellen. Erst Monate später liefert eine weitere gerichtsmedizinische Untersuchung Beweise, dass die Frau ermordet wurde. Danner Point, Kalifornien. Rund 100 Kilometer südlich von Los Angeles. Ein Paradies für Menschen, die ein ruhiges Leben am Meer suchen. Es ist das Jahr 1988. Auch Janet und Richard Overton leben mit ihrem 17-jährigen Sohn Eric hier. Der 60 Jahre alte Richard ist ein erfolgreicher Berater im Computerbereich. Und unterrichtet nebenbei als Dozent. Die 46-jährige Janet ist Mitglied des örtlichen Schulrates. Sie war eine so nette Person. Sie lächelte immer und sagte nie etwas Negatives. Die Overtons wohnen in einer ruhigen Sackgasse. Ihre 19-jährige Ehe scheint ein Musterbeispiel dafür zu sein, dass sich Gegensätze anziehen. Während Janet offen auf Menschen zugeht, ist Richard eher ein verschlossener Typ. Er war immer Einzelgänger. Meines Wissens hat er die High School in nur drei Jahren absolviert und war Herausgeber einer der Universitätszeitungen. Wie gesagt, er war ein sehr gebildeter Mann. Janet engagiert sich sehr im Schulrat. Sie nimmt ihre Arbeit dort sehr ernst und ist zeitweise sogar dessen Vorsitzende. Doch an erster Stelle steht für sie ihr Sohn. Sie hatte viel Freude an ihm. Und ich weiß, es war eines ihrer Ziele, ihm bei seinem High School Abschluss das Diplom auf der Bühne persönlich zu überreichen. Am 24. Januar beladen Janet und ihr Sohn Eric den Wagen. Sie wollen den Tag mit Freunden auf einem Boot verbringen. Doch kurz bevor sie mit dem Packen fertig sind, bricht Janet zusammen. Eric alarmiert seinen Vater, der sofort einen Notarztwagen ruft. Beim Eintreffen der Sanitäter ist Janet bewusstlos. Als sie das Krankenhaus erreichen, ist sie tot. Die Autopsie liefert keine Hinweise auf die Todesursache. Sie fanden nichts, was sie als Todesursache hätten deuten können. Gar nichts. Doch Janets medizinische Unterlagen beinhalten Überraschendes. Aus dem Vorjahr sind insgesamt 60 Arzt- und Krankenhausbesucher aufgelistet. Die Verstorbene wurde im Jahr zuvor erstaunlich häufig untersucht. Ihr ging es sehr schlecht. Und deshalb hatte sie eine Reihe von Spezialkliniken aufgesucht. Gefunden wurde allerdings nichts. Sie hatte Schmerzen an verschiedenen Körperteilen. Und dann begann sich ihre Haut an mehreren Stellen zu entzünden. Janets Beschwerden reichen von Übelkeit über Hautreizungen bis zu Schmerzzuständen am ganzen Körper. Sie konnte nur noch sehr langsam gehen. Mit einem Stock als Hilfe und sah wirklich elend aus. Janets Tod ist ebenso rätselhaft wie all die vorhergehenden gesundheitlichen Probleme. Ihr Todesfall im Alter von 46 Jahren wird offiziell unter laufende Ermittlungen geführt. Das heißt mit anderen Worten, die Todesursache ist unbekannt. 6 Monate passiert nichts. Dann bekommt die Polizei einen Anruf von Dorothy Boyer, die früher mit Richard Overton verheiratet war. Dorothy hat von Janets Tod gehört und berichtet Interessantes aus Richards Vergangenheit. Sie behauptet, sich von ihm getrennt zu haben, da Richard ein Bigamist sei. Er habe damals neben ihrer Ehe noch eine weitere Frau mit Kindern gehabt. Er unterhielt zwei Haushalte und hinterging dabei zwei Frauen. Er hatte sein Leben lang Beziehungsprobleme. Das fing mit seiner ersten Ehe an und setzte sich bei seiner bigamistischen Ehe mit Carolyn Hutchinson und seiner dritten Frau Janet fort. Es gab hier ein eindeutiges Muster. Nach der Scheidung wird Dorothy neben dem Sorgerecht für ihre Kinder auch das gemeinsame Haus zugesprochen. Richard ist darüber sehr erbost. Wenig später leidet Dorothy ganz plötzlich unter Hautreizungen, Übelkeit und Schmerzen. Die gleichen Symptome wie bei Janet Overton. Einen Tag nach der Scheidung besucht Richard Dorothy, um Regelungen bezüglich der Kinder zu besprechen. Kurz nachdem er gegangen ist, bemerkt Dorothy einen ungewöhnlichen Geruch. Es ist die Milch. Beunruhigt bringt sie die Flüssigkeit für eine Untersuchung ins Polizeilabor. Die Wissenschaftler finden große Mengen Selen. In dieser Dosis giftig. Dorothy beschuldigt Richard, dass Selen bei seinem Besuch in die Milch gemischt zu haben. Als man ihn verhört, gesteht er. Dorothy verzichtet jedoch darauf, gerichtlich gegen ihren Ex-Mann vorzugehen. Er musste gestehen, ja, ich habe es getan. Man schickte ihn in eine Therapie zur Aggressionsbewältigung. Danach unternahm er einen zweiten Anschlag auf Dorothy, den er jedoch bestritt. Daraufhin stellte sie ihm ein Ultimatum. Wenn du mit mir oder irgendjemand in meiner Familie noch einmal so etwas versuchst, lasse ich dich in Handschälen abführen. Von da an ließ er sie in Ruhe. Als Lieutenant Carney diese Geschichte hört, will er Janet Overtons Leiche für eine erneute Autopsie exhumieren lassen. Doch es gibt ein Problem. Ihr Körper wurde eingeäschert. Und so bleibt dem Toxikologen Paul Cedric nur, Janets Blut- und Gewebeproben von der ersten Autopsie noch einmal zu untersuchen. Als er diese Proben auf Selen testet, ist das Ergebnis negativ. Ein Rückschlag. Doch dann enthüllen weitere Ermittlungen ein Geheimnis. Janet hatte ein langjähriges Verhältnis mit Bill Dawson, einem Kollegen aus dem Schulrat. Ihm gehört auch das Boot, mit dem sie an ihrem Todestag in See stechen wollte. Mr. Dawson war sehr offen und ehrlich. Er wusste, dass diese Enthüllung seiner Karriere schaden könnte. Dawson gibt zu Protokoll, dass er mit Janets Tod nichts zu tun hat. In Janets Haus entdeckt die Polizei 133 Computerdisketten und Dutzende von Tagebüchern. Alle sind von Richard Overton geschrieben, einige davon auf Russisch und Spanisch. Wenn man die Inhalte der Tagebücher und Disketten liest, erscheint die Beziehung zwischen Richard und Janet Overton in einem anderen Licht. Bei meinen Befragungen hieß es, es wäre eine liebevolle, gefestigte Beziehung gewesen. Aber das passt überhaupt nicht zu dem, was Richard in seinen Tagebüchern schrieb. Besonders interessant ist, was Lieutenant Carney in den Tagebüchern nicht findet. Ich schlug die Tagebuchseite vom 24. Januar auf, dem Tag, an dem Janet gestorben ist. Er hatte diesen Teil der Seite aus dem Tagebuch herausgeschnitten. Auch viele der Disketten enthalten Dokumente, aus denen Teile herausgelöscht worden sind. Sie werden zur Analyse an eine Firma geschickt, die sich auf Spurensicherung bei Computern spezialisiert hat. Wenn man am Computer Teile eines Dokumentes oder ganze Dateien entfernt, sind sie nicht sofort gelöscht. Der Platz wird zunächst auf der Festplatte als Speicher freigegeben. Solange dieser Speicherplatz nicht belegt wird, ist das Gelöschte noch vorhanden und kann von Computerspezialisten aufgespürt und zugänglich gemacht werden. Eine gelöschte Datei ist nicht verschwunden. Eine gelöschte Datei verliert nur in der Directory den Indikator, dass man auf diese Datei zugreifen kann. Dementsprechend kann man mit der entsprechenden Software, und die haben wir, die Möglichkeit eröffnen, auf diese Dateien wieder zuzugreifen. Die noch vorhandenen Informationen auf Richards Festplatte lassen erkennen, dass er von Janets Affäre mit Bill Dawson wusste und dass er wütend darüber war. Seine Aufzeichnungen enthüllen das ganze Ausmaß einer tief gestörten Beziehung. Etwa eine Woche vor ihrem Tod schrieb er, die Hassliebe zwischen mir und Janet ist in blanken Hass umgeschlagen. Ich werde mich bald darum kümmern. Einige Textstellen in den handgeschriebenen Tagebüchern sind mit Tippex geweist worden. Carney vermutet, dass der verdeckte Text wichtige Hinweise liefern kann und schickt die Tagebücher zur Analyse ins kriminaltechnische Labor. Der Dokumentenexperte brachte uns das Tagebuch und wollte wissen, ob wir irgendeine Lichtquelle hätten, mit der man die Informationen unter der Korrekturflüssigkeit lesbar machen könnte. Black benutzt einen Laser, dessen Einsatz 1988 noch neu und unerprobt war. Das Verfahren war einfach. Wir strahlten mit dem Laser die Rückseite des Papiers an, um die Schrift unter der Korrekturflüssigkeit zum Leuchten zu bringen. Die Methode funktioniert. Einige der versteckten Eintragungen bestätigen, wie schwer die Ehe der Overtons mit Problemen belastet war. Er hatte ihre Streitigkeiten dokumentiert und was sie zu ihm über ihre nicht funktionierende Beziehung gesagt hatte. Die Ehe der Overtons brach im Laufe der Zeit immer mehr auseinander. Und irgendwann wurde es dann so schlimm, dass Richard und Janet überhaupt keinen Kontakt mehr hatten. Sie schliefen in getrennten Schlafzimmern und aßen auch getrennt. Janet wollte sofort nach Erics Highschool-Abschluss ausziehen. Das vertraute sie einigen ihrer Freunde an. Und Richard wusste das. Die Tagebücher waren wichtig, weil sie ein Motiv erkennen ließen. Wir sahen, was sich zwischen Janet und Richard von Tag zu Tag abspielte. Alles wurde in diesen Tagebüchern aufgeführt. Und wenn ich sage alles, meine ich auch alles. Nur eines verraten die Tagebücher nicht. Hat Richard irgendetwas mit Janets Tod zu tun? Und wenn ja, was? Gerichtsmediziner haben nach Janet Overtons mysteriösem Tod ihre Gewebeproben auf eine Überdosis Selen untersucht. Das Ergebnis ist negativ, trotz eines naheliegenden Verdachts. Ehemann Richard Overton hatte nämlich Jahre zuvor gestanden, seiner damaligen Frau Dorothy Selen in ein Getränk gemischt zu haben, da er sich über die Umstände ihrer Scheidung geärgert habe. Dorothy hat damals auf weitere Untersuchungen verzichtet. Doch das Geständnis veranlasst die Ermittler, Janets Gewebeproben ein weiteres Mal untersuchen zu lassen. Und tatsächlich kommt dem Toxikologen ein merkwürdiger Geruch nach bitteren Mandeln entgegen. Innerhalb von Sekunden stieg mir der Geruch von Cyanid in die Nase. Ich war etwa 60 bis 90 Zentimeter entfernt und es gab keinen Zweifel, das war Cyanid und zwar in großen Mengen. Cyanid, auch als Cyan-Kali bekannt, ist hochgiftig. Es am Geruch erkennen zu können, ist eine besondere Fähigkeit, die nichts mit dem Fachwissen des Experten zu tun hat. Die aus dem Cyan-Kali freigesetzten Blausäure können nur wenige Personen riechen. Ich gehe von etwa 20 Prozent der Hiesienbevölkerung aus. Manche meinen 50 Prozent ist jedenfalls nur ein Teil der Bevölkerung, die es riechen kann, ist offensichtlich genetisch bedingt. Geruch allein reicht als Beweis aber nicht aus. Wenn ich dann im Verdacht, dass Blausäure in der Probe enthalten ist, habe, dann nimmt man beispielsweise einen Teststreifen und kann dort an der Blaufärbung bekommen einen zweiten Hinweis, dass eine Cyanidvergiftung oder eine Cyanid in der Probe vorhanden ist. Und um zu wissen, ob eine Vergiftung vorliegt, muss man ein quantitatives Verfahren durchführen, denn das wird dann am Blut und am Gehirn durchgeführt. Und so geht auch der Toxikologe Paul Settwick vor. Er vermischt eine Probe von Janets Mageninhalt mit Wasser und Natriumhydroxid. Zu dieser Mischung gibt er etwas Eisensulfat und bringt das Ganze zum Kochen. Wenn Janet mit Cyanid vergiftet worden ist, müsste sich die Mischung blau färben. Das Ergebnis ist positiv. Und da das Cyanid aus Janets Magen stammt, kann sie es nur kurz vor ihrem Tod zu sich genommen haben. Doch die Toxikologen stoßen auf mehr. Auch in Janets Hirngewebe sind Spuren von Cyanid. Ein Hinweis darauf, dass sie das Gift schon früher mehrfach geschluckt haben muss. Und Spuren von Cyanid werden auch in einigen der pflanzlichen Medikamente gefunden, die Janet eingenommen hat. Settwick muss nun herausfinden, ob das Cyanid von den Medikamenten stammen könnte und testet deren einzelne Substanzen. Ich habe sie zermahlen und ich habe frische Unzermahlene genommen. Ich habe sie in ein Röhrchen gesteckt, leicht gesäuert und dadurch den Mageninhalt simuliert. Ich habe versucht, sie in der Säure zu zerstampfen und sie auf jede erdenkliche Art zu mischen, um zu sehen, ob irgendeine Spur von Cyanid vorhanden wäre oder aus dieser Zusammensetzung entstehen könnte. Und dann habe ich daran gerochen und die Proben auf ihre chemischen Bestandteile untersucht, aber ich fand ihn keiner der Zutaten Cyanid. Cyanid kann sich auch von selbst in den von Toten entnommenen Blutproben bilden. In nach dem Tod entnommenen Blutproben können messbare Mengen von Cyanid entstehen, aber nur in außerordentlich geringen Mengen. Also muss nun geklärt werden, ob das Cyanid durch Lagerung entstanden sein kann. Scotland Yard wird um Hilfe gebeten. Ich rief Scotland Yard an, weil sie dort mit mehr Giftfällen zu tun haben, als wir hier in den Staaten. Ich rief also dort an und fragte nach einem Experten, der sich mit Cyanid auskennt und sich darauf spezialisiert hat. Daraufhin wurde ich an Brian Ballantyne verwiesen, einen der führenden Cyanidexperten weltweit. Sieben Monate nach Janets Tod wurden in ihrer Blutprobe zwei Mikrogramm Cyanid pro 100 Milliliter Blut festgestellt. Dieser Wert deckt sich mit den Mengen, die in anderen Fällen von Cyanidvergiftung festgestellt wurden. Dr. Ballantyne untersucht die Lagerbedingungen des Labors, in dem Janets Gewebeproben aufbewahrt wurden. Rechenrisch bestimmt er die Geschwindigkeit, mit der sich das Cyanid dort abbaut und verflüchtigt. Nach Abschluss seiner Tests steht fest, dass die noch vorhandene Cyanidmenge nicht natürlichen Ursprungs sein kann. Es handelt sich hier um den Tod durch akute Cyanidvergiftung. Da Cyanid schnell wirkt, muss es Janet kurz vor ihrem Tod verabreicht worden sein. Ihr Liebhaber Bill Dawson kann nicht der Mörder sein, da er für den Zeitpunkt des Todes ein Alibi hat. Er war auf seinem Boot. Einziger Verdächtiger bleibt Richard Overton. Doch woher hatte er das Cyanid? Die Ermittler können diese Frage schnell klären. Ein Freund von Richard besitzt eine Gold- und Silbermine. In dessen Haus ist ein Labor, in dem sich Cyanid befindet. Beim Bergbau wird Cyanid benutzt, um wertvolles Metall aus dem Rohgestein zu lösen. Während dieser Mann in seiner Mine war, kümmerte sich Richard regelmäßig um das Haus, schaute nach der Post, fütterte die Tiere und ähnliches. Die Staatsanwaltschaft kann nun beweisen, dass Richard nicht nur Zugang zur Mordwaffe hatte, sondern auch die Gelegenheit und ein Motiv. Drei Jahre nach Janets Tod wird Richard Overton verhaftet und des Mordes an seiner Frau angeklagt. Er beteuert seine Unschuld. Es gibt einen berühmten und weisen Spruch, der besagt, du wirst die Wahrheit erfahren und die Wahrheit macht dich frei. Die Wahrheit ist, ich bin unschuldig. Es ist eine Sache zu sagen, wir haben die Todesursache und die heißt Cyanid, aber es ist etwas völlig anderes, das den Geschworenen zu beweisen. Und das war unsere Aufgabe, die zwölf Geschworenen vor Gericht zu überzeugen. Richard Overton war nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft eifersüchtig auf seine Frau, die durch ihre Arbeit im Schulrat bekannt und beliebt war. Als Richard dann erfährt, dass Janet eine Affäre hat, ist er schwer getroffen. Nach einem Arbeitstag sollte es in einer Ehe, egal ob sie nun lang oder kurz ist, etwas geben, worauf man sich zu Hause freut. In Jannets Fall gab es nichts, worauf sie sich zu Hause freuen konnte. Als Richard herausfindet, dass Janet sich scheiden lassen will, wird er wütend und sinnt nach Rache. Es tritt die gleiche Situation ein, wie mit seiner früheren Frau Dorothy. Die macht vor Gericht als Zeugin der Anklage eine Aussage zu dem früheren Giftanschlag. Richard Overton sagt zu seiner eigenen Verteidigung aus. Er konnte diesen Giftanschlag auf Dorothy Boyer nicht logisch erklären und sagte, er hätte einen dummen Scherz machen wollen. Ich glaube, das war wirklich übel, so etwas zu sagen. Und natürlich hatten die Geschworenen dafür kein Verständnis. Die gerichtsmedizinischen Beweise gegen Overton sind erdrückend. Zum einen gibt es die toxikologischen Untersuchungen, die eine Zyanidvergiftung beweisen. Zum anderen gibt es die Indizien in Overtons Tagebüchern. Sie machen deutlich, in welchem Gemütszustand er sich zum Zeitpunkt von Jannets Tod befand. Vermutlich hat Richard ihr morgens einen richtigen Giftcocktail in den Orangensaft gemischt. Als sie den getrunken hatte, wollte sie mit ihrem Sohn Eric Wale beobachten gehen. Sie kam nur bis zur Einfahrt. Er war sehr clever und wäre fast damit durchgekommen. Sieben Jahre nach Jannets Tod wird Richard Overton des Mordes für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Haft ohne Bewährung verurteilt. Richard Overton ließ dann seine Maske fallen. Er hielt sich für so intelligent, für so überlegen, dass er den Ermittlern nichts zutraute. Er bemerkte seinen Irrtum erst, als es schon zu spät war. Ich war sehr erleichtert, dass die Gerechtigkeit am Ende gesiegt hat. Das klar wurde, dass er es getan hat und dafür büßen musste. Und ich war immer noch traurig, dass sie nicht mehr da ist und unter diesen Umständen sterben musste. Overtons Ex-Frau Dorothy Boyer stirbt 1999 an Lymphdrüsenkrebs. Vielleicht hatte dies mit der über Jahre andauernden Vergiftung durch Selen zu tun. Das kann die Wissenschaft oder der derzeitige Stand der Technik jedoch nicht zweifelsfrei beweisen. Durch unseren Job werden Verdächtige entlastet oder belastet. Beides ist okay. Aber zugegeben, einen Mörder zu finden, zu überführen und aus dem Verkehr zu ziehen, das ist schon eine besondere Genugturm. Ein Entführer erlaubt seinem Opfer, in einem Brief an die Familie sein Testament aufzusetzen und quält dann die Eltern mit Anrufen. Haben Sie den Brief heute bekommen? Ja. Gut, dann wissen Sie ja, dass dieser Anruf keine Chance ist. Eine Fangschaltung hilft nicht weiter. Doch der letzte Wille des Opfers liefert den Wissenschaftlern den entscheidenden Hinweis. Die 17-jährige Sherry Smith hat gerade die Schule abgeschlossen. In zwei Tagen soll sie bei ihrer Abschlussfeier an der Lexington High School die Nationalhymne singen. Danach will sie mit ihren Klassenkameraden auf eine Segeltour gehen. Sie war der Mittelpunkt unserer Familie und immer gut gelaunt. Am 31. Mai 1985 kommt Sherry nachmittags von Freunden zurück. Sie hält am Briefkasten, der etwa 250 Meter vom Haus entfernt ist. Ihr Vater, der zu Hause in seinem Büro arbeitet, sieht sie dort ankommen. Nach fünf oder zehn Minuten wurde mir plötzlich bewusst, dass Sherry noch nicht ins Haus gekommen war. Ich hatte das Gefühl, dass da etwas nicht stimmt. Ich lief durchs Haus, ging in die Garage und fuhr mit dem Auto zum Briefkasten. Bob Smith findet den Wagen seiner Tochter mit offener Tür, der Motor läuft und auf dem Sitz liegt Sherrys Handtasche. Ich sah Fußabdrücke zum Briefkasten hin, aber keine, die zurückführten. Er sagte, Liebling, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber Sherrys Auto steht am Ende der Einfahrt mit laufendem Motor und sie ist nicht da. Ich weiß noch, wie ich sagte, oh mein Gott, nicht meine Sherry. Voller Panik ruft das Ehepaar beim Sheriff von Lexington County an. In der Nähe des Briefkastens lag Post auf dem Boden. Vermutlich war sie aus dem Auto gestiegen, um die Post zu holen und wurde genau in diesem Moment entführt. Der Sheriff von Lexington County, Jim Metz, organisiert sofort die größte Suchaktion in der Geschichte South Carolinas. Wir wussten nicht, ob Sherry ihren Entführer kannte oder nicht. Wir hatten jedenfalls keinen Grund anzunehmen, dass sie weggelaufen oder einfach alleine weggegangen war. Wer auch immer unsere Tochter Sherry gefangen hält, wir wollen sie zurückhaben. Wir vermissen sie, wir lieben sie und bitte schicken sie sie nach Hause zurück, wo sie hingehört. Den Eltern bleibt nichts als zu warten. Die Familie Smith war in unserer Gemeinde sehr beliebt und es gab keinen Grund für die Entführung, außer vielleicht Erpressung von Lösegeld. Wir erwarteten also, dass der oder die Täter mit der Familie Kontakt aufnehmen würden. Die Vermutung des Sheriffs bestätigt sich. Zwei Tage nach Sherrys Entführung erhalten die Smiths einen Anruf. Ein Mann mit verzerrt klingender Stimme will mit Frau Smiths sprechen. Als Beweis, dass es sich nicht um einen Scherz handelt, beschreibt er den schwarz-gelben Badeanzug, den Sherry unter ihrer Kleidung trägt. Er sagte, er würde sie freilassen. Er sagte, es gehe ihr gut. Sie würden fernsehen, sie esse ein wenig und dass er ihr viel Wasser gebe und es ihr sehr gut gehe. Der Entführer stellt keine Lösegeldforderung, kündigt den Smith für den nächsten Morgen aber einen Brief an. Ich dachte, das ist einer, der Erfahrungen mit solchen Verbrechen hat. Wahrscheinlich ist er nicht das erste Mal in ein Sexualverbrechen verwickelt und hat das Ganze schon länger geplant. FBI-Agent Walker sieht in dem Brief die beste Chance, Sherry zu finden. Wir weckten am Wochenende den Postchef in Lexington, fuhren zum Postamt und sahen alle Briefe durch. In Plastikhandschuhen durchsuchten wir die Post, bis wir den Brief fanden, der an uns adressiert war. In dem Umschlag sind zwei von Sherry geschriebene Seiten. Auf der ersten steht, letzter Wille und Testament. Ich fühlte mich völlig hilflos, aber Hoffnung hatte ich noch. Gehofft habe ich bis zum Schluss, aber ich war absolut hilflos. Die Worte letzter Wille und Testament machten mich fertig. Ich wusste nicht, was ich tun oder sagen sollte. Und dann das Allerschlimmste, ich musste den Brief meiner Frau zeigen. Bitte lasst euch durch das hier nicht euer Leben zerstören, steht in Sherrys Brief. Lebt einfach weiter, Tag für Tag, für Jesus. Irgendetwas Gutes wird dabei herauskommen. Meine Gedanken werden immer bei und in euch sein. In Klammern stehen die Worte, Sarg geschlossen. Dass der Täter sein Opfer noch ein Testament schreiben ließ, ist besonders grausam. Denn es ist eine ganz bewusste Art von psychischer Folter. Dem Täter kommt es aus psychologischer Sicht ausschließlich darauf an, dem Opfer höchstmögliche Qual zuzufügen. Wenn das Opfer sein eigenes Testament aufsetzen muss, dann wird es in ein Horrorszenario geschleudert. Und der Täter erweckt in dem Opfer den Eindruck, als sei es derjenige, der jetzt unmittelbar mit verbundenen Augen vor einem Erschießungskommando steht und seine letzten Worte formulieren darf. Und die Qualen, die das Opfer in diesen Situationen erleidet, sind genau der Kick, der Thrill, den der Täter anstrebt. Den er braucht, um seine seelische und vielleicht auch körperliche Befriedigung zu bekommen. Sheriff Metz schickt den Brief sofort an das rechtsmedizinische Labor von South Carolina. Dort wird er von dem Schriftstückexperten Mickey Dawson untersucht. Ich schaute mir die Schrift an und versuchte herauszufinden, ob es auf dem Papier irgendwelche Spuren gab. Nach dem Eintreffen des Briefs ruft der Entführer die Smith noch einmal an. Haben Sie heute die Post bekommen? Ja, das habe ich. Glauben Sie mir jetzt? Ich weiß nicht, ob ich Ihnen glauben kann, weil ich noch nicht mit Sherry gesprochen habe. Und ich muss wissen, ob es Sherry gut geht. Das werden Sie in zwei oder drei Tagen erfahren. Warum in zwei oder drei Tagen? Blasen Sie die Suche ab. Wenn ein Täter seine Stimme durch den Einsatz eines Störgerätes verzerrt, geschieht dies in aller Regel deshalb, um die eigene Identität zu schützen bzw. zu verschleiern. Das ist klar. Wenn wir aber diesen Fall ganzheitlich betrachten, ergibt sich ein weiterer Aspekt, der unbedingt Beachtung verdient. Nämlich, es könnte doch sein, dass der Täter das entführte Mädchen gekannt hat und unter Umständen auch näheren Kontakt gefunden hat zu den Eltern. Insofern wäre der Einsatz dieses Störgerätes nicht nur geboten, sondern zwingend erforderlich. Und wenn sich diese Hypothese bewahrheitet, hätte man einen wertvollen Ermittlungsansatz, der durchaus in den Dunstkreis des Täters führen kann. Am selben Abend ruft er nochmals an und betont, dass Sherry am Leben ist und deutet ihre baldige Freilassung an. Ich will Ihnen noch eins sagen. Sherry ist jetzt ein Teil von mir. Körperlich, geistig, gefühlsmäßig, seelisch. Unsere Seelen sind jetzt eins. Der Anruf kommt aus einer öffentlichen Telefonzelle bei einer Drogerie im Zentrum von Lexington. Aber die Polizei braucht 15 Minuten, um das Gespräch zurückzuverfolgen und an den Ort des Anrufs zu gelangen. Der Entführer ist zu kurz am Telefon, um ihn schnappen zu können. Fünf Tage nach der Entführung ruft der Kidnapper erneut an und spricht sowohl mit Mutter Hilda als auch mit Sherrys 21-jähriger Schwester Dawn. Okay, um 4.58 Uhr morgens. Äh, nein, tut mir leid. Einen Moment. Samstagmorgen um 3.10 Uhr. Am 1. Juni hat sie das geschrieben, was sie bekommen haben. 4.58 Uhr morgens. Samstag, den 1. Juni. Okay, Samstag, 1. Juni, 4.58 Uhr. Am nächsten Tag ruft er noch einmal an. Hallo? Hören Sie gut zu. Fahren Sie den Highway 378 nach Westen bis zum Kreisverkehr. Nehmen Sie die Ausfahrt Prosperity. 2,5 Kilometer weiter biegen Sie am Schild Moose Lodge 103 rechts ab. Fahren Sie knapp 500 Meter weiter. Am weißen Holzhaus biegen Sie links ab. Gehen Sie in den Garten. 2 Meter weiter, dort warten wir. Gott hat uns ausgewählt. Ich flehte die Polizei an, lassen Sie mich mitgehen. Lassen Sie mich mit Ihnen gehen, um Sherry zu finden. Doch die Ermittler bleiben hart und gehen allein. Im Garten des Holzhauses finden Sie Sherrys Leiche. Sie trägt das gelbe Topf und die weißen Shorts, in denen sie zuletzt gesehen worden ist. Die 17-jährige Sherry Smith ist entführt und ermordet worden. Ihre Leiche ist im Garten eines abgelegenen Holzhauses gefunden worden. Der Täter hat der Familie telefonisch den Weg zu diesem Ort beschrieben. Die Autopsie ergibt, dass Sherry schon seit einigen Tagen tot ist. Wenn der Täter die Ermittler an den Ort führt, wo er die Leiche abgelegt hat, ist das ein sehr ungewöhnliches Verhalten, weil der Täter ein Beweismittel an die Polizei gibt, das sehr wertvoll ist. Aus psychologischer Sicht muss man sagen, dass der Täter hierdurch zwei Botschaften formuliert. Zum einen, ich will endlich ernst genommen werden. Möglicherweise hat er im Zuge der Ermittlungen und auch im Gespräch mit den Eltern den Eindruck gewonnen, die nehmen mich nicht ernst und es passiert genau das, was in seinem bisherigen Leben immer passiert ist, dass man ihn nicht ernst nimmt. Und zum Zweiten könnte dies der Auftakt zu einem perfiden Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei sein. Die Ermittler glauben, dass Sherry am 1. Juni morgens um 4.58 Uhr getötet wurde. Zwei Stunden, nachdem sie den Brief geschrieben hatte. Das ist die Zeit, die der Entführer in einem Telefonat versehentlich nannte, sich dann aber korrigierte. Stimmt diese Annahme, dann hat Sherry nach ihrer Entführung nur noch zwölf Stunden gelebt. Ich werde nie die von ihr geschriebenen Worte Sarg geschlossen vergessen. Können Sie sich vorstellen, was ihr durch den Kopf gegangen sein muss? Zu diesem Zeitpunkt war ihr klar, dass sie sterben würde und der Sarg geschlossen werden müsste. FBI-Agent Walker glaubt, dass der Killer Zeit schinden wollte, während die Leiche schon im Freien lag. Er wollte die Chancen der Ermittler verringern, wichtige forensische Spuren zu finden. Die Rechtsmediziner entdecken Überreste von Klebeband in Sherrys Gesicht, was auf einen Tod durch Ersticken hindeuten könnte. Ihre Haare waren bedeutend kürzer. Er hatte das Klebeband aus ihren Haaren geschnitten, um nichts davon zurückzulassen. Das sagte mir, er muss einige Erfahrung haben, oder zumindest kriminelles Geschick. Anhand der Vorgehensweise von Tätern, die ähnliche Verbrechen begangen haben, erstellt das FBI ein Täterprofil. Das Profil, das wir von ihm entwickelten, beschrieb einen weißen Mann, der eine gescheiterte Ehe hinter sich hatte und jetzt vermutlich ledig war. Mitte bis Ende 20 oder Anfang 30, mit Vorstrafen wegen Sexualdelikten. Von FBI-Experten für die Analyse von Tonsignalen erfahren die Ermittler, dass der Entführer seine Stimme mithilfe eines sogenannten variablen Umlaufreglers verzerrt hat. Wir nahmen an, dass er sich durch seine Arbeit oder eine technische Ausbildung mit Elektronik auskannte. Der Mörder hat wahrscheinlich alles genau geplant und aus seinen Aufzeichnungen abgelesen. Deutlich wurde das, als er sich wegen des Zeitpunkts von Sherrys Brief korrigierte. Okay, um 4.58 Uhr morgens. Nein, tut mir leid, einen Moment. Der letzte Schlag für die Familie ist der Anruf des Mörders am Abend von Sherrys Beerdigung. Es ist ein R-Gespräch. Er wollte uns sagen, wie er Sherry getötet hatte und er fragte, kommen Sie damit klar? Wer würde damit klarkommen? Aber wir hatten keine Wahl. Wir mussten die Verbindung irgendwie aufrechterhalten, um herauszufinden, wo er war. Dass der Täter den Eltern Details über die Ermordung des eigenen Kindes mitteilt, ist höchst ungewöhnlich. Für den Täter stellt es aber die Möglichkeit dar, seine perversen Bedürfnisse auf unmittelbare Art und Weise zu befriedigen. Dieser zwischenmenschliche Kontakt, dieses Ohr an Ohr, Stimme an Stimme, ist genau das, was der Täter anstrebt. Der Kick, der Thrill, sich eines Menschen auf eine Art und Weise zu bemächtigen, gegen die er letztendlich hilflos ist. Das ist der Kick. Darum geht es. Einige Wochen später ruft der Mörder wieder an. Dieses Mal will er aber nicht über Sherry sprechen. Haben Sie von Deborah May Helmick gehört? Äh, nein. Die 10-Jährige. H-E-L-M-I-C-K. Äh, aus Richland County? Ja, okay. Dann hören Sie gut zu. Wenn der Täter ernstzunehmende Hinweise auf eine weitere Entführung und drohende Ermordung eines Opfers gibt, dann kann dies natürlich auch ein Hinweis an die Polizei sein, beziehungsweise der Auftakt für ein perfides Spiel, das er gerne mit der Polizei treiben möchte. Er als derjenige, der die Spielregeln bestimmt. Er ist der Regisseur und die Polizisten sind die Komparsen. Das ist genau das, was er anstrebt, dieses Hochgefühl, diese Machtposition, die er sich einverleiben möchte. Zwei Wochen nach Sherry Smith wird Deborah May Helmick entführt. Vor dem Wochenendhaus ihrer Eltern in Richland County, knapp 40 Kilometer vom Wohnort der Smith, entfernt. Ein Nachbar sieht, wie sich ein Wagen nähert. Jemand steigt aus, schnappt sich Deborah und fährt schnell davon. Genau wie Sherry ist Deborah ein hübsches, blondes Mädchen mit blauen Augen. Aber sie ist noch ein Kind. Fahren Sie rechts in den letzten Zeltweg, vor dem Stoppschild Two Knots Road. Passieren Sie die Absperrung und die Schilder Zutritt verboten. Gehen Sie 50 Meter weiter, dann etwa 10 Meter nach links. Deborah May wartet dort. Gott vergiebe uns allen. Ich dachte, das ist der selbe Täter. Jetzt ist klar, ein Serienmörder geht um. Ausgehend von ihren kriminalistischen Recherchen glauben die Ermittler, dass der Mörder noch mehr zwanghaftes Verhalten an den Tag legt. Er wird Gewicht verlieren, stark trinken, sich nur unregelmäßig rasieren und das Bedürfnis haben, über den Mord zu sprechen. In der Gerichtsmedizin von South Carolina untersuchen die Wissenschaftler weiterhin Sherrys Testament. Es ist auf liniertem Papier eines Notizblocks geschrieben. Der Dokumentenexperte Mickey Dawson hofft mit Hilfe eines elektrostatischen Spürgerätes, eventuell verborgene Bilder, Worte oder Abdrücke von einer vorherigen Seite des Blocks sichtbar machen zu können. Als ich den Brief erhielt, nahm ich ihn mit ins Labor und öffnete ihn auf sterilem Papier. Ich trug Handschuhe und nahm die Seiten auseinander, schaute mir jede Seite an, machte die übliche Voruntersuchung und dann wurde jede Seite einzeln in eine befeuchtete Schachtel gelegt. Durch die erhöhte Feuchtigkeit des Papiers soll die Leitfähigkeit verbessert werden. Das Dokument wird dann auf eine Messingplatte gelegt und ein Magnetfeld wird aktiviert. Anschließend wird mit einem Pinsel eine Substanz aufgetragen, die dem Pulver für Fingerabdrücke sehr ähnlich ist. Durch eine Kombination von all dem werden unsichtbare Dinge sichtbar. Dawson findet tatsächlich etwas auf dem Papier. Darauf standen offene Rechnungen und eine Liste mit Namen und Telefonnummern, die jemand im Notfall anrufen sollte. Dawson kann einen Teil einer Nummer erkennen. Die ersten drei Zahlen, 205, sind die Vorwahl von Alabama. Die nächsten drei, 837, die Nummer für Hans Will. Aber von den letzten vier Ziffern der kompletten Telefonnummer sind nur drei zu erkennen. Sie probierten an der fehlenden letzten Stelle einfach alle neun Ziffern durch und fanden eine Nummer, die existierte. Ich rief diesen Mann in Alabama an und fragte, haben Sie Verwandte in South Carolina? Er sagte, ja, Mutter und Vater. Der Vater dieses Mannes ist der 50-jährige Elektriker Alice Shepard. Er lebt nur 24 Kilometer von Sherry Smith Wohnort entfernt. Telefonaufzeichnungen belegen, dass einige Anrufe aus dem Haus von Shepard gekommen sind. Die Polizei verhört ihn. Ich hatte keine Angst, aber es war natürlich ein Schock, dass sie mit mir sprechen wollten. Shepard hat keine Ahnung, warum die Telefonnummer seines Sohnes auf Sherrys letztem Willen gefunden wurde. Er sagt, er hätte zur Zeit von Sherrys Entführung mit seiner Frau Urlaub gemacht. Ein Alibi, das sich als stichhaltig erweist. Die Polizei spielt ihm eine Aufnahme mit der Stimme des Mörders vor. Ich sagte, verdammter Dreckskerl. Sie fragten, was? Und ich sagte, das ist Larry Jean Bell. Sie waren ganz aufgeregt, weil sie wussten, dass sie jetzt den richtigen hatten. Larry Jean Bell arbeitet für Shepard und verlegt mit ihm zusammen elektrische Leitungen. Während des sechswöchigen Urlaubs der Shepards hat Bell auf ihr Haus aufgepasst. Ich schrieb Bell eine Menge Telefonnummern auf, die er vielleicht brauchen könnte, während wir wegfahren. Shepard gibt die Seiten mit seinen Notizen den Ermittlern. Die Originale werden über Sherrys letzten Willen gelegt. Deren Abdrücke sind identisch mit denen, die sich auf Sherrys Brief befinden. Damit ist bewiesen, dass Sherry das Blatt direkt darunter benutzt hat. Die Shepards sagen aus, Bell habe sie vom Flughafen abgeholt und dabei von nichts anderem gesprochen, als von der Entführung und dem Mord an Sherry Smith. Bell habe an Gewicht verloren, sei unrasiert gewesen und habe einen sehr erregten Eindruck gemacht. Dies ist ein Polizeivideo, das im Haus der Shepards aufgenommen wurde. Die Ermittler finden im Badezimmer sechs blonde Haare, die Sherrys Haaren ähneln. Die Briefmarke mit einer Ente, die auf Sherrys Brief klebte, passt zu einem Briefmarkenbogen in Alice Shepards Schreibtischschublade. Am nächsten Morgen wird Larry Gene Bell verhaftet. Er schien schockiert, dass die Polizei ihn ausfindig gemacht hatte. Wie vom FBI vermutet, hat Bell tatsächlich schon mehrere Sexualdelikte begangen. Er war wegen obszöner Anrufe in Schwierigkeiten geraten und einmal hatte er versucht, eine Mitstudentin von der Universität South Carolina zu entführen. Bei der Befragung bestreitet Bell jede Beteiligung an den beiden Morden. Das Einzige, was er immer sagte, war, dieser Larry Gene Bell hat es nicht getan. Es war der böse Larry Gene Bell. Im Januar 1986 kommt Larry Gene Bell wegen Mordes an Sherry Smith vor Gericht. Die Geschworenen brauchen nur 47 Minuten, um zu einem Urteil zu kommen. Es lautet, schuldig der Entführung und des Mordes. Larry Gene Bell wird zum Tod auf dem elektrischen Stuhl verurteilt. Wegen der Entführung und Ermordung von Deborah Helmick wird er ein zweites Mal vor Gericht gestellt. Die Geschworenen dort kommen zum gleichen Urteil. Zehn Jahre nach seiner Verurteilung ist Larry Gene Bell der letzte Straftäter, der im US-Staat South Carolina auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wird. 18 Jahre lang entzieht sich ein mehrfacher Mörder dem Zugriff des FBI. Er wird wegen Mordes an seiner ganzen Familie gesucht. Er wird wegen Mordes an der Stuhl hingerichtet. Erst die Kunst und die forensische Wissenschaft führen die Ermittler auf die verwischte Spur des Täters. Die Familie List lebt in diesem Haus in der ruhig gelegenen Stadt Westfield im Bundesstaat New Jersey. Der 46-jährige John List ist Buchhalter und seit fast 20 Jahren mit seiner Frau Helen verheiratet. Sie haben drei Kinder. Die 16-jährige Patricia, den 15-jährigen John und den 13-jährigen Freddy. John Lists Mutter Alma lebt mit der Familie und hat eine eigene Wohnung in der dritten Etage des Hauses. Die Kinder der Lists besuchen alle noch die Schule. John List ist sehr gläubig und unterrichtet in der Sonntagsschule. Im Herbst 1971 steht das Haus der Lists leer. Die Familie ist auf Krankenbesuch bei einem Verwandten. Doch als die Nachbarn auch einen Monat später immer noch kein Lebenszeichen bemerken, alarmieren sie die Polizei. Sie hatten das Gefühl, dass etwas nicht stimmt und baten uns, das Haus zu überprüfen. Die Polizei steigt durch ein offenes Fenster in das Haus ein. Es ist kalt und wirkt unbewohnt, doch es ist Musik zu hören. Es klang wie Trauermusik und brachte die Polizisten ziemlich durcheinander. Die Beamten nehmen sofort den Geruch von verwestem Fleisch wahr. In der großen Diele des Hauses entdecken sie den Grund. Vier Leichen liegen auf blutgetränkten Schlafsäcken ordentlich nebeneinander aufgereiht. Es sind Helen List und ihre drei Kinder. Alle sind aus nächster Nähe erschossen worden. Eine Blutspur auf dem Boden verrät, dass die Opfer vermutlich in der Küche erschossen wurden und erst anschließend in die Diele gebracht wurden. In der Küche findet die Polizei blutgetränkte Papiertücher und einen blutbefleckten Scheuerlappen. Der Täter hat das Haus nach den Morden gereinigt. In der dritten Etage machen die Ermittler eine weitere schreckliche Entdeckung. Eine fünfte Leiche. Es ist die 84-jährige Elmer List. Sie ist durch einen Kopfschuss gestorben. Im Arbeitszimmer findet die Polizei zwei Waffen und einen Brief an den Pastor der örtlichen Gemeinde. Ich weiß, dass das, was getan wurde, falsch ist. Ich weiß, viele werden fragen, wie kann jemand so etwas Schreckliches tun? Mutter liegt in der Diele im Dachgeschoss. Sie war zu schwer, um sie zu bewegen. Der Brief ist nicht nur ein Geständnis, sondern auch eine Erklärung. Er ist von John List unterschrieben. Erst kürzlich hat List seinen lukrativen Job in einer Bank verloren und ahnt nun, dass seine Familie demnächst von Sozialhilfe leben muss. Doch das ist nicht seine einzige Sorge. Als gläubiger Christ befürchtet List, dass seine Familie sich von der kirchlichen Gemeinschaft abwendet. Er missbilligt den Wunsch seiner Tochter, Schauspielerin zu werden und hält den Beruf für unmoralisch. John List sieht nur einen Ausweg, die Seelen seiner Familie zu retten. Wenigstens bin ich sicher, dass nun alle im Himmel sind. Der Brief enthüllt Einzelheiten über die Morde. Der älteste Sohn John wehrt sich heftig, bevor er stirbt. List feuert mehrere Kugeln auf sein Kind ab. John hatte größere Schmerzen, da er sich länger wehrte. John List's Geständnis beschreibt auch die letzten Minuten mit seiner Familie. Ich habe Gebete aus dem Gesangbuch für sie gesprochen. Das war das Letzte, was ich tun konnte. Die Nachricht von den Morden verbreitet sich schnell. Nachbarn beschreiben List als sanftmütigen, seltsamen Einzelgänger mit nur wenigen Freunden. Zwei Tage nach Entdeckung der Leichen findet die Polizei Lists Auto auf einem Parkplatz des JFK-Flughafens von New York. Das Datum auf dem Parkschein zeigt den 10. November. Doch es gibt keinen Hinweis darauf, dass List einen Flug genommen hat. Wo auch immer List ist, er hat einen Monat Vorsprung. Die Großfahndung nach dem Mehrfachmörder beginnt. Landesweit erlässt die Polizei einen Haftbefehl gegen John Emil List. Da List beim Abstellen seines Autos am New Yorker Flughafen den Bundesstaat der Straftat verlassen hat, wird dieser Fall zu einer nationalen Angelegenheit. Das FBI wird hinzugezogen und veröffentlicht ein Fahndungsplakat. Es war ein Fall höchster Priorität. Das Plakat wurde an jedes FBI-Büro, jedes Postamt, jede Behörde im ganzen Land verschickt. Ein ballistischer Bericht bestätigt, dass die Tat mit den beiden gefundenen Waffen verübt wurde. Die Autopsien enthüllen, dass den Opfern in die Köpfe geschossen wurde. Sie waren zum Zeitpunkt ihres Auffindens bereits einen Monat tot. Doch wo ist John List? Nun, es gab zwei Möglichkeiten. Erstens, er hat nach den Morden Selbstmord begangen. Oder zweitens, er lebt irgendwo da draußen im Mittleren Westen. Ab und zu wollen die Leute ihn gesehen haben. Sie berichteten, sie hätten einen Kerl in Alabama gesehen, der aussah wie John List. Das FBI speichert solche Informationen. Doch trotz der großen Anstrengungen der Polizei und des FBI führen alle Spuren in eine Sackgasse. John List ist niemand, der in der Masse durch sein Aussehen auffällt. Er fiel nicht auf. Er war ein weißer Mann mittleren Alters, mit einer Brille. Ehrlich gesagt, erfüllt er nicht das Profil eines Durchschnittskriminellen, wenn es so etwas gibt. John Emil List kann der Polizei 18 Jahre lang entkommen. Obwohl die Ermittler mit Hilfe der Medien versuchen, den Fall präsent zu halten. Wir haben Zeitungen angerufen und darauf bestanden, dass am 5. und auch am 6. Jahrestag über den Fall berichtet wird. Selbst am 15. hielten wir ihn lebendig. Dann haben die Beamten eine neue Idee. Die Fernsehshow America's Most Wanted konnte durch Telefontipps von Zuschauern schon in einigen Fällen bei der Suche nach Verbrechern helfen. Eines Abends haben wir America's Most Wanted gesehen. Und ich dachte, unser Fall könnte sehr interessant für die Sendung sein. Sollte es uns gelingen, den Fall List ins Fernsehen zu bringen, erkennt ihn vielleicht jemand und ruft an. Die Beamten überzeugen die Macher der Sendung, über den Fall zu berichten, obwohl er schon fast zwei Jahrzehnte alt ist. Ich sagte, diesen Kerl will ich gefangen sehen und so entschieden wir, John List zu senden. Aber es gibt ein Problem. Am Ende jeder Episode sehen die Zuschauer ein Bild der gesuchten Person. Doch das aktuellste Foto von John List ist bereits mehrere Jahre vor den Morden aufgenommen worden. Wie sieht er wohl knapp 20 Jahre später aus? Und so wird die Suche nach John List zu einem Fall für die forensische Bildhauer-Kunst. Seit der Ermordung meines Sohnes im Jahr 1981 habe ich mich für die Rechte von vermissten Kindern eingesetzt. So bin ich auf Frank Bender gestoßen, einen berühmten forensischen Rekonstrukteur und Künstler. Der forensische Bildhauer Frank Bender rekonstruiert Gesichter und hilft so, gealterte Flüchtige zu finden oder verweste Leichen zu identifizieren. Das ist der Schädel einer unbekannten Person, den die Polizei auf einem Feld gefunden hat. Zur Identifizierung brauchen die Ermittler ein Gesicht. Ich arbeite zusammen mit Anthropologen, Odontologen oder anders gesagt forensischen Zahnärzten. Mit Tathologen und Polizisten. Beim Modellieren des Gesichts benutzt Bender spezielle Vorgaben, die je nach Rasse, Alter und Geschlecht des Schädels die Schichtdicke der Haut an bestimmten Punkten vorgibt. Auch der Anthropologe Prof. Dr. Richard Helmer benutzt diese Basisdaten, um einem Schädel mit Hilfe von Wachs ein Gesicht zu geben. Die Weichteilschichtdicken an diesen Messpunkten unterscheiden sich in der Tat sowohl nach dem Alter, nach dem Konstitutionstyp und nach dem Geschlecht. Das ist wichtig, weil man darauf Rücksicht nehmen muss, wenn man ein Gesicht rekonstruiert. Prof. Helmer ist in Deutschland aktuell der einzige Wissenschaftler, der mithilfe dieser Technik Gesichter rekonstruiert. Von ihm stammt eine Studie, die die Weichteilschichtdicken bestimmt. Da habe ich eine Untersuchung gemacht, die sich auf 34 Messpunkte am Schädel erstreckte, für alle Altersgruppen und für beiderlei Geschlecht. Und diese Weichteilwerte sind natürlich eine ganz entscheidende Grundlage für die Formen der Weichteile auf dem Schädel. Noch wichtiger als die Weichteilschichtdicke ist die Form des Schädels, sind die Nuancen, die Unterschiede, die Asymmetrie. Was unterscheidet den Schädel von anderen? Bender gießt anhand der rekonstruierten Form eine Fieberglasbüste. Das ist das forensische Modell des gefundenen Schädels. Und das ist das Foto eines vermissten Mädchens, das in diesem Fall anhand der Büste identifiziert werden konnte. Benders außergewöhnliches Talent, Toten ein Gesicht zu geben, soll nun auf einen Lebenden angewendet werden. America's Most Wanted bittet Frank Bender, das Gesicht von John List 18 Jahre älter zu machen. Nun sind die Voraussetzungen geschaffen, um einem alten Mordfall neues Leben einzuhauchen. Das ist John List im Jahr 1971, in dem er seine komplette Familie getötet hat. Bildhauer Frank Bender soll den Mörder mit einem 18 Jahre älteren Gesicht modellieren. Für seine Arbeit benötigt er nur ein paar Fotos. Computer können ein Gesicht zwar auch älter rechnen, doch Benders altmodische Technik verleiht dem Künstler mehr gestalterische Möglichkeiten. Viele dieser Computer von heute werden einfach fünf Falten hinzufügen, wenn jemand acht Jahre älter ist. Aber manchmal sieht man auch nach Jahren noch jünger aus, wenn man auf sich achtet. Um List darstellen zu können, benötigt Bender zusätzlich ein psychologisches Profil. Ich dringe den Kopf dieser Person ein. Ich möchte diese Person sein, während ich an ihr arbeite. Ich möchte fühlen, wie diese Person und alles über sie wissen. Bender erbittet die Hilfe des Psychologen Richard Walter. Zusammen wollen sie vorhersagen, wie John List gealtert ist. Bender und Walter schauen sich Zeitungsartikel und Fotos an, um den Mann hinter diesen Morden zu analysieren. Sie ergründen die strenge Erziehung durch seine deutschen Eltern. Die Lutherische Kirche ist der Mittelpunkt im Leben des jungen John. Er ist Einzelkind und Sohn einer fürsorgenden, aber herrischen Mutter. List ist studierter Buchhalter. Doch durch seinen Mangel an Sozialverhalten hat er schon des öfteren Jobs verloren. Das psychologische Profil enthüllt einen Mann, der aus Wut über seine eigenen Fehler und aus Rache tötet. Der Täter war seit langem frustriert und fühlte sich von Frauen eingeengt. Grundsätzlich von Damen in seiner Altersgruppe, älteren oder Frauen mit Autorität. Lists strukturierte Persönlichkeit stimmt mit dem Tatmuster überein. Alles war akribisch geplant und systematisch durchgeführt. Da Richard Walter jahrelange Erfahrung mit Mördern und deren Verhalten hat, äußert er ein paar Vermutungen zu John Lists Aufenthaltsort. Richard Walter sagte, dass er keine 300 Meilen vom Tatort entfernt festgenommen wird, dass er sich in der Kirche engagiert und erneut geheiratet hat. Das psychologische Profil hilft Bender beim Modellieren des Gesichts. Seine Mundwinkel zeigten nach unten, weil er wegen der Morde Angst hatte. Richard fand heraus, dass es keine Schuldgefühle waren, die ihn plagten, sondern die Angst davor gefunden zu werden. Bender hat auch Erbmerkmale mit einbezogen. Fotos der Eltern zeigen hängende Wangen und einen hohen Haaransatz. Zusätzlich hat List eine Operationsnarbe hinter seinem rechten Ohr. Das fertige Fieberglas-Modell bemalt Bender mit Haut- und Haarfarbe. Dann bekommt es einen Anzug mit Krawatte an, so wie die Experten sich Lists Kleidung vorstellen. Doch fertig ist das Modell noch nicht, denn es fehlt eine Brille. Walter ist sicher, dass List keine Kontaktlinsen trägt und Bender sagt voraus, dass der Mann mittlerweile einen anderen Brillenstil bevorzugt als im Alter von 46 Jahren. Bender ist überzeugt, List trägt eine Brille mit dunklem, dicken Gestell, um sein Versager-Image zu verbergen. Er wollte intelligenter und wichtiger aussehen. Und darauf bin ich durch Walters Profil gekommen. Bender sieht sich dutzende Brillen an und findet schließlich das perfekte Modell. Das bemalte Gesicht mit den nach unten gerichteten Mundwinkeln, den hängenden Wangen, dem hohen Haaransatz und der gealterten Narbe schaut nun hinter dem dunklen, dicken Brillengestell hervor. Das forensische Modell ist fertig. Der erste Fall des Abends ist der älteste, den wir je bei America's Most Wanted hatten. Als an diesem Abend America's Most Wanted über den Fall von John List berichtet, schauen Wanda Flannery und ihre Tochter Eva Mitchell aus Denver die Sendung. Zu ihrem Entsetzen bemerken sie eine verblüffende Ähnlichkeit zwischen John List und einem ehemaligen Nachbarn. Alles ergab nach und nach einen Sinn. Er war Buchhalter und in der Lutherischen Kirche und hatte eine Narbe hinter seinem Ohr. Es passte zusammen, auch seine stilvolle Kleidung. Und als sie die Skulptur zeigten, war ich überzeugt, dass er es ist. Ein Blick und alles war klar. Für mich waren die Brille und die Wangen entscheidend. Wir sagten, oh mein Gott, das ist Bob Clark. Bob ist John List. Wir müssen anrufen. Wanda Flannery erzählt dem FBI, dass ihr ehemaliger Nachbar Bob Clark erst kürzlich nach Richmond gezogen ist. Das FBI verhaftet Robert Peter Clark während der Arbeit in seiner neuen Firma. Ich näherte mich ihm und fragte, sind Sie Mr. Clark? Und er sagte, ja. Dann fragte ich, sind Sie John List? Und er sagte, nein, ich bin Robert P. Clark. Doch Bob Clark hat eine Narbe hinter seinem rechten Ohr. Und zudem stimmen seine Fingerabdrücke mit den Abdrücken auf dem Antrag eines Waffenscheins überein, den John List einen Monat vor den Morden ausgefüllt hat. Bob Clark ist John List. Ich sagte, Sie haben ihn. Sie haben ihn tatsächlich. Erstaunlicherweise trägt John List dasselbe Brillenmodell, das Frank Bender seinem forensischen Modell aufgesetzt hat. Frank Bender hatte zu 100% recht. Sie haben das Foto von John List, das bei seiner Festnahme geschossen wurde, mit diesem Modell zusammen auf die Titelseite der New York Times gesetzt. John List trug genau die gleiche Brille, die Frank Bender dem Modell aufgesetzt hatte. Es war unheimlich. Es war, als ob Bender beim Erstellen des Modells auf John List geschaut hätte. In der Verhandlung wird enthüllt, wie der sanftmütige Buchhalter und Kirchgänger akribisch die Hinrichtung seiner gesamten Familie geplant hat. List hat seinen Job verloren. Als sich die Rechnungen häufen und er den von ihm so empfundenen moralischen Zerfall seiner Familie nicht mehr ertragen kann, trifft er eine Entscheidung. Er hat sich dafür entschieden, dass es für ihn der einzige Ausweg war, sauber von vorn anzufangen. Als die Kinder in der Schule sind, setzt John List seinen Plan in die Tat um. Aus kürzester Distanz schießt er seiner Frau in den Kopf. Danach steigt er zwei Treppen hoch und betritt die Wohnung seiner Mutter. Die Leiche seiner Mutter lässt er im Dachgeschoss liegen. Seine Frau hüllt er in einen Schlafsack und bringt sie in die große Diele. Mit Papiertüchern und Wischlappen entfernt er das Blut. Als am Nachmittag die Kinder einzeln aus der Schule kommen, tötet er sie nacheinander. Sein ältester Sohn John fängt einen Kampf an. List schießt zehnmal auf ihn. Die Leichen der Kinder bringt er in den Flur zu ihrer Mutter. John List hat an einem Tag seine ganze Familie ausgelöscht. Am Ende der Hinrichtungen spricht List ein Gebet. Anschließend verfasst er einen Brief an den Gemeindepastor, in dem er die Morde gesteht. Um die Verwesung der Leichen zu verlangsamen, dreht List den Heizungsthermostat runter. Zuletzt macht er das Radio mit klassischer Musik an und beginnt sein neues Leben mit der Flucht. Noch bevor die Leichen entdeckt werden, beantragt List in Denver eine neue Sozialversicherungsnummer unter dem Namen Robert Peter Clark. Schon bald freundet er sich mit seiner neuen Nachbarin, Wanda Flannery an, geht wieder zur Kirche und heiratet Dolores Miller. Seine neue Frau ahnt nichts. List erzählt ihr, seine erste Frau sei an Krebs gestorben. Kinder habe er keine. Ich glaube es nicht. Ich liebe meinen Mann sehr. Ich glaube nicht, dass das derselbe Mann ist. Schließlich zieht das Paar zurück in die Gegend von Richmond, wo List eine Stelle als Buchhalter findet. Richard Walters psychologisches Profil hat nahezu jeden Aspekt von Lists Flucht genau vorhergesagt. Wer war er als Seenfasten? Er war Buchhalter und weiterhin im Dienst der Kirche. Ein Kerl, der seine Mutter, seine Frau und seine drei Kinder umgebracht hat. Er war immer noch die Kreatur, die vor 18 Jahren diese Menschen getötet hat. Fast 20 Jahre nach der Ermordung seiner Familie wird John List des fünffachen Mordes für schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt. Der Name John E. Milist wird immer mit Begriffen wie Selbstsucht, Horror und dem Bösen genannt werden. Er ist ein Mann, der kaltblütig, berechnend und hinterhältig einen feigen Plan erdacht hat, um seine drei Kinder zu töten. Im Jahr 1999 wird die Frau eines Pfarrers tot in ihrer überlaufenden Badewanne gefunden. Ihr rätselhafter Abschiedsbrief wirft Fragen über ihren Geisteszustand und ihr Zeitgefühl auf. Er ist die forensische Wissenschaft, liefert die Antworten. Dieses friedliche Gotteshaus ist die United Presbyterian Church in Woolsey, South Dakota. Die Stadt liegt abseits des Highway 14 und hat nicht mehr als eine Handvoll unbefestigter Straßen. Mehrere Bauernhöfe verlieren sich in der Prärie. Pfarrer dieser Gemeinde ist Bill Guthrie. Er lebt mit seiner Frau Sharon im Pfarrhaus neben der Kirche. Sharon Guthrie hilft ihrem Mann bei seinen kirchlichen Aufgaben. Das Paar freut sich auf die Hochzeit ihrer zweiten Tochter, Jenna Lou. Doch Sharon Guthrie wird diesen Tag nie erleben. Am 14. Mai 1999, kurz nach Tagesanbruch, alarmiert Pfarrer Guthrie den Notarzt. Er hat seine Frau bewusstlos in der Badewanne gefunden. Der Notarzt leitet sofort erste Hilfemaßnahmen ein und kann ihren Herzschlag reanimieren. Im Krankenwagen wird Sharon an ein Atemgerät angeschlossen, doch ihr Bewusstsein kehrt nicht zurück. Trotz bester medizinischer Versorgung können die Ärzte keine Anzeichen auf eine Gehirnaktivität feststellen. Am nächsten Tag wird Sharon Guthrie für tot erklärt. Als der Sheriff Pfarrer Guthrie zum Vorfall befragt, behauptet dieser, seiner Frau sei es noch gut gegangen, als er zum morgendlichen Gebet in die Kirche ging. Als er aus dem Haus ging, ließ seine Frau gerade das Wasser für ein Bad einlaufen. Er behauptete, nur etwa zehn Minuten in der Kirche gewesen zu sein. Guthrie sagt aus, er habe seine Frau mit dem Gesicht nach unten in der überlaufenden Badewanne gefunden. Er behauptet weiter bei dem Versuch, gescheitert zu sein, seine Frau aus der Wanne zu ziehen. Lediglich das Wasser habe er ablaufen lassen, bevor er den Notarzt rief. Wir gingen davon aus, es mit einem Unfall zu tun zu haben. Vielleicht hat diese Dame einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt während des Bades erlitten. Dr. Brad Randall führt die Autopsie durch, kann aber keine Anzeichen einer Verletzung oder Krankheit feststellen. Glücklicherweise haben die Rettungsärzte bei der Einlieferung Blutproben genommen, die der Pathologe nun untersuchen kann. Wir hatten Proben von einer lebenden Person. Es ist schwieriger, Vergiftungen bei einer Toten als bei einer lebenden Person festzustellen. Deshalb waren wir froh, diese Proben zu haben. Die Proben enthüllen drei Arzneistoffe in Sharons Organismus. Zwei wurden ihr verschrieben und sind nur in geringen Mengen in ihrem Körper vorhanden. Doch das Vorkommen des dritten ist mysteriös. Es ist Temazepam, dessen Konzentration in Sharons Körper außergewöhnlich hoch ist. Dieses Medikament bringt man allerdings nicht mit einer tödlichen Überdosis bei Selbstmordfällen in Verbindung. Temazepam ist ein gängiges Psychopharmakon, angstlösend, beruhigend und wird deswegen bei Schlafstörungen eingesetzt. Und wenn es in hoher Dosierung eingenommen wird, kommt es zu einer Bewusstlosigkeit, aber fast nie zu einem Tod. Das heißt, es ist ein relativ sicheres, so sagen wir das, ein sicheres Schlafmittel. Die Menge des Temazepams in Sharon Guthrys Körper kann mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Bewusstlosigkeit geführt haben. Dr. Randall kann jedoch nicht exakt sagen, wie viele Kapseln sie genommen hat. Wahrscheinlich zwischen 5 und 10, irgendetwas in dieser Kategorie. Dr. Randall bestimmt Ertrinken als Todesursache. Verursacht durch eine Überdosis Temazepam. Doch die Art des Todes kann nicht festgestellt werden. War es tatsächlich Selbstmord? Drei Wochen nach dem Todesfall beschließt Tochter Jenna Lu, wie geplant, zu heiraten. Ich habe meinen Vater und die Familie um Rat gebeten. Im Gespräch mit meinem Mann kamen wir zu dem Schluss, dass meine Mutter die Hochzeit gewollt hätte. Mein Vater hat die Zeremonie vollzogen. In der Zwischenzeit wird Jerry Lindbergh mit der Untersuchung von Sharon Guthrys Tod beauftragt. Bedauerlicherweise wurde am Tatort keine Spurensicherung durchgeführt. Sie lebte noch und wurde gleich in ein Krankenhaus außerhalb der Stadt gefahren. Der Tatort stand für jeden offen. Viele Spuren wurden vernichtet, als die Nachbarn kamen und das Bad reinigten. Doch die Ermittler finden heraus, woher das Temazepam kommt. Es wurde ihrem Mann Bill verschrieben. Guthrie vermutet, seine Frau habe die Pillen eingenommen, während sie schlafwandelte. Doch keine ihrer drei Töchter kann sich daran erinnern, dass sie jemals geschlafwandelt hat. Und die Ermittler finden noch etwas Verdächtiges. Wenige Wochen vor Sharons Tod hat Bill in einer Apotheke ein Rezept für Temazepam vorgelegt. Danach hat er in einer weiteren Apotheke das Beruhigungsmittel ohne Rezept verlangt und nach einer Lüge auch bekommen. Eine weitere Unstimmigkeit ergibt sich aus der Kleidung, die Bill am Unglückstag getragen hat. Dem Sheriff hat er erzählt, er habe versucht, seine Frau aus der Badewanne zu ziehen. Zeugen berichten jedoch, dass seine Kleidung völlig trocken war, als der Notarzt eintraf. Er war ganz trocken, aber nass wird man schon, wenn man nur kurz mit einem nassen Körper in Berührung kommt. Und die Ermittler finden heraus, dass der Pfarrer Geheimnisse hat. Eine Freundin in Nebraska. Das war Stadtgespräch, bevor er die Gemeinde verließ und nach Woolsey kam. Vielleicht war das ein Grund, warum er hierher zog. Ich kannte sie aus der vorherigen Kirche und wusste, dass meine Mutter sie nicht mochte. Aber ich habe nie gewusst, warum. Guthries Geliebte ist ein Mitglied seiner ehemaligen Gemeinde in Nebraska. Die Affäre läuft auch nach dem Umzug nach South Dakota weiter. Als Guthrie den Job in Woolsey annimmt, teilt er dem Kirchenrat mit, dass er regelmäßig wegen seiner Impotenz zu medizinischen Beratungen nach Nebraska müsse. Einige Male haben sie seine Fahrt sogar bezahlt. Er ist niemals zur Beratung gegangen, sondern führte die Affäre fort. Doch irgendwann gibt sich Guthries Geliebte mit einer heimlichen Affäre nicht mehr zufrieden. Sie sagte, dass sie im Grunde nur Sex miteinander hatten. Er blieb nur am Motel, sie konnten weder essen noch ins Kino gehen. Sie hatte genug davon und wollte mehr. Also übte sie Druck auf ihn aus, doch er rührte sich nicht. Schließlich beendete sie im Januar die Beziehung. Und es fehlt der Beweis, dass Bill Guthrie impotent ist. Wenn wir glauben, was seine Freundin erzählt hat, konnte er offensichtlich noch, und das auch des Öfteren. Spätestens jetzt ist Guthrie verdächtig, etwas mit dem Tod seiner Frau zu tun zu haben. Ehebruch und Rezeptbetrug sind eine Sache, Mord jedoch eine andere. Die Polizei gewinnt Bills älteste Tochter Susanne für die Mitarbeit an den Ermittlungen. Sie akzeptiert ein Gespräch mit ihrem Vater, mit einem versteckten Mikrofon aufzunehmen. Ich dachte, dass er mir gegenüber als Tochter ehrlich ist. Ich brauche einige Antworten. Okay, frag. Hast du eine Affäre? Nein, wo hast du das gehört? Von jedem, Dad. Sie verdächtigen dich, Dad. Ich muss in allem die Wahrheit wissen. Ich bin auf deiner Seite. Ich kann nicht glauben, dass du die Dinge gemacht hast. Was glaubst du, habe ich getan? Sie glauben, du hast mal... Es fehlt Medizin. Ich weiß nichts von fehlenden Medikamenten. Er hat alles geleugnet, von seiner Affäre bis hin zu den Medikamenten. Ende Juli beschlagnahmen die Ermittler den Computer der Kirche, um die E-Mail-Korrespondenz zwischen dem Pfarrer und seiner Geliebten zu überprüfen. Die E-Mails enthüllen nichts. Doch die Polizei will wissen, ob vielleicht andere Informationen auf der Festplatte versteckt sind. Und tatsächlich liefert ein forensischer Computerexperte überraschende Erkenntnisse im Todesfall Guthrie. Als Sharon Guthrie auf rätselhafte Weise ertrinkt, beschlagnahmt die Polizei den Computer ihres Mannes, um die Festplatte auf versteckte Dateien zu durchsuchen. Computer spielen heutzutage bei der Kriminalitätsbekämpfung eine wichtige Rolle. Die Ermittler setzen dabei häufig auf die Unkenntnis der Täter, wie auch Franz Wilhelm Kubasch von der Firma Wogon. Ein Verdächtigen auf die Schliche zu kommen, ist insofern ein relativ aufwendiges, aber auch leichtes Unterfangen. Weil wir davon ausgehen, dass ein Großteil sehr wenig Ahnung vom Computer haben und dementsprechend immer wieder die falschen Entscheidungen treffen, um etwas zu beseitigen. Die wenigsten User wissen, welche Spuren ein Computer hinterlässt. Der häufigste Irrglaube ist, dass Daten mit dem Befehl löschen, auch gelöscht werden, weg sind. Sind sie nicht. Denn die Löschtaste markiert diese Daten im Speicher nur und stellt den Platz für die künftige Benutzung wieder zur Verfügung. Es bleiben Spuren, dass diese Daten existiert haben. Im Computersystem existieren also Hinweise, dass da einmal Daten waren. Der Beweiswert dieser Spuren ist immens, wenn sie gefunden werden, bevor dieser Platz für ein neues Dokument zur Benutzung freigegeben wird. Mit dem Einloggen ins Internet werden Zeitstempel gesetzt und diese Zeitstempel sind sichtbar zu machen. Deshalb kann man im Nachhinein feststellen, dass jemand zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einem bestimmten Datum in das Internet hineingegangen ist, auf diese verschiedenen Seiten und wann er herausgegangen ist und wann er wieder eingeschaltet hat. Also das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Der Informationspfad im Computer zeigt auch, wann neue Dokumente erstellt, heruntergeladen oder bearbeitet wurden. Judd Robbins durchsucht den Speicher mit einer speziellen Software nach dem Begriff Temazepam. Er entdeckt, dass einen Monat vor Sharons Tod Recherchen zum Thema Schlaftabletten durchgeführt wurden. Zahlreiche Artikel über Temazepam wurden heruntergeladen. Temazepam ist die einzige Schlaftablette, die als Pulver in die Kapseln gefüllt ist. Man kann sie also einfach auftrennen und den Inhalt umfüllen. Judd Robbins findet noch weitere Hinweise auf der Festplatte, die wertvoll sein könnten. Ich wusste nicht genau, wie und wann sie gestorben ist. Also fragte ich Mike Moore. Ich fragte, warum er das wissen wolle. Und er antwortete, dass viele Internetseiten zu Badeunfällen benutzt wurden. Daraufhin erzählte ich ihm, dass sie in der Badewanne ertrunken ist. Diese Recherchen wurden einen Monat vor Sharons Tod durchgeführt. Die letzte am 27. April. Die Suche war im April. Sie starb im Mai. Am 29. April hat Guthrie seinen Arzt um ein Temazepam-Rezept gebeten, auf das er sich in zwei Apotheken beruft. Am 12. und 13. Mai besorgt er erneut Temazepam, nur einen Tag bevor die schwer betäubte Sharon Guthrie in der Badewanne ertrinkt. Gestützt auf die Beweise aus dem Computer wird Bill Guthrie verhaftet und des Mordes angeklagt. Die Staatsanwälte vermuten, dass Guthrie seine Ehe beenden wollte, eine Scheidung seine Stellung als Pfarrer aber gefährdet hätte. So sucht er nach einer Möglichkeit, einen plötzlichen Tod wie einen Unfall aussehen zu lassen. Und so schüttet er in Sharon Guthries Lieblingsgetränk eine Überdosis Beruhigungsmittel. Sie trank es jeden Tag. Schokoladenmilch war ihr Lieblingsgetränk. Sie liebte Schokoladenmilch. Die Staatsanwälte glauben, dass Bill Guthrie ihr am Morgen Temazepam in die Schokolade gegeben hat, bevor er zum Beten in die Kirche ging. Als das Medikament Wirkung zeigt, legt er seine bewusstlose Frau in die Badewanne, lässt das Wasser einlaufen und sie ertrinken. Ich fand, wir hatten sehr gute Indizienbeweise, doch leider auch nicht mehr als Indizien. Doch Jenna Lou Simpson ist nicht überzeugt, dass ihr Vater ein Mörder ist. Sie enthüllt, dass ihre Mutter schon Wochen zuvor eine Überdosis eines Allergikums genommen hatte und ärztlich behandelt werden musste. Ich vermutete, es sei ein Unfall gewesen, da sie es ja schon mit Benadryl versucht hatte. Davor hat sie es mit irgendwelchem Kräuterzeug versucht. Für mein Verständnis sah das aus, als wollte sie nur Aufmerksamkeit. Die Leute, die sonst zu Bill Guthries Predigt strömen, besetzen nun die Holzbänke des Amtsgerichts von Beedle. Es war jeden Tag voll. Sie kamen oft schon morgens um sieben Uhr, um einen Platz zu bekommen. Staatsanwalt Mike Moore geht zuversichtlich in die Verhandlung, muss dann aber einen Rückschlag hinnehmen. Die Verteidigung legt einen Abschiedsbrief von Sharon Guthrie vor. Überraschend präsentiert Bill Guthrie diesen Brief. Aus unerklärlichen Gründen sei er in einem Liturgiebuch im Büro der Kirche versteckt gewesen. Dir gehen tausend Sachen durch den Kopf. Du bist verwirrt und schockiert. Der Brief ist per Computer geschrieben worden, aber nicht unterschrieben. Er trägt das Datum des 13. Mai 1999, also einen Tag vor Sharons Tod, und ist an ihre Tochter gerichtet. Liebe Susanne, es tut mir leid, ich habe deine Hochzeit ruiniert. Dein Vater hat mir von deinen Sorgen erzählt, ich könnte mich auch in Jenna Luz einmischen. Mach dir keine Sorgen, ich werde nicht da sein. Nach der Hochzeit wirst du es verstehen. Ich liebe euch. Mom. Der Brief bezieht sich auf einen unbedeutenden Vorfall während Susannes Hochzeit, die ein paar Jahre zurückliegt. Mike Moore bittet Computerexperte Judd Robbins, die Festplatte des Kirchencomputers nach dem Abschiedsbrief zu durchsuchen. Doch Robbins findet nichts. Als nächstes untersucht Cindy Orton den Brief mit der Chemikalie Ninhydrin auf Fingerabdrücke. Schreibt jemand einen Abschiedsbrief und hat tatsächlich vor sich umzubringen, schwitzt er in der Regel. Deshalb benutzen wir Ninhydrin, weil es auf die Aminosäuren des Schweißes reagiert. Der Dampf eines Bügeleisens beschleunigt den Prozess. Jemand hat sehr stark geschwitzt, als er das Dokument angefasst hat. Aus welchem Grund, weiß ich nicht. Bill Guthrie behauptet, den Brief sofort seinem Anwalt gegeben zu haben. Doch die gefundenen Abdrücke stimmen weder mit Guthries noch mit denen seines Anwalts überein. Und ob die Fingerabdrücke von Sharon stammen, kann nicht nachgewiesen werden. Denn ihre Abdrücke sind weder gespeichert, noch bei der Autopsie genommen worden. Doch wenn der Brief nicht auf dem Kirchencomputer getippt wurde, auf welchen dann? Die Beamten finden heraus, dass Guthrie einen zweiten Computer besitzt. Diesen hat er erst kurz vor der Verhandlung Tochter und Schwiegersohn gegeben. Wir wollten die Wahrheit wissen. Erfahren, was genau passiert ist. Nun hing es von den Experten ab, ob sie seine Schuld beweisen konnten. Judd Robbins untersucht auch die Festplatte des zweiten Computers. Und tatsächlich findet er ein Dokument mit dem Namen Sharon. Der eigentliche Text fehlt, doch es schließt ab mit demselben Wortlaut wie der Abschiedsbrief. Das Datum ist der 13. Mai. Und wie im Abschiedsbrief fehlt auch hier zwischen dem Komma und der Jahreszahl ein Leerzeichen. Wir hatten also den gleichen Rand, den gleichen Schriftsatz und den gleichen Wortlaut. Dazu kommt, dass die Datei erst im August erstellt wurde, drei Monate nach Sharons Tod. Robbins findet auch einen Hinweis darauf, dass Bill Guthrie den Brief geschrieben hat. Dieser Abschiedsbrief ist zusammen mit mehreren Predigten im Monat August entstanden. Ich konnte also einen Zeitplan erstellen, wann er an den Predigten gearbeitet hat und wann an dem Abschiedsbrief. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt wurde mir klar, dass er es getan hatte. Er ist schuld an allem. Ich hoffte, dass die Geschworenen genauso dachten wie ich, nämlich, dass dieser Kerl versuchte, seine letzte Chance zu nutzen. Wir haben es bemerkt. Die Geschworenen sprechen William Guthrie des Mordes für schuldig. Er bekommt eine lebenslange Gefängnisstrafe. Nach der Verhandlung wird Sharon Guthries Leiche exhumiert und in ihrer Heimat Nebraska begraben. Nun können nachträglich doch noch Fingerabdrücke genommen werden und mit denen vom Abschiedsbrief verglichen werden. Sie stimmen nicht überein. Nun die Frage bleibt, wessen Fingerabdrücke sind auf dem Dokument? Bis heute ist diese Frage ein Rätsel. Susanne hält ihren Vater für schuldig. Doch Jenna Lu glaubt trotz der Computerbeweise an die Unschuld ihres Vaters und hält mit Telefonanrufen und Briefen Kontakt zu ihm. Ich habe wegen dieser Sache Mutter, Vater und Schwester verloren. Alle innerhalb eines Jahres. Die Schwestern reden nicht mehr miteinander. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass dieser Fall nur durch die Hilfe der forensischen Wissenschaft gelöst werden konnte. Ohne sie wäre Bill Guthrie heute noch ein freier Mann. Am frühen Morgen findet ein Motorradfahrer in einer abgelegenen Gegend von Phoenix die Leiche einer jungen Frau. Sie wurde geschlagen, gefesselt, erwürgt und vermutlich vergewaltigt. Die Pflanzen am Leichenfundort enthüllen mehr über den Mörder als jedes andere Beweisstück. Als die Ermittler zum Tatort kommen, sammeln sie jedes potenzielle Beweisstück. Das Opfer ist nackt, bis auf ein hochgeschobenes Trägertopf. Um seinen Hals ist ein T-Shirt gewickelt, mit dem es vermutlich erwürgt wurde. Die Handgelenke und Knöchel sind mit Schnürsenkeln und einem Draht gefesselt. In der Nähe der Leiche finden die Ermittler eine Spritze und ein paar Kleidungsstücke. Plötzlich hören sie etwas. Es ist ein Funkrufempfänger, der nur wenige Meter von der Leiche entfernt im Gras liegt. Die Ermittler hoffen, im Umkreis noch weitere Spuren oder Hinweise zu entdecken. Der Tatort wird großflächig abgesucht. Ein Fotograf macht Luftaufnahmen. In der Nähe der Leiche ist eine kreisförmige Stelle mit plattem Gras. Vermutlich hat dort eine heftige Auseinandersetzung stattgefunden. Die Polizei übergibt die Leiche der Gerichtsmedizin. Dort wird das Opfer anhand eines Fingerabdruckes, als die 30-jährige Denise Johnson identifiziert, die allein mit ihren zwei kleinen Kindern lebt. Sie stammt aus einer Gegend von Phoenix, die The Projects genannt wird. Sie war kein schlechtes Mädchen. Aber sie hatte die falschen Freunde. Doch ich will jetzt nicht sagen, dass die sie dazu überredet haben, diese Dinge zu tun. Sie hing mit Leuten rum, die viel tranken und feierten. Ich weiß wirklich nicht, was sie so machten. Aber ich bin mir sicher, dass sie mit Leuten zusammen war, die mit Drogen zu tun hatten. Manchmal war sie zu gutgläubig. Denise betrügt in Fernfahrerlokalen Lkw-Fahrer bei Drogengeschäften ums Wechselgeld, was ihr den Beinamen Gauner-Mama eindringt. Ihre Freunde warten sie, dass diese Art zu leben sie irgendwann in Schwierigkeiten bringen könnte. Und so kam es auch. Doch wer hat Denise Johnson getötet? Zuerst wird der Funkrufempfänger untersucht, der in der Nähe der Leiche gefunden wurde. Er gehört Mark Bogan, einem Fernfahrer aus der Gegend. Bogan sagt aus, er habe in der Nacht auf seinem Heimweg angehalten, um zu telefonieren. Dort sei ihm Denise Johnson zum ersten Mal begegnet. Bogan behauptet, sie habe ihn gefragt, ob er sie ein Stück mitnehmen könne. Im Auto habe sie sich ihm dann körperlich genähert und in der Fahrerkabine seines Wagens Sex mit ihm gehabt. Beim Verabschieden habe sie dann versucht, sein Portemonnaie vom Armaturenbrett zu stehlen. Als Bogan am nächsten Tag seinen Wagen wäscht, bemerkt er, dass sein Funkrufempfänger fehlt. Er glaubt, ihn verloren zu haben und meldet dies seiner Firma. Beim Verhör bemerken die Ermittler Kratzspuren im Gesicht des Lkw-Fahrers. Wenn der verdächtige Kratzer im Gesicht hat und diese durch die Finger oder Fingernägel des Opfers verursacht wurden, dann müssten sich unter ihren Fingernägeln Überreste von Hautzellen oder Blut befinden. Bei der Autopsie werden aber weder Haut noch Blut unter ihren Fingernägeln gefunden. Die Todesursache ist Ersticken, ausgelöst durch Strangulieren. In ihrem Blut wird Kokain gefunden. Es gibt jedoch keine Anzeichen auf Geschlechtsverkehr. Weder Samen noch Speichel, ein fremdes Haar oder Kleiderfasern werden gefunden. Die Autopsie enthüllt zwar, wie Denise Johnson gestorben ist, liefert aber keine Hinweise auf ihren Mörder. Und es gibt auch keine Beweismittel, die den einzigen Verdächtigen, Mark Bogan, mit dem Verbrechen in Verbindung bringen. Einen Tag nach der Entdeckung der Leiche von Denise Johnson wird der Kriminalbeamte Charlie Norton mit dem Fall beauftragt. Ich beschloss zum Tatort zu fahren, denn für mich als Ermittler ist es hilfreich, den Ort des Verbrechens zu kennen. Denise Johnsons Leiche wurde in einer abgelegenen Gegend bei Maricopa gefunden, ungefähr eine halbe Autostunde von Phoenix Zentrum entfernt. Charlie Norton hofft, etwas zu entdecken, was vielleicht am Tag zuvor übersehen wurde. Nur ein paar Meter vom Fundort der Leiche entfernt, bemerkt er etwas Seltsames an einem Palo Verde Baum. Ich hatte mein Auto auf dem Bürgersteig geparkt und da sah ich einen Ast herunterhängen. Als ich mir den Ast genauer ansah, bemerkte ich eine frische Abschabung. Ich wusste nicht, was es zu bedeuten hat, aber ich machte ein Bild davon und nahm ein paar Bohnen von dem Baum mit. In der Zwischenzeit wird Mark Bogans Wagen beschlagnahmt und auf Beweise untersucht, die ihn oder den Wagen mit dem Tatort in Verbindung bringen könnten. Doch auch diesmal finden die Beamten weder Fingerabdrücke, Samen, Blut, Speichel, Haare oder Kleiderfasern. Nichts deutet darauf hin, dass Denise Johnson im Wagen war. Als die Ermittler sich jedoch die Ladefläche des Wagens ansehen, entdecken sie etwas Interessantes. Zwei Bohnenhülsen von einem Palo Verde Baum. Hat Bogen mit seinem Truck vielleicht den Palo Verde Baum gestreift und sind dabei die Bohnenhülsen auf die hintere Ladefläche gefallen? Das Problem ist, dass Palo Verde Bäume in Arizona sehr verbreitet sind. Allein in Phoenix gibt es Zehntausende davon. Doch Charlie Nortons Chef hat eine Idee. Vielleicht könnte mit Hilfe eines DNA-Tests überprüft werden, ob die Bohnenhülsen aus Bogans Wagen vom Baum am Tatort stammen. Ich schlug Charlie vor, einen Experten in den USA zu suchen, der DNA-Tests an Pflanzen durchführt. Was hatten wir schon zu verlieren? Es gab ja sonst keinen Anhaltspunkt. Als er von einer Bohnenhülsen-DNA sprach, dachte ich, er macht Witze. Mir war es ernst. Wir hatten nichts zu verlieren und außerdem auch nichts anderes, womit wir weitermachen konnten. Es war unser einziges physisches Beweisstück, mit dem wir vielleicht Mr. Bogen mit dem Tatort in Verbindung bringen konnten. Norton ruft verschiedene Wissenschaftler in den USA an. Einige meinten, dass es nicht möglich sei. Andere sagten, es wäre möglich, jedoch zu horrenden Kosten. Nach 15 Anrufen findet Norton endlich den richtigen Spezialisten. Er arbeitet nur 100 Meilen entfernt an der Universität von Arizona in Tucson. Für mich war es eine Art Dienst für die Allgemeinheit. Ein Weg, um zu zeigen, dass Wissenschaft nützlich ist, was zum Beispiel in der Landwirtschaft nicht immer offensichtlich ist. Kann ein DNA-Test wirklich zeigen, ob sich zwei Pflanzen oder Bäume derselben Art voneinander unterscheiden? DNA ist in allen Zellen jedes Lebewesens. Sie ist so etwas wie ein Computerprogramm, das alle Informationen zur Erzeugung eines Lebewesens enthält. Jeder Mensch hat ein einmaliges DNA-Profil. In den frühen 80er Jahren führte der britische Wissenschaftler Dr. Alec Jeffries einen Test durch, mit dem die DNA eines Menschen identifiziert werden kann. Der Test wurde zum ersten Mal 1986 in einem Kriminalfall eingesetzt. Doch die DNA einer Pflanze ist noch nie für einen Kriminalfall untersucht worden. Wir hatten schon oft mit genetischen Fingerabdrücken in der Landwirtschaft gearbeitet, aber noch nie mit dieser speziellen Baumart. Vermutlich hat das niemand vorher getan. Die Staatsanwälte haben Indizienbeweise, die Mark Bogen mit dem Mord an Denise Johnson in Verbindung bringen. Doch sie brauchen einen eindeutigen Beweis, dass Bogen am Tatort war. Diesen Beweis soll die Frucht des Palo-Werde-Baumes liefern. Die Wissenschaftler sollen herausfinden, ob die beiden Samenhülsen aus dem Wagen von Mark Bogen mit denen des Palo-Werde-Baumes vom Tatort übereinstimmen. Doch allein in Phoenix gibt es tausende von Palo-Werde-Bäumen und bislang wurde noch nie ein DNA-Test mit dieser Baumart durchgeführt. Wir mussten erst herausfinden, ob zwei Bäume der gleichen Art unterschiedliche DNA haben. Wir wollten ja nicht wissen, ob es sich um einen Palo-Werde-Baum handelt, sondern ob die Hülsen von einem bestimmten Palo-Werde-Baum stammen. Die Entwicklung dieses Tests ist langwierig. Dr. Helland-Jahres braucht Monate, bis er eine Testmethode findet, die funktioniert. Ich habe ein paar Mal daran gedacht, aufzugeben, dass sie sagten, dass es wichtig sei und sie ohne dieses Testergebnis nicht vor Gericht gehen konnten. Ich soll es weiter versuchen, also gingen wir wieder an die Arbeit und ich glaube, beim dritten Mal hat es geklappt. Die spezielle Technik für einen DNA-Test von Pflanzen oder Bäumen nennt man RAPID. Dieses Testverfahren ermöglicht es, genetische Fingerabdrücke einzelner Gewächse zu identifizieren. RAPID ist eine Spielart der sogenannten PCR, der Polymerase-Kettenreaktion. Bei der Polymerase-Kettenreaktion handelt es sich um eine im Reagenzglas nachempfundene Vermehrung von DNA, die auch bei der Zellteilung vorkommt. Bei RAPID verwendet man sehr kurze Primer, kurze DNA-Stücken, die für diese Synthese benutzt werden oder gebraucht werden, um zu garantieren, dass man einen Fingerprint erhält, der viele Banden hat und damit aussagekräftig ist. Für den Test sind nur bestimmte Pflanzenteile geeignet. Wenn Sie die Identität einer bestimmten Pflanze feststellen wollen, dann können Sie nicht jedes Pflanzenmaterial verwenden, weil sich zum Beispiel in den Früchten der Pflanzen bereits mütterliche und väterliche DNA rekombiniert, das heißt neu organisiert haben. Wenn Sie analysieren wollen, um Vaterschaftsanalysen festzustellen, dürfen Sie nur Ausgangsmaterial der Mutter verwenden, zum Beispiel die Fruchtwand, nicht die Fruchtsäge. Für den DNA-Test können deshalb nicht die Bohnen, sondern nur die sie umgebenden Schoten verwendet werden. Aber ist es wirklich möglich, mit diesem Test Mark Bogen als Mörder von Denise Johnson zu überführen? Mark Bogen wird des Mordes an Denise Johnson verdächtigt. Um nachzuweisen, dass er am Tatort war, haben die Ermittler nichts als ein paar Bohnenhülsen aus Mark Bogens Wagen. Die Bohnenhülsen werden in flüssigen Stickstoff gegeben. So kann man sie zerkleinern und leichter zu feinem Pulver zermahlen. Das Pulver kommt dann in eine chemische Lösung, in der die DNA frei herumschwimmt. Die DNA einer Samenhülse reicht für die Untersuchung nicht aus. Deshalb kopieren die Wissenschaftler den DNA-Strang, um die Probe zu vermehren. Dazu wenden sie die Polymerase-Kettenreaktion an. Der Kopierprozess findet in einem thermischen Kreislauf statt, bei dem sich die DNA innerhalb weniger Stunden um das Millionenfache vermehrt. Die DNA wird dann in gefärbtes Gel gegeben und einem elektrischen Spannungsfeld ausgesetzt. Unter ultraviolettem Licht kann man sehen, wie der elektrische Strom die negativ geladenen Teilchen durch das Gel zum positiven Ende nach oben zieht. Das Ergebnis sieht aus wie ein Strichcode. Es ist der genetische Fingerabdruck eines Palo-Werde-Baumes. Unter einem genetischen Fingerabdruck versteht man die Sichtbarmachung des genetischen Materials in Form von DNA-Bruchstücken, die dann nach einer Elektrophorese in Form eines Bandenmusters erkennbar sind, ähnlich einem Barcode im Supermarkt. Anhand dieses Fingerabdrucks kann Dr. Hellend-Jahres nicht nur feststellen, dass die beiden Bohnenhülsen aus Mark Bogens Wagen genetisch identisch sind, sie stimmen auch mit den Hülsen des Palo-Werde-Baumes vom Fundort der Leiche überein. Jeder andere Palo-Werde-Baum, der getestet wird, hat ein völlig anderes DNA-Profil. Auf dieses Ergebnis haben Ermittler und Staatsanwaltschaft gehofft. Wir mussten nicht den Verbrecher, sondern den Baum identifizieren und das haben wir geschafft. Er nahm eine Originalprobe und eine Probe aus dem Truck und konnte feststellen, dass diese beiden Hülsen von ein und demselben Baum stammten. Dann verglich er diese Hülsen mit Proben von zwölf anderen Bäumen. Er ordnete sie dem Baum vom Tatort zu, ohne zu wissen, dass der Baum vom Tatort mit der Abschabung dabei war. Doch beim ersten Test werden nur zwölf Bäume analysiert. Für die Anklage ist das zu wenig. Vor Gericht muss nachgewiesen werden, dass alle Palo-Werde-Bäume in ganz Arizona verschiedene DNA-Profile haben. Deshalb schickt der Staatsanwalt Dr. Hellend-Jahres Hülsen von weiteren 100 Bäumen mit der Bitte, nachzuweisen, dass jeder dieser Bäume ein unterschiedliches DNA-Profil hat. Und er stellt Hellend-Jahres ein zweites Mal auf die Probe. Ich habe Hellend-Jahres nicht erzählt, dass ich noch einmal am Tatort war und noch eine Probe vom Baum mit der Abschabung geholt habe. Dr. Hellend-Jahres weist nach, dass jede einzelne Hülse ein eigenes DNA-Profil hat. Bis auf eine. Ich rief ihn an und war etwas beunruhigt, weil wir ja davon ausgingen, dass alle Bäume unterschiedlich sind. Diese Probe stimmte nun aber mit einer anderen überein, obwohl sie angeblich alle von unterschiedlichen Bäumen stammten. Es war ein Volltreffer. Ich wusste, dass er das herausfinden würde. Er hat unter 20 Proben die richtige gefunden, das richtige Gegenstück. Im direkten Vergleich in einer Rapid-Analyse ist es durchaus möglich, eine bestimmte DNA, gewonnen aus einer einzelnen Frucht, einem bestimmten Organismus aus einer Auswahl, aus einer Population von mehreren Hundert, von mehreren Tausend, ganz konkret zuzuordnen, das ist die Frucht, die von diesem Baum kommt. Mark Bogen wird verhaftet und des Mordes an Denise Johnson angeklagt. Er plädiert auf nicht schuldig. Fraglich ist, ob der neuartige DNA-Befund vor Gericht als Beweismaterial zugelassen wird. Noch nie zuvor wurde in einem Strafprozess eine pflanzliche DNA als Beweismaterial vorgelegt. Es gab eine Vorverhandlung nur vor dem Richter, um das wissenschaftliche Beweismaterial zu überprüfen und zu sehen, ob es in wissenschaftlichen Kreisen generell als rechtskräftig und seriös akzeptiert wird. Drei Tage lang diskutierten Anwälte und Wissenschaftler ohne die Geschworenen, ob eine pflanzliche DNA in einem Strafprozess zugelassen werden sollte oder nicht. Alle Wissenschaftler waren sich zumindest darüber einig, dass jede Pflanze, so wie jeder Mensch auch, eine einzigartige DNA hat und mit dem entsprechenden Test jeder Palo Verde Baum von einem anderen Palo Verde Baum unterschieden werden kann. Daran schien es keinen Zweifel zu geben. Die Verteidigung beantragt, Dr. Helen Tiaris Beweise zu verbieten. Doch Richterin Bolton lässt den DNA-Befund als Beweismaterial in der Verhandlung zu. Sie schafft damit einen Präzedenzfall in der Kriminalgeschichte. Es war das erste Strafverfahren im Land, in dem eine pflanzliche DNA als Beweismittel genutzt wurde. Was ist Denise Johnson in der Nacht des 2. Mai 1992 zugestoßen? Die Anklage glaubt, dass Mark Bogan Denise Johnson an einer Telefonzelle begegnet ist. Nach einem kurzen Gespräch fragt Denise, ob er sie ein Stück im Auto mitnehmen kann. Sie fahren an eine abgelegene Stelle, weil sie miteinander schlafen wollen. Bogan fragt Denise, ob er sie locker fesseln darf und bindet ihre Handgelenke mit Draht- und Schnursinkeln zusammen. Einige von Bogans Ex-Freundinnen können bezeugen, dass er Fesselspiele mag. Eine weitere Zeugin erzählt den Ermittlern, dass sie genau die Drahtsorte einige Tage zuvor in seinem Wagen gesehen hat. Irgendwann protestiert Denise Johnson gegen Bogans sexuelle Vorlieben und bittet ihn aufzuhören. Sie flüchtet aus dem Wagen und versucht wegzulaufen. Bogan verfolgt sie und reißt sie zu Boden. Im Kampf fällt Bogans Funkrufempfänger ins Gras. Der Mann erwirbt Denise mit ihrem T-Shirt und schleppt die Leiche in die nahegelegenen Büsche. Als Bogan flieht, streift er einen Palo Verdebaum. Dabei fallen zwei Samenhülsen auf die Ladefläche seines Wagens. Ein Augenzeuge beobachtet, wie ein weißer Pickup-Truck aus der Richtung des Tatortes kommt und an einem Stoppschild vorbei Richtung Phoenix rast. Der Zeuge sagt aus, dies sei gegen 1.30 Uhr morgens gewesen. Bogan wohnt nicht sehr weit entfernt. Seine Frau berichtet der Polizei, dass sie aufgewacht ist, als ihr Mann kurz nach 2 Uhr morgens nach Hause kam. Die meisten Beweise gegen Mark Bogan sind Indizienbeweise. Der Funkrufempfänger, der Draht, das Interesse an Fesselspielen und der Zeuge, der einen weißen Truck in der Gegend gesehen hat. Doch das entscheidende Beweisstück in diesem Fall ist die pflanzliche DNA. Es gab keinen Fingerabdruck, keinen Blutfleck und auch kein Haar. Es gab absolut nichts vom Opfer. Meistens findet man irgendetwas vom Opfer beim Angeklagten oder bei seinen Sachen. Er hat den Polizisten gegenüber zugegeben, dass er am Morgen danach seinen Wagen gewaschen hat. Er beseitigte alle Beweise bis auf die beiden Hülsen vom Palo Verdebaum. Die hat er übersehen. Er wusste nicht, wie bedeutsam sie sind. Sie brauchten einen Beweis, das Mark am Tatort war, denn er hatte eine glaubwürdige Geschichte. Ich hatte als Staatsanwalt eine Menge Beweise, die den Angeklagten belasteten. Aber erst die Hülsen des Palo Verdebaumes haben die Schlinge um seinen Hals zugezogen. Da die Verteidigung Dr. Helentiaris' Befunde nicht widerlegen kann, zweifelt sie das Beweismaterial an. Sie behauptet, jemand hätte die Hülsen in Bogens Wagen gelegt. Aber die Ermittler sagen, man hätte die Hülsen gefunden, bevor man Proben vom Tatort nahm. Wenn ich schon ein falsches Beweisstück irgendwo hinlegen würde, dann wohl eines, was eindeutiger passt und damit auch, naja, überzeugender ist. Die Geschworenen befinden Mark Bogen des Mordes für schuldig. Er wird zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt. Das Revisionsgericht bestätigt dieses Urteil. Mark Bogen behauptet weiterhin, unschuldig zu sein. Phoenix, 1992. Die Polizei findet ein abgetrenntes Bein in einem Müllcontainer. Doch wer ist das Opfer? Anthropologen, Toxikologen und Gentechniker untersuchen das Fundstück auf medizinische Hinweise und führen die Ermittler auf die Spur des Mörders. 8. Juni 1992. Beim Durchsuchen eines Müllcontainers macht ein Obdachloser einen grausigen Fund. Ein Müllsammler hatte eine große Plastiktüte gefunden. Als er sie öffnete, fand er dieses abgetrennte Bein darin. In der Tüte ist auch eine Säge. Die Kriminalbeamten Rico Fregosim und Joseph Petrosino kommen als Erste zum Tatort. Ich glaube, je länger ich hier bin, desto seltsamer werden die Fälle. Es ist schon unheimlich. Seit ich hier wohne, gibt es ständig irgendwelche Vorfälle, zu denen die Polizei gerufen wird. Der Fahrer der Müllabfuhr, Jesse Pena, erzählt der Polizei, dass er den Müllcontainer nur eine Stunde zuvor geleert hat. Der Container stand woanders. Jemand hat ihn verschoben. Keine Ahnung wer. Ich habe sofort gedacht, dass das Opfer wahrscheinlich über sämtliche Müllcontainer verstreut worden ist. Wir mussten nun hingehen und die restlichen Körperteile finden. Die Polizei durchsucht alle Müllcontainer im Umkreis von 5 Meilen. Sie hofft, weitere Körperteile zu finden, die mit Röntgenaufnahmen, Fingerabdrücken oder Details aus Vermisstenmeldungen verglichen werden können. Doch sie finden nichts. Der Rechtsmediziner hat nicht viel für eine Autopsie. Doch er findet heraus, dass das Bein von einem kaukasischen Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren stammt. Aus seinem Knie waren Narben, die entweder auf eine Verletzung oder Operation hindeuteten. In diesem Fall waren es Narben an der Knieoperation. Die Narben erleichtern die Identifizierung des Opfers aber nicht, denn sehr viele Menschen werden in dieser Form am Knie operiert. Wir haben dann den Muskel im Oberschenkel untersucht und bei der Überprüfung auf illegale Drogen fanden wir signifikant hohe Mengen Methamphetamine, also Speed, sowie Spuren von Amphetaminen. Die Person könnte also aus der Drogenszene stammen. Auf jeden Fall war sie bereits tot, als das Bein abgetrennt wurde. Die Tatsache, dass kein Blut am Bein war, deutete darauf hin, dass das Bein nach Eintritt des Todes abgetrennt wurde, als das Blut im Körper nicht mehr zirkulierte. Es war kein natürlicher Tod und es gab auch keine Anzeichen für einen Unfall, wie zum Beispiel einen Arbeitsunfall. Mit dem Bein als einziges Beweisstück konnten wir die Todesursache nicht feststellen, doch wir gingen von einem Gewaltverbrechen oder Mord aus. Anhand des Oberschenkelknochens, dem längsten Knochen im menschlichen Körper, wird die Größe des Opfers auf 1,80 Meter geschätzt. Doch niemand ist vermisst gemeldet, der männlich, weiß, ca. 1,80 Meter groß, zwischen 30 und 40 Jahre alt ist und vermutlich Drogen nimmt. Speed gehört zur Gruppe der Methamphetamine, die eine aufputschende Wirkung haben. Gemäß der Statistik haben mexikanische Drogenbarone im Jahr 1995 immense Mengen an Methamphetaminen nach Arizona geschleust. Die Behandlungszentren für Drogenabhängige in Arizona berichten, dass Methamphetaminen noch vor Kokain die meistgenommenen Drogen sind. Mit der Zahl der Verbraucher von Methamphetaminen ist auch die Zahl der Personen gestiegen, die an der Produktion und Verteilung der Droge beteiligt sind. Mehrere Tage nach der Entdeckung des Beins wird ein Speed-Dealer bei der Polizei vermisst gemeldet. Ist er das Opfer? Mein Freund ist seit ein paar Tagen verschwunden. Wie gebe ich eine Vermissen-Meldung auf? Er hatte Turnschuhe und eine Shorts an. Sie sagte, dass er öfter für ein paar Tage die Stadt verließ und nach Las Vegas fuhr. Doch er wäre jedes Mal zurückgekommen und hätte sonst eine Nachricht geschickt oder angerufen. Diesmal jedoch nicht. Der Vermisster heißt Norman Claus. Auf den ersten Blick passt er zu dem Profil des gesuchten Opfers. Claus ist 32 Jahre alt, 1,82 Meter groß, hat eine Knieoperation gehabt und dealt mit Methamphetaminen. Er war ein netter, aufgeschlossener Mensch und hatte viele Freunde. Ich kann mich nicht erinnern, dass sich jemand abfällig über Norman geäußert hätte. Claus ist zwar beliebt, hat jedoch auch Feinde. Die Polizei fährt zu seiner Freundin Patricia und zeigt ihr Fotos von dem gefundenen Bein. Patricia erkennt die Operationsnarbe, den Tennisschuh und den Strumpf wieder. Doch die Ermittler brauchen eine eindeutige Identifizierung und lassen deshalb einen DNA-Test durchführen. Um zu sehen, ob das Bein von Norman Claus stammt, mussten wir seine Eltern finden und mit ihm einen DNA-Test machen. Die DNA jedes Menschen stammt je zur Hälfte von der Mutter und vom Vater. Wenn man die DNA von Norman mit denen seiner Eltern vergleicht, könnte man feststellen, ob das Bein von ihm stammt. Dann aber stellt sich heraus, dass Claus adoptiert worden ist. Seine leiblichen Eltern sind unbekannt. Doch vielleicht gibt es für die Wissenschaftler eine andere Möglichkeit, ihn zu identifizieren. Als die Polizei in Claus' Vergangenheit forscht, findet sie heraus, dass er seiner jüngeren Schwester eine Niere gespendet hat. Die Ermittler nehmen mit dem Krankenhaus in Houston Kontakt auf, in dem die Transplantation stattgefunden hat. Vor jeder Transplantation werden Zellproben von potenziellen Spendern genommen, um sicherzugehen, dass der Empfänger das gespendete Organ nicht abstößt. Zum Glück bewahrt das Krankenhaus in Houston seine Zellproben 100 Jahre auf und somit ist doch ein DNA-Test möglich. Auf diesem Autoradiogramm sieht man die DNA von dem Muskel des gefundenen Beins. Sie wird mit der Zell-DNA von Norman Claus verglichen. Der DNA-Vergleich erfolgt auf Basis des sogenannten RFLP-Tests, an dessen Ende ein Röntgenbild steht, von dem die Banden der DNA abgelesen werden können. Das Ergebnis eines RFLP-Tests ist ein Röntgenbild, auf dem sich ein Bandenmuster befindet. Dieses Bandenmuster können wir hin zu Verwandtschaftsverhältnissen untersuchen. So sind die einzelnen Banden vom Verwandten in der Regel auf der gleichen Höhe. Der DNA-Vergleich beweist, das Bein stammt von Norman Claus. Ich hatte noch nie zuvor einen DNA-Fall, mit dem wir jemanden so identifiziert haben. Dieser Befund war eindeutig und ich habe gleich seine Familie in Texas benachrichtigt. Nachdem das Opfer identifiziert ist, konzentriert sich die Polizei auf die Suche des Mörders. Es beunruhigte mich, dass da draußen jemand herumlief, der gefährlich war und der Polizei noch mehr Ärger machen konnte. Die Polizei befragt Normans Freunde, um herauszufinden, wo er sich zuletzt aufgehalten hat. Normans Freundin Patricia offenbart Interessantes. Sie erzählte uns, dass Norman eine Vergangenheit als Hersteller von Methamphetamin hatte. Eine der letzten Personen, die er vermutlich gesehen hatte, war sein Geschäftspartner, Graham King, der auch im Methamphetamin-Geschäft tätig war. Die beiden waren gute Freunde, doch nach einem Streit wurden sie Konkurrenten im Drogengeschäft. Die Polizei findet Norman Claw's Auto nur einen Häuserblock von Kings House entfernt. Die Ermittler beantragen einen Durchsuchungsbefehl. Kings House ist geschützt wie eine Festung. Bissige Rottweiler bewachen den Hinterhof. Draußen sind Kameras angebracht, die King einen Überblick über das gesamte Grundstück bieten. Aus Schießscharten kann man auf jeden Zentimeter des Grundstücks zielen. Die Türen und die Fenster sind verstärkt. Nur mit einem Bulldozer hätte man da schnell reinkommen können. Als Drogenhersteller hatte er so einen Zeitvorsprung, um jede Menge Beweise verschwinden zu lassen. Die Polizei wartet, bis King aus dem Haus kommt, bevor sie ihm den Durchsuchungsbefehl vorlegt. Beim Durchforsten des Hauses entdecken die Ermittler ein umfangreiches Waffenarsenal. Was verbirgt Graham King noch in seiner Drogenfestung? Norman Claw's ist ermordet worden. Zuletzt soll er sich mit seinem Geschäftspartner Graham King getroffen haben. Als die Polizei dessen Haus durchsucht, entdeckt sie eine umfangreiche Waffensammlung. Wurde Norman Claw's mit einer dieser Waffen getötet? Er hatte alle möglichen Waffen, Schusswaffen, Armbrüste, Wurfmesser und andere Messer, die er an speziellen Plätzen versteckt hatte. Einige Waffen waren in seinem Bett, andere in den Wänden oder hinter den Türen versteckt. Er hatte alle Modelle, die man sich vorstellen kann. 400 Jahre alte, ebenso wie moderne Waffen. Die Polizisten finden auch Marihuana und Methamphetamine. Er probierte seine Drogen vermutlich zu oft. Das hat vielleicht sein Denkvermögen beeinträchtigt. Die Ermittler bemerken, dass King erst kürzlich die Wände und den Boden in der Waschküche renoviert hat. Es war frisch gestrichen, man konnte die Farbe noch riechen. Und dann brauch es in der Waschküche auch ganz stark nach einem Desinfektionsmittel. Die neue Farbe könnte wichtige Spuren an der Wand und auf dem Boden verdecken. Hat der Hausherr seine Waschküche einfach nur renoviert? Oder hat Graham King ein Verbrechen begangen, dessen Spuren er verwischen wollte? Um das herauszufinden, entfernen die Ermittler einen Tisch von der Wand in der Waschküche. Vielleicht befinden sich dahinter irgendwelche Spuren. Und tatsächlich, hinter dem Tisch, finden sie ein paar kleine Flecken. Wir glaubten, dass die gefundenen Flecken Blut waren. Wir nahmen Proben davon und rissen dann die ganze Wand auf. Die Flecken werden einem Castle-Mayer-Test unterzogen, bei dem die Eisenanteile im Blut reagieren. Das Testergebnis ist positiv. Trotz des Versuchs, alles abzuwaschen, fanden sie Spuren von menschlichem Blut und stellten fest, dass an diesem Ort viel Blut vergossen wurde. Jetzt muss festgestellt werden, wessen Blut es ist. Die DNA der Blutflecken an der Wand wird mit der des Muskels aus dem amputierten Bein verglichen. Sie stimmen überein. Wow, das bestärkte damals mein Glauben an die Macht der RFLP und der DNA-Technologie. Graham King will keine Fragen beantworten. Doch ein Freund von King meldet sich bei der Polizei. Er sagt aus, er verdächtige King, in ein Verbrechen verwickelt zu sein. Der Anrufer heißt Troy Killip. Er behauptet, in Graham Kings Hinterhof gearbeitet zu haben, als Norman Claus ins Haus ging, dies aber nicht mehr verlassen hat. Killip ist zwar kein Augenzeuge, dafür aber Ohrenzeuge. Seine Aussage wird von der Polizei auf Tonband aufgezeichnet. Ich hörte Schreie. Jemand schrie, ja, töte mich, töte mich, bring mich doch um. Der Mann rief meinen Namen. Ich hörte Schüsse und das ganze Geschehen. Ich hörte, wie ein Mann mit einer Axt zerhackt wurde. Ich weiß das genau, denn obwohl ich es nicht gesehen habe, kann ich mich an diese Geräusche erinnern und dass er nicht wieder rauskam. Troy Killip sagt aus, er habe eine Stunde lang gewartet und dann an die Tür geklopft, um sein Werkzeug zu holen. Ich klopfte an die Vordertür des Hauses und er entsicherte innen alle Türen und kam raus. Er zitterte stark und hatte sich umgezogen. Er sagte, komm rein. Ich ging rein und dort roch es überall ganz stark nach Desinfektionsmitteln. Ich drehte mich um und ging. Killip sagt weiter aus, King und Claus hätten sich gestritten. Es sei jedoch nicht um Drogen, sondern um eine Frau gegangen. Graham Kings Freundin hat etwas mit Norman Claus gehabt und ist wahrscheinlich von ihm schwanger gewesen. Graham hat das herausgefunden und wir vermuten, dass er ihn deshalb ermordet hat. Das ist eine große Drogenaktion, nur darum geht es. Und der Typ, der umgebracht wurde, hat die Frau des anderen gefickt. Umgebracht wurde er wegen Methamphetamin. Sie haben das Zeug hier in Phoenix hergestellt. Graham King wird unter dringendem Mordverdacht verhaftet. Die DNA-Ergebnisse und die Aussage des Rechtsmediziners, dass Norman Claus das Bein erst nach seinem Tod abgetrennt wurde, sprechen für sich. Dennoch weigert sich Normans Freundin Patricia, den Tod ihres Freundes zu akzeptieren. Norman ist nicht tot. Sein Tod wurde inszeniert. Das alles entspricht nicht der Wahrheit. Und deshalb kann ich nicht guten Gewissens mitmachen. Patricia glaubt, Norman habe seinen Tod nur vorgetäuscht, um irgendwelchen Problemen im Drogengeschäft auszuweichen. Die Staatsanwaltschaft zweifelt jedoch nicht an dem Mord und vermutet, dass Norman Claus nichts ahnend zu Graham Kings Haus gegangen ist. Dort kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung. Nachdem King Claus getötet hat, verpackt er die Leichenteile in Mülltüten. Irgendwann in der Nacht verteilt er die Tüten dann auf verschiedene Müllcontainer in der Stadt. Später reinigt King die Waschküche und streicht sie neu. Doch an der Wand hinter dem Tisch bleiben Blutflecken unentdeckt zurück. Er hatte ungefähr einen Quadratmeter der Wand ausgelassen. Dort waren genug Spuren, um eindeutig nachzuweisen, dass das Verbrechen dort passiert ist. Wir hatten Glück und haben gute Polizeiarbeit geleistet. Aber es gab auch ein paar Zufälle, mit denen wir sonst in unserem Job nicht rechnen können. Das abgetrennte Bein hat King in einen leeren Müllcontainer geworfen. Nicht für ihn. Der Container wurde nur eine Stunde, bevor er das Bein dort hineinwarf, geleert. Ansonsten hätten wir Norman Claus nie gefunden. Er wäre immer noch vermisst. Die anderen Körperteile von Norman Claus tauchen nie wieder auf. Verschiedene rechtsmedizinische Techniken wurden zur Lösung des Falles eingesetzt. Durch eine Knochenmessung hat man die Größe des Opfers festgestellt. Mithilfe der Toxikologie wurden die Methamphetamine in seinem Körper gefunden. Und anhand eines vergleichenden DNA-Tests konnte das Opfer identifiziert werden. Schließlich sind mit dem Castle-Mayer-Test Spuren entdeckt worden, die der Mörder nicht bemerkt hat. Die kleinen Blutflecken in der Waschküche werden bei einem DNA-Test als Normans identifiziert. Wir fragten uns anfangs, wie wir den Fall mit nichts als einem Bein lösen sollten. Doch er wurde tatsächlich gelöst. Mithilfe der Rechtsmedizin und der Zeugen. In nicht allzu ferner Zukunft soll anhand der DNA eines einzigen Blutflecks sogar das Geschlecht, die Haar- und Augenfarbe, die Größe, das Gewicht und die Rasse des Opfers bestimmt werden können. Vor der Verhandlung erleiden die Staatsanwälte aber einen Rückschlag. Ihr Zeuge Troy Killip weigert sich auszusagen, weil er Angst um sein Leben hat. Ich werde nicht vor Gericht gehen, auf keinen Fall. Diese Typen haben letztes Jahr dreieinhalb Millionen Dollar verdient. Vielleicht bricht der Mann aus oder lässt andere nach mir suchen. Er hat genug Geld, um zu bekommen, was er will. Daher treffen die Staatsanwälte eine Vereinbarung mit Graham King. Ich kam ihm entgegen, weil die Leute Angst vor Graham King hatten. In einer Verfahrensabsprache bekennt King sich des Totschlags für schuldig und entgeht so der Todesstrafe. Er wird zu 20 Jahren Haft verurteilt. Er hat ein Geschäft gemacht. Das Geschäft seines Lebens. 20 Jahre. Wenn er rauskommt, ist er nicht zu alt, zumindest nicht für jemand, der Methamphetamine herstellt und Menschen tötet. Es beunruhigt mich sehr, dass Graham King wieder rauskommt, weil er eine Gefahr für die Gesellschaft ist. Ich glaube, er würde es wieder tun. An diesen Fall erinnere ich mich immer wieder, wenn ich Führungen mache oder im College Vorlesungen über DNA halte. Diese Geschichte erzähle ich jedes Mal. Die DNA war sehr entscheidend. Ohne sie hätten wir den Fall nicht lösen können. Auch nach zehn Jahren akzeptiert Norman Claus Freundin die rechtsmedizinischen Ergebnisse nicht. Sie glaubt noch immer, dass Norman seinen Tod vorgetäuscht hat und irgendwann wieder zu ihr nach Hause zurückkommt. Hallo, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Ton. Norman und ich werden zurückrufen. Vielen Dank. Während eines Urlaubs in Kalifornien erfährt Earl Morris, dass seine Frau zu Hause in Arizona vermisst wird. Was? Wird vermisst? Was ist passiert? Auf der Suche nach Ruby Morris nehmen zahlreiche Ermittler, forensische Wissenschaftler und sogar die Küstenwache teil. Ich komme nach Hause. Die Ergebnisse der Untersuchung überraschen jeden, speziell Earl Morris. Ruby und Earl Morris sind seit über 20 Jahren verheiratet und Eltern von drei mittlerweile erwachsenen Kindern. Das Ehepaar bildet die Geschäftsführung im eigenen Steuer- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Sie hatten die Firma seit Jahren. Sie haben sie zusammen aufgebaut und alles lief sehr gut. Das Geschäft macht sie zu Millionären und so wachsen die drei Kinder in dieser luxuriösen Villa außerhalb von Phoenix auf. Am 4. Juni 1989 fährt Earl Morris zu einem Konzertauftritt seiner ältesten Tochter, Donna Kaye, nach Kalifornien. Sie ist Country-Sängerin und hat eine vielversprechende Karriere vor sich. Ehefrau Ruby entscheidet nicht mitzufahren und stattdessen mit Tochter Cindy für deren neues Haus Möbel zu kaufen. Doch Ruby erscheint am Sonntagmorgen nicht zur verabredeten Zeit bei ihrer Tochter. Das war so untypisch für sie. Sie hat jede Verabredung eingehalten oder angerufen und abgesagt. Doch diesmal war es anders. Ruby Morris ist nicht zu Hause. Die Alarmanlage ist ausgeschaltet und ihre Handtasche fehlt. Doch Rubys Auto ist noch da. Es steht jedoch nicht auf seinem üblichen Parkplatz. Da Ruby Morris aber eine penible Person ist, bemerkt ihre Tochter sofort, dass etwas nicht stimmt. Der Wasserhahn der Badewanne tropft. Und auf der Waschmaschine stapelt sich dreckige Kleidung. Ein Teppichschamponierer steht im Flur. Doch am meisten beunruhigt Cindy, dass die Kleinkaliberpistole fehlt, die sich normalerweise im Wandschrank befindet. Cindy ruft sofort die Polizei an. Ich erwartete, dass es sich wieder um einen dieser vermissten Fälle handelt, bei dem die Person nach ein paar Stunden gefunden wird. Die Alamite Polizei findet keinen Hinweis auf einen Einbruch oder Kampf. Das Haus machte einen makellosen Eindruck. Die Betten waren gemacht, die Böden äußerst sauber und außerhalb des Hauses gab es keine Anzeichen von Zerstörung. Beim Gang durchs Haus habe ich nicht bemerkt, dass es dort irgendein Problem gegeben hat. Es ist bekannt, dass Ruby gern in der nahegelegenen Wüste wandert und deshalb sucht die Polizei die Gegend mit Hubschraubern ab. Wenn sie irgendwo in der Wüste war und sich verletzt hatte, konnte sie nicht weit von zu Hause entfernt sein. Deshalb sahen wir unsere besten Chancen darin, sie mit dem Hubschrauber zu suchen. Doch wir haben nichts gefunden. Ich komme sofort nach Hause. Als Earl Morris erfährt, dass seine Frau verschwunden ist, kündigt er der Familie seine sofortige Rückkehr an. Doch die Fahrt aus Kalifornien dauert länger als erwartet. Als er verspätet zu Hause ankommt, wartet bereits die Polizei auf ihn. Morris erzählt den Beamten, dass die Beziehung zu seiner Frau trotz gelegentlicher Auseinandersetzungen gut ist. Ist sie schon vorher irgendwann einfach mal so verschwunden? Ja, ist sie, aber dann hat sie entweder angerufen oder sich über etwas geärgert. Auch Earl bestätigt überrascht, dass die Kleinkaliberpistole des Paares aus dem Wandschrank verschwunden ist. Wir ermittelten in mehrere Richtungen. Entweder sie war einfach verschwunden, es war Selbstmord oder aber Mord. Earl Morris erzählt der Polizei, dass sein Auto auf dem Rückweg eine Panne gehabt habe und er deshalb auf einen Mietwagen umsteigen musste. Doch als Detective Lagenbuhl in den Kofferraum des Autos blickt, findet er etwas Verdächtiges. An Earls Koffer hängt der aktuelle Gepäckaufkleber eines Fluges von San Diego nach Phoenix. Bei der Überprüfung der Passagierliste findet sich kein Earl Morris. Nur ein Reisender namens G. Norris ist aufgelistet. Die Polizei zeigt den Besatzungsmitgliedern der Maschine mehrere Fotos, unter denen sich auch eins von Earl Morris befindet. Und tatsächlich erinnert sich einer der Flugbegleiter an Morris wegen des schlecht sitzenden Toupets. Aufgrund dieser Ungereimtheiten durchsuchen die Beamten erneut das Haus der Familie, in der Hoffnung, doch noch verwertbare Hinweise zu finden. Daraufhin haben wir die Spurensicherung hinzugezogen und sie um den Einsatz von Luminol gebieten. Luminol ist ein Pulver, das mit destiniertem Wasser angemischt wird. Es entsteht eine chemische Substanz, mit deren Hilfe auch unsichtbare Blutflecken sichtbar gemacht werden können. Das Luminol wird aus einem Fläschchen direkt auf diejenigen Fläche gesprüht, von der man vermutet, dass sich dort Blut befunden hat, was jetzt vielleicht weggewischt ist oder teilweise nicht mehr sichtbar ist. Das Luminol wird durch das Blut dann zum Leuchten gebracht und man kann dann ziemlich genau sehen, wo diese Blutschmierer oder Blutabdrücke, die eigentlich sonst nicht mehr sichtbar wären, vorher waren. Die Spurensicherer beginnen im Schlafzimmer und sprühen Luminol auf das Kopfende des Bettes. Sofort wird ein Bereich blau. Es sind viele kleine Blutspritzer zu erkennen. Anhand der Verteilung der Form und der Größe der Spritzer konnte ich erkennen, dass sie mit hoher Geschwindigkeit aufgeprallt sind, wie bei einem Schuss. Die Einwirkung eines Schusses kann ganz verschiedene Blutspuren setzen. Es kann passieren, dass die Wunde einfach nur ausläuft und man eine Lache erhält. Natürlich ist es aber auch so, dass der Schusskanal in einer bestimmten Höhe ist. Da kann man also auch schon etwas über die Abtropfung lernen. Aber das Wichtigste ist, dass eine relativ hohe, starke Gewalt durch einen Schuss ausgeübt wird, was dazu führen kann, dass es viele kleine, feine Tröpfchen gibt, die sich dann beispielsweise auf einer Wand, die hinter der beispielsweise beschossenen Person stehen, die sich in alle Richtungen abbilden. Nur die Kugel einer Schusswaffe verursacht die gefundenen Blutspritzer. Bei einem Schlag oder Stich entsteht ein völlig anderes Blutungsmuster. Auf der Oberfläche und im Inneren der Matratze finden die Ermittler weitere winzige Blutflecke. Dann versprühen die Ermittler im Badezimmer-Luminol. Die gesamte Badewanne fing durch das Luminol an zu leuchten. Das Luminol enthüllt auch Blutspuren auf der Terrasse vorm Schlafzimmer, sowie auf dem Schlafzimmerteppich. Der gesamte mit Teppich ausgelegte Schlafzimmerboden fing an zu leuchten. Was wir sahen, bewies uns, dass ein gewaltsames Verbrechen stattgefunden haben musste. Vielleicht kein Mord, aber mit Sicherheit hatte jemand schwere Verletzungen erlitten. Doch von wem stammt das Blut? Und wo ist die verletzte Person? Die Ermittler vermuten, dass es Ruby Morris ist. Doch den Beamten fehlt eine Blutprobe der Vermissten, die mit den Flecken vom Teppich verglichen werden kann. Vielleicht können die Blutflecken vom Teppich mithilfe eines DNA-Tests zugeordnet werden. DNA wird innerhalb einer Familie nach ganz bestimmten Regeln vererbt. So kann auch ohne Kenntnis der Herkunft einer Blutprobe ein familiärer Zusammenhang zu einer anderen Person hergestellt werden. Ein neugeborener Mensch ererbt von seiner Mutter einen halben Chromosomensatz und von seinem Vater die andere Hälfte des Chromosomensatzes, während er die mitochondriale DNA komplett von seiner Mutter ererbt. Da die DNA von Kindern jeweils zur Hälfte von der Mutter und zur Hälfte vom Vater stammt, reicht den Wissenschaftlern das Blut des Kindes und von einem Elternteil, um das Profil des anderen Elternteils zu identifizieren. Und stimmt das DNA-Profil einer vermissten Person mit dem des Blutflecks überein, untersuchen die Wissenschaftler zusätzlich das Blut eines der Geschwister, um die Ergebnisse zu bestätigen. Übertragen auf den Fall Morris bedeutet dies, Cindy ist die Tochter von Ruby und hat eine übereinstimmende Bande mit dem gefundenen Blut. Und auch der Vergleich des DNA-Profils von Rubys Bruder mit dem Blutfleck ergibt eine übereinstimmende Bande. Es war sehr wahrscheinlich, dass die Flecken von Ruby und Morris stammen. Dann entdecken die Wissenschaftler etwas Eigenartiges. Als sie das DNA-Profil von Earl Morris mit dem von seiner Tochter Cindy vergleichen, entdecken sie keine übereinstimmenden Banden. Das bedeutet, Earl Morris ist nicht Cindys biologischer Vater. Und auch beim DNA-Vergleich mit Sohn Randy machen sie diese Entdeckung. Randy ist ebenfalls nicht sein leibliches Kind. Dessen DNA stimmt dafür aber mit der seines Großvaters überein, dem Vater von Ruby. Als Folge dieser Tests wird Rubys Vater wegen Inzest angeklagt. Er muss mit seiner Tochter Sex gehabt haben, als diese gerade 15 Jahre alt war. Was für eine Überraschung. Wir bemerken, dass es auch für die Familie und Earl Morris eine Überraschung war. Dann enthüllen die Kinder der Morris ihrerseits ein Geheimnis. Sie berichten, dass ihre Mutter in letzter Zeit depressiv war. Sie hatte herausgefunden, dass Earl mit ihrer Schwester Peggy ein Verhältnis hat. In der Tat haben Ruby und Cindy die beiden am Flughafen erwischt, als Peggy heimlich nach Phoenix kam, um Earl zu treffen. Wir hatten herausgefunden, mit welchem Flug sie kommen wollte, sind ihm zum Flughafen gefolgt und haben Fotos von beiden gemacht. Ich glaube, Mutter hat ihm gedroht, sich scheiden zu lassen, wenn er die Frau noch einmal treffen sollte. Ruby konfrontiert Earl mit der Affäre, doch der weigert sich, diese zu beenden. Ruby Morris heuert einen Anwalt an. Er soll herausfinden, ob Earl Peggy Firmengeld überwiesen hat. Dieser Brief, der zwei Monate vor Rubys Verschwinden verfasst wurde, fordert von Peggy hinten einen vollständigen Bericht über alle Zahlungen. Zudem findet die Polizei eine Kassette, auf der ein Gespräch aufgezeichnet ist, in dem Ruby ihre Schwester mit dem Verhältnis konfrontiert. Earl hatte gerade einen Herzinfarkt. Du weißt, wenn ich das morgen meinem Anwalt übergebe und dein Name erscheint, fliegt alles auf. Wir haben auch die Schwester Peggy näher betrachtet. Sie hatte ein Motiv und auch Gelegenheit, darin verwickelt zu sein. Sie lebte zwar in Louisiana, doch wir haben herausgefunden, dass sie einen Ferientrip nach San Diego geplant hat. Wir entdeckten, dass Earl sie angerufen hat. Peggy gesteht der Polizei, dass sie Earl kurz nach Rubys Verschwinden in San Diego treffen wollte, jedoch ihren Flug verpasst hat. Die Polizei weiß aber, dass Morris in San Diego war. Nicht nur sein Gepäckaufkleber beweist dies, sondern auch sein Auto, das am dortigen Flughafenparkplatz gefunden wird. Auf den ersten Blick erscheint das Auto unauffällig. Doch als der Innenraum mit Luminol besprüht wird, leuchtet auf dem Boden der Beifahrerseite ein Blutfleck auf. Die Größe lässt vermuten, dass das verletzte Individuum nicht mehr am Leben ist. Ruby Morris ist spurlos verschwunden. Als sie vermisst gemeldet wird, hält sich ihr Mann Earl in Kalifornien auf. Der behauptet, eine Autopanne gehabt zu haben. Doch als die Ermittler Fluggepäckabschnitte an einem Koffer finden und sein vermeintlich defekter Wagen am Flughafen steht, werden die Ermittler misstrauisch. Die Untersuchung des Fahrzeugs ergibt auf den ersten Blick nichts Auffälliges. Doch als die Ermittler im Inneren des Fahrzeugs Luminol versprühen, enthüllen sie einen großen Blutfleck. Ein DNA-Test ergibt, dass das Blut von Ruby Morris stammt und mit den Blutspritzern aus dem Schlafzimmer übereinstimmt. All dies deutete darauf hin, dass ein Mord geschehen war. Doch wir hatten noch immer keine Leiche. Wir wussten nicht, wo der Körper war. Wir wussten auch nicht, ob er den Körper nach San Diego gebracht hatte. Und wenn ja, warum? Wir hatten keinen Anhaltspunkt. Den ersehnten Anhaltspunkt liefert der Yachthafen von San Diego. Hier haben die Morris ein Boot liegen. Hafenangestellte berichten, dass Earl am 5. Juni mit seinem Boot aufs Meer gefahren ist. Doch die Suche der Polizei nach dem Boot bleibt erfolglos. Die Beamten bitten die Küstenwache um Unterstützung. Die berichtet, dass vor kurzem ein Boot in derselben Größe bei einem unerklärlichen Brand rund 13 Meilen vom Ufer entfernt gesunken ist. Das sind Originalaufnahmen des Brandes. Es gab keine Überlebenden. Niemand war zu sehen. Ungewöhnlich war die Art, wie es gebrannt hat. Das Feuer breitete sich von der Mitte aus. Normalerweise entsteht ein Brand im Maschinenraum oder am Treibstofftank. Es war von Anfang an sehr verdächtig. Auffallend war die Lage einer Laterne genau in der Mitte des Bootes. Es schien, als habe sie dort jemand hingeworfen und so den Brand entfacht. Doch als die Küstenwache am brennenden Boot ankommt, sind Name und polizeiliches Kennzeichen des Schiffes nicht mehr zu erkennen. Wir haben Schiffsexperten gebeten, sich Bilder von Earls Boot und die Fernsehaufnahmen anzusehen. Auch die Familienmitglieder haben sich ein paar Standbilder angesehen und alle meinten, es sei dasselbe Boot. Der Bootsanhänger von Earl Morris wird in der Nähe des Stapelaufs gefunden. Als wir den Bootsanhänger fanden, war es nicht mehr schwer, denn er stand in der Nähe eines Bootsverleihs. Sie hatten einen Eintrag, dass er am Tag des Brandes dort gewesen ist. Die Aufzeichnung beweist, dass Earl Morris am Morgen des 5. Juni ein kleines Boot gemietet hat. Gegen Mittag bringt er es zu der Zeit zurück, in der die Küstenwache das brennende Boot entdeckt. Erstmals wird vermutet, dass die Leiche von Ruby Morris auf dem brennenden Boot war und mit diesem im Pazifischen Ozean versunken ist. Der ideale Weg, Beweise zu zerstören. Man packt alle Beweisstücke in einen Glasbehälter und versenkt ihn auf den Meeresgrund. Eine sichere Sache. Das Boot ist in einer Gegend gesunken, in der das Wasser 3000 Meter tief ist und die vom Militär als Munitionsmüllhalde benutzt wird. Es gibt wenig Hoffnung, das Boot, die Leiche oder die Mordwaffe zu finden. Doch die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, genug Beweise für einen Mord an Ruby Morris zu haben. Blut im Bett, Blut am Kopfende, Blut im Auto und in der Badewanne. All das deutet auf ernsthafte Verletzungen hin. Wir konnten darlegen, dass bei diesem Mord eine Menge Blut vergossen worden ist und dass Ruby nicht mehr leben konnte. Alles zusammengenommen hatten wir Rubys Blut, ihr Bett und die schnell aufgetroffenen Blutspritzer der Schusswunde. Daran ist sie gestorben. In ihrem Bett. Zu Hause. Und wer war da? Earl Morris. Earl Morris wird des Mordes an seiner Frau Ruby angeklagt. Doch die Staatsanwaltschaft muss beweisen, dass es einen Mord gegeben hat. Denn es gibt keine Leiche. Wir mussten den Fall ganz von vorn aufbauen. Wir mussten beweisen, dass tatsächlich ein Mord geschehen ist, ohne einen physischen Beweis dafür zu haben. So rekonstruiert die Staatsanwaltschaft den Fall. Earl Morris hat am Morgen des 4. Juni das Schlafzimmer betreten. Nach den tödlichen Schüssen zerrt er Rubys Leiche ins Badezimmer und zieht ihr die Kleider aus. In der Badewanne wäscht er ihr das Blut ab. Dann zieht er ihr einen Jogginganzug an und bedeckt die Kopfwunde mit einer Baseballkappe. Da sein Auto keinen Kofferraum besitzt, platziert er die Leiche seiner Frau auf dem Beifahrersitz. Im Anschluss versucht er das Blut am Kopfende des Bettes, in der Badewanne und auf den Teppichen zu entfernen. Das Luminol enthüllt später diese Stellen. Dann begibt er sich mit der Leiche auf dem Beifahrersitz auf die 400 Meilen weite Reise nach San Diego. Aus der Kopfwunde seiner Frau tropft gleichmäßig Blut in den Fußraum. Selbst bei einem Tankstopp bemerkt niemand die Leiche auf dem Beifahrersitz. Als Morris in San Diego ankommt, lässt er sein Boot zu Wasser und bringt Rubys Leiche am helllichten Tag zusammen mit der Mordwaffe an Bord. Zusätzlich nimmt er eine Laterne und etwas Benzin mit. Nachdem er ein kleineres Boot gemietet hat, sticht er in See. 13 Meilen vom Ufer entfernt bereitet Earl Morris die Vernichtung des Bootes vor. Er will nicht nur die Leiche seiner Frau beseitigen, sondern auch alle weiteren Beweisstücke. Er gießt Benzin in sein Boot und steigt danach in das Gemietete um. Dann entzündet er die Laterne und wirft sie an Bord. Earl Morris entkommt, bevor die Küstenwache ihn bemerkt, dass er ihn bemerken kann. Nur wenig später entstehen die Bilder vom brennenden Boot, kurz bevor es sinkt. Weder Ruby Morris noch das Boot werden je gefunden. In der Verhandlung überrascht Earl Morris mit seiner Aussage. Er gibt zu, dass die Leiche seiner Frau auf dem Boot verbrannt und mit ihm gesunken ist. Und er gesteht, das Boot angezündet und versenkt zu haben. Doch Earl Morris behauptet, seine Frau nicht getötet zu haben. Er sagt aus, sie habe wegen ihrer Schuldgefühle und Depressionen Selbstmord begangen. Zu schwer hätten sie die unehelichen Kinder und das Verhältnis ihres Mannes belastet. Meine ersten Gedanken waren, dass man mir die Schuld an ihrem Selbstmord geben würde. Nach diesen Gedanken haben sie deine Entscheidung getroffen? Ja, habe ich. Was für eine Entscheidung? Zu vertuschen, was sie getan hat. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir nur Indizienbeweise für ihren Tod. Es gab keinen, der Ruby Morris verletzt oder sogar ihre Leiche gesehen hatte. Es gab auch niemanden, der gesehen oder gehört hatte, dass sie erschossen wurde. Morris behauptet weiter, er habe seine Frau mit der Schusswunde an der linken Schläfe gefunden. Als er ihren Totenkörper findet, schafft er aus Angst beschuldigt zu werden die Leiche weg und versenkt sie zusammen mit dem Boot. Doch das forensische Beweismaterial spricht für eine andere Version, denn die Blutspritzer beweisen, dass Ruby keinen Selbstmord begangen haben kann. Ruby war Rechtshänderin. Earl hat aber ausgesagt, die Schusswunde sei an der linken Kopfhälfte gewesen. Für einen Rechtshänder ist es aber nahezu unmöglich, sich mit dieser Hand in die linke Schläfe zu schießen. Doch das stärkste Argument liefert der Blutspurenbefund vom Kopfende des Bettes. Das Muster der Spritzer enthüllt zwei übereinanderliegende Blutschichten. Es müssen also zwei Schüsse abgefeuert worden sein. Ein Schuss kann nicht zwei verschiedene Blutmuster erzeugen. Es gab zwei Muster aus zwei unterschiedlichen Winkeln. Das kann man nicht mit einem Schuss hervorrufen. Und eine Person, die Selbstmord begeht, schießt sich nicht zweimal in den Kopf. Die Geschworenen halten Earl Morris Behauptung für eine weitere Hüge. Er wird des Mordes überführt und zu einer Gefängnisstrafe von 25 Jahren verurteilt. Im Alter von zwölf Jahren hilft dieser Junge mit seiner Zeugenaussage, den Mann zu verurteilen, der seine Mutter ermordet hat. Doch fünf Jahre später lassen ihn Unstimmigkeiten in der Autopsie zweifeln, ob die ermordete Frau tatsächlich seine Mutter ist. Bei einem Irrtum hat ein Mann unschuldig im Gefängnis gesessen. In dieser gehobenen Wohngegend von Mansfield, Ohio, lebt einer der erfolgreichsten Ärzte der Stadt. Dr. John Boyle, der von Familie und Freunden nur Jack genannt wird, hat eine gutgehende Praxis in Mansfield. Verheiratet ist Jack seit über 20 Jahren mit Noreen, die den erreichten Status in der Gemeinde genießt. Das Paar hat zwei Kinder, den zwölfjährigen Sohn Collier und die zweieinhalb Jahre alte Adoptivtochter Elisabeth. Von außen betrachtet macht die Familie einen glücklichen Eindruck. Doch Jack besitzt ein offenes Geheimnis. Er ist bekannt für seine zahlreichen Affären mit anderen Frauen. Noreen weiß davon, versucht aber dennoch, die Familie zusammenzuhalten. Doch spätestens als Collier seinen Vater eine andere Frau küssen sieht, versteht auch er, was vor sich geht. Das bringt für Noreen das Fass zum Überlaufen. Sie reicht die Scheidung ein. Doch Jack Boyle plant seine Praxis in das drei Autostunden entfernte Eerie zu verlegen. Er bittet Noreen mit ihm zu gehen, um dort einen Neuanfang zu wagen. Am Neujahrstag 1990 erscheint Noreen nicht zu einer Verabredung mit ihrer besten Freundin. Noreen wird sofort als vermisst gemeldet. Collier Boyle und seine Großmutter erzählen den Ermittlern, dass Noreen und Jack am Silvesterabend einen Streit hatten. Noreen habe direkt nach der Auseinandersetzung das Haus verlassen. Wenn man die aktuellen Umstände berücksichtigt, klingt alles plausibel. Sie verließ das Haus, weil sie wütend war. Ich kann nicht sagen, ob es andere Gründe für ihr Weggehen gab, wie zum Beispiel eine neue Affäre. Das wäre jedenfalls nichts Ungewöhnliches in unserem Job. Dr. Boyles Mutter sagt aus, Jack sei nach dem Frühstück nach Eerie gefahren, um am neuen Haus zu arbeiten. Noreens Freunde sind skeptisch. Sie können sich nicht vorstellen, dass die Frau ohne ihre Kinder das Haus verlassen hat. Es war untypisch für sie, ohne die Kinder zu gehen. Sie würde niemals etwas ohne Collier tun. Sie ging nirgendwo hin, ohne ihm Bescheid zu sagen. Doch Dr. Boyle ist nicht für Gewalttätigkeiten bekannt und seine Mutter sagt aus, sie habe in der Nacht nichts Ungewöhnliches oder Verdächtiges gehört. Tage vergehen, doch Noreen Boyle bleibt verschwunden. Jack bleibt bei seiner Version, dass Noreen das Haus nach dem heftigen Streit verlassen hat. Doch ein Nachbar kann in der fraglichen Nacht nicht schlafen. Er behauptet, niemanden gesehen zu haben, der zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens das Haus der Boyle verlassen hat. Daraufhin durchsucht die Polizei das Haus nach Hinweisen. Als wir in Hawthorne Lane ankamen, waren wir voll ausgerüstet. Wir trugen Schutzkleidung und suchten nach potenziellen Hinweisen auf einen möglichen Mord. Als wir fertig waren, zuckten wir mit den Schulden und gingen. Mittlerweile entwickelt sich auch die Praxis von Jack Boyle in Eerie. Als die Polizei in der Vergangenheit des Paares herumstöbert, entdeckt auch sie, dass Jack Boyle ein Schürzenjäger ist. Viele uneheliche Beziehungen treten zu Tage, von denen die ganze Familie wusste. Und auch, dass Collier seinen Vater beim Umarmen und Küssen einer Frau namens Sherry Campbell gesehen hat, bleibt den Beamten nicht verborgen. Bei diesem Treffen fällt dem Jungen auf, dass Sherry Campbell einen Ring von seiner Mutter am Finger trägt. Also hat er getan, was ein berechnender Mensch macht. Er hat den Schmuck seiner Frau gestohlen und ihn seiner Geliebten an den Finger gesteckt. Und so getan, als hätte er den Ring extra für Sherry Campbell gekauft. Nur sechs Wochen vor dem Verschwinden von Noreen, hat das Ehepaar Boyle das neue Haus in Erie gekauft. Auf dem Kaufvertrag steht die Unterschrift von N. Sherry Boyle. Doch Sherry ist nicht Noreens zweiter Name und die Personenbeschreibung des Immobilienmaklers passt ebenfalls nicht auf Noreen Boyle. Der Immobilienmakler hat die Damenbegleitung von Dr. Boyle als schwanger und sehr jung geschrieben. Und das stimmt natürlich nicht mit meinen Fotos von Noreen überein, auf denen eine etwas ältere, attraktive Frau mit blondem Haar zu sehen ist. Ebenso verdächtig ist, dass Jack Boyle nicht über den Verkaufspreis verhandelt hat. Als Gegenleistung für die volle Kaufsumme bittet er den Verkäufer bis zum 1. Januar auszuziehen. David Messmore vermutet, dass Boyle das Haus aus einem bestimmten Grund schon zum 1. Januar frei haben will. Und auch die häufigen Faden nach dem Verschwinden seiner Frau sind auffällig. Messmore besucht Collier Boyle in der Schule, damit er allein mit dem Jungen sprechen kann. Und tatsächlich hat der Junge diesmal mehr zu erzählen als bei früheren Befragungen. Collier, kannst du mir mehr erzählen über den Streit zwischen deinen Eltern? Ich hörte einen dumpfen Schlag aus dem Zimmer der Eltern. Collier war durch einen dumpfen Schlag aufgewacht. Kurz danach hat er gehört, wie sein Vater die Diele entlang zu seinem Zimmer kam. Er hat die Tür geöffnet und ihn lange angeschaut. Und ist am nächsten Tag etwas passiert, hat er morgen mit ihr gesprochen. Er sagte, Mutter sei auf einer Urlaubsreise. Und Collier hat auch Informationen über die Farben nach Eerie. Collier erzählte mir auch, dass die Schultern und Arme seines Vaters nach dem Wochenende in Eerie wund waren. Collier musste ihn mit Salbe einreiben, was ungewöhnlich war. Die Überprüfung der Geschäfte im Ort ergibt, dass Jack Boyle ein paar Tage vor Noreens Verschwinden einen Presslufthammer im Easy Rental Center in Mansfield ausgeliehen und eine Rolle Teppichboden gekauft hat. Der Immobilienmakler der Boyles erzählt den Ermittlern, dass Jack ungewöhnliche Fragen zum Haus gestellt hat. Er hat gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, den Boden im Keller tiefer zu legen, weil seine Kinder gern im Keller Basketball spielen. Schon merkwürdig die Beweisstücke. Er will den Kellerboden tiefer legen, er hat einen Presslufthammer gemietet und seine Frau ist verschwunden. Die Ermittler glauben, dass Sherry Campbell den Kaufvertrag im Namen von Noreen unterschrieben hat und von Jack Boyle als nächstes will sich die Polizei im neuen Haus von Dr. Boyle umschauen. Was sie findet, entbehrt jeder Vorstellungskraft. Drei Wochen nach dem Verschwinden von Noreen Boyle bekommt die Polizei einen Durchsuchungsbefehl für Jack Boyles neues Haus in Erie, Pennsylvania. Die Ermittler wissen, dass Dr. Jack Boyle wenige Tage vor dem Verschwinden seiner Frau einen Presslufthammer gemietet hat. Und Boyle ist in den letzten drei Wochen fast jeden Tag nach Erie gefahren. Das ist die Videoaufnahme der Polizei bei der Durchsuchung. In der Garage finden die Beamten den neuen grünen Teppichboden, den Boyle erst kürzlich gekauft hat. Von dort aus gehen sie in den Keller. Der Kellerboden ist vor kurzem gestrichen worden und neue Regale sind aufgestellt. Und dann habe ich unter den Regalen gesehen, dass der grüne Teppich ungefähr zweieinhalb Zentimeter herausragte, was ich sehr ungewöhnlich fand. Als die Spurensicherer sich im Keller umsahen, bemerkten sie dort neuen Betonboden. Es war so etwas wie Mörtel, es war sehr weich. Als wir dann die Regale ausbauten und den Teppich rausrissen, konnten wir eine kleine Vertiefung im Boden erkennen. Für mich war ganz klar, dass sie darunter lag. vorsichtig graben die Ermittler ein Loch und nehmen einen starken Geruch von Verwesung wahr. Nun, als wir das Loch gruben, bestätigte sich mein Verdacht. Was drei Wochen zuvor passiert war, würde sich in wenigen Minuten vor uns offenbaren. Unterhalb des frisch gegossenen Betons liegt der stark verweste Körper einer Frau mittleren Alters. Ihr Kopf ist mit einer Plastiktüte bedeckt. Die Leiche trägt eine Rolex, auf deren Rückseite Noreens Initialen eingraviert sind. Die Uhr ist am 31. Dezember stehen geblieben. Der Tag des Verschwindens von Noreen Boy. Ein forensischer Odontologe vergleicht die Zähne des Opfers mit Röntgenaufnahmen von Noreen Boyles Zähnen. Als er seine Arbeit beendet, also die Zähne verglichen hatte, erklärte er, dass es sich um die Person handelt. Er identifizierte die Leiche als Noreen Boyle. Die Autopsie ergibt, dass Noreen Boyle mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf geschlagen und dann erstickt wurde. Nun wissen die Staatsanwälte, warum Jack Boyle sein neues Haus früher besitzen wollte. Es war Teil des Plans. Er wollte sie am Morgen des 31. Dezember 1989 ermorden und brauchte eine Grabstelle. Deshalb wollte er sein neues Haus vor dem 1. Januar 1990. Das war Teil seines Mordplans. Es war vorher alles kalkuliert. Der Plan beinhaltet auch das Mieten des Presslufthammers und das Babysitting seiner Mutter, die während der Tat auf die Kinder achtet. Doch die Staatsanwälte können keinen Hinweis finden, dass die Leiche in Jack Boyles Auto nach Erie transportiert wurde. Wir haben das Auto untersucht, um irgendeine Verbindung zum Opfer herzustellen. Doch wir haben überhaupt nichts gefunden, was für eine Analyse verwirkbar war. Auf der Plastiktüte, in die Noreens Kopf eingewickelt wurde, gibt es keine erkennbaren Fingerabdrücke. Ein paar Tage später finden die Ermittler gut eine Tonne Betonsplitter auf einem abgelegenen Grundstück in Mansfield. Das Gelände gehört einem Geschäftspartner von Dr. Boyle, der auch Sherry Campels Onkel ist. Es war so aufgeschüttet, als hätte man Erde auf eine Grabstelle getan. Der Beton war so aufgetürmt, als wäre darunter jemand begraben worden. Ein Zeuge berichtet, dass er Dr. Boyle mit seinem Pickup-Truck in der Nähe der Stelle gesehen hat. Um zu erfahren, ob der Zementschutt aus dem Keller des Hauses in Erie stammt, nehmen die Ermittler Proben zur Analyse. Beton besteht aus verschiedenen Materialien, die anhand diverser Verfahren untersucht und bestimmt werden können. Im Beton zu untersuchen, gibt es eine ganze Reihe von Verfahren. Zum einen sind das makroskopische Verfahren. Man schaut dann, ob die Bruchstücke, die man gefunden hat, zusammenpassen. Und dann gibt es natürlich Analysenverfahren, die wir hier im Bereich der Betonanalytik, aber auch bei natürlichen Gesteinen zur Anwendung bringen. Das ist die Röntgenuntersuchung, das ist die Geröllanalyse oder auch die Dünnschliffuntersuchung mit dem Mikroskop. Im Fall von Dr. Boyle führt der forensische Geologe Larry Piscitelli eine petrographische Untersuchung durch. Wir rechnen den Prozentsatz der verschiedenen Bestandteile, vergleichen und bestimmen den Anteil des Zements, die feinen Stücke, deren Ausrichtung und können dann sagen, ob sie ähnlich oder unterschiedlich sind. Also es gibt sehr viele individuelle Unterschiede, was Betonarten anbelangt und man kann eigentlich dann auch eingrenzen, wo dieser Beton produziert worden ist. Man kann eingrenzen, woher die Zuschlagstoffe kommen und ich denke, aufgrund dieser weiten Spannweite der verschiedenen Betonarten, die es gibt, ist es dann auch gar nicht so schwierig zu entscheiden, ob zwei Bruchstücke von einem und derselben Probe stammen. Anhand dieser Untersuchung konnten wir beweisen, dass die Probe aus dem Zementhaufen in Mansfield mit der Probe aus dem Keller in Erie übereinstimmte. Sie hatten beide dieselbe Struktur. Und so rekonstruiert die Staatsanwaltschaft den Fall. Kurz bevor Noreen Boyle verschwindet, telefoniert sie noch mit einer Freundin. Dr. Boyle kommt gerade mit seiner Mutter nach Hause, die überraschend zu einem Kurzbesuch eintrifft. Doch der Besuch der Mutter ist keineswegs zufällig. Jack hatte die Einladung im Bewusstsein ausgesprochen, so während der Tat jemanden für die Kinder zu haben. Auch die Übernahme des neuen Hauses bereits zum 1. Januar und der gemietete Presslufthammer gehören zu seinem Mordplan. Neujahrsnacht 1990. Nach einem heftigen Streit schlägt Jack seiner Frau mit einem Hammer auf den Kopf. Er zieht Noreen eine Plastiktüte über den Kopf, wickelt sie in eine Zeltplane und trägt sie zum Auto. Kurz darauf schaut er in Colliers Zimmer, um zu überprüfen, ob der Junge etwas gehört hat. Doch dieser stellt sich schlafend. Am nächsten Morgen hat Boyle die Leiche seiner Frau bereits zum neuen Haus nach Eerie gebracht. Mit dem Presslufthammer schafft er Noreens Grab, füllt das Loch mit frischem Zement und verlegt den grünen Teppichboden darüber. Den Zementschutt transportiert er nach Mansfield, um auffälliges Beweismaterial von der Grabstelle zu entfernen. Dr. Jack Boyle wird des Mordes an seiner Frau angeklagt. Der Schlüsselzeuge gegen ihn ist sein eigener Sohn, der den Geschworenen von der Untreue seines Vaters berichtet. Ich sagte, Mama, bitte setz dich. Sie fragte, warum Collier? Ich sagte, bitte setz dich, ich musste etwas erzählen. Dann habe ich erzählt, dass ich glaube, Collier, das ist unmöglich, er kann keine Freundin haben. Dann erzählte ich ihr, Vater sie geküsst und umarmt hat. Ich gestand ihr, dass ich es auch getan habe. Sie fand das aber in Ordnung. Ich wusste, ich war in einer unmöglichen Position. Collier erzählt dem Geschworenen auch, was er in der Nacht gehört hat. Ich hörte ein dumpfes Geräusch. Kannst du den Klang bescheiden? Es war ungefähr so laut. Und ungefähr eine halbe Minute später habe ich so ein Geräusch gehört. Nur lauter. Ich war wie versteinert. Ich hatte panische Angst. diesen 12-jährigen Jungen zu sehen, wie er ohne irgendwelche Gefühle über den Mord seiner Mutter sprach und die Geräusche nachmachte, war unglaublich. Als er das Geräusch nachahmte, erschreckte sich jeder. Ich kann mich erinnern, dass in dem Moment alle zusammenzuckten. Das war für mich eines der herausragenden Dinge in diesem Prozess. Ich werde nie vergessen, wie er auf diesen Zeugenstand schlug, um nachzumachen, dass er in dieser Nacht aus dem Nebenzimmer gehört hatte. Die Geschworenen befinden Dr. Boyle für schuldig. Er wird zu einer lebenslangen Haft verurteilt und hat erst nach 20 Jahren Aussicht auf Bewährung. Doch das ist nicht das Ende der Geschichte. Nach der Verhandlung behauptet Jack Boyles Bruder, dass Noreen ihn am 2. Januar, also zwei Tage nach ihrer Ermordung angerufen hat. Er hätte dies auch schon in der Verhandlung aussagen wollen, sei aber nicht geladen gewesen. Jack Boyle, der im Gefängnis seine Unschuld beteuert, unterstellt dem Pathologen, das Opfer falsch identifiziert zu haben. Es gibt sicherlich Unstimmigkeiten, die eine erneute Autopsie rechtfertigen, eine sorgfältige Überprüfung, denn es geht hier um ein Kapitalverbrechen. Ein weiterer kritischer Beweis, der den Geschworenen nie zur Bewertung vorgetragen wurde. Und auch meine Meinung ist, der Körper ist nicht der von Marine. Um seine Behauptungen zu untermauern, deckt er Unstimmigkeiten im Autopsiebericht auf. Danach soll die Leiche die falsche Augenfarbe, die falsche Größe und ein falsches Gewicht gehabt haben. Zudem fehlt die Gallenblase. Der eigentlich entfernte Blinddarm ist jedoch vorhanden. Ein Blinddarm wächst nicht nach, wenn er entfernt wurde. Das ist physiologisch nicht möglich. Kolja, der mittlerweile 16 Jahre alt ist, schließt sich dem Wunsch seines Vaters nach einer Exhumierung an. Auch er ist über die Unstimmigkeiten im Autopsiebericht beunruhigt. Nach fast fünf Jahren will er Klarheit, ob die Polizei tatsächlich die Leiche seiner Mutter in dem Keller gefunden hatte. Die Leiche wird exhumiert und einem Mitochondrien-DNA-Test unterzogen. Es folgt die Bestätigung. Die Leiche ist eindeutig Noreen Boyle. Im Autopsiebericht gibt es zwar Fehler, doch der DNA-Test beseitigt auch Kolja Boyles letzte Zweifel. Das ist der wissenschaftliche Beweis, dass sein Verdacht aus der fraglichen Nacht und der Tod seiner Mutter traurige Realität sind. Eine junge Frau und ein gut aussehender Arzt verlieben sich auf den ersten Blick. Während eines romantischen Abendessens bei Kerzenschein träumen sie von einer Hochzeit am Strand beim Sonnenuntergang. Doch die Pläne platzen, als die Braut plötzlich unerklärlich krank wird. Der Medizin gelingt es nicht, die Ursache zu finden. Erst die forensische Wissenschaft und eine versteckte Kamera lösen das Rätsel. Im Alter von 33 Jahren ist Michelle Baker bereit zu heiraten und eine Familie zu gründen. Ihre Träume werden schon bald Wirklichkeit, als eine Freundin sie mit Dr. Maynard Manzing, einem neuen Arzt in der Stadt, bekannt macht. Zu diesem Zeitpunkt war ich die glücklichste Frau der Welt. Er war der Traum jeder Frau, sehr erfolgreich und sehr gut aussehend. Michelle arbeitet als Feuerwehrfrau und Sanitäterin. Manzing ist ebenfalls 33 Jahre alt und geschieden. Es war Liebe auf den ersten Blick. Nach nur einem Monat zieht Maynard Manzing zu Michelle nach Huber Heights. Das Paar verbringt die Wochenenden mit Maynards Kindern aus erster Ehe. Schon bald erhält auch Michelle die frohe Nachricht, sie ist schwanger. Er sagte, wir heiraten barfuß am Strand von Key West im Sonnenuntergang. Ich war hin und weg. Das Paar fliegt nach Florida. Doch bereits am ersten Abend bittet Maynard um eine Verschiebung der Hochzeit, damit seine Familie teilnehmen kann. Ich war niedergeschlagen, doch wenn es so sein sollte, wollte ich seine Wünsche respektieren. Am gleichen Abend besucht das Paar das Hardrock Café von Key West. Plötzlich bekommt Michelle starke Krämpfe und hat leichte Blutungen. Doch ihr Verlobter beruhigt sie und behauptet, das könne in einer Schwangerschaft vorkommen. Alles sei normal. Er wollte, dass ich mich hinlese. Alles sei okay. Am nächsten Tag war es weg. Nach der Rückkehr aus dem Urlaub geht Michelle zu Dr. John Shee, um sicher zu gehen, dass auch alles in Ordnung ist. Ich habe versucht, sie zu beruhigen, weil ich davon ausging, dass es nichts Bedenkliches war. Ich glaubte, Michelle war aufgrund ihres Alters beunruhigt, denn es war ihre erste Schwangerschaft. Sie machte sich Sorgen, weil sie zuvor Endometriose hatte und deswegen Probleme erwartete. Doch ich beruhigte sie, denn das lag schon lange zurück. Maynard kauft dieses 320.000 Dollar teurer Haus, in dem ihr gemeinsames Kind aufwachsen soll. Alles ging so schnell, wie ein Wirbelsturm. Die Romanze, das Baby und die unglaubliche Situation drumherum. Michelles Schwangerschaft verläuft weiterhin kompliziert. Die Krämpfe und ihre gelegentlichen Blutungen nehmen zu. Und ein überraschendes Geständnis von Maynard belastet von nun an auch noch die Beziehung und bringt die Hochzeitspläne in Gefahr. Der junge Arzt gesteht noch immer Gefühle für seine Ex-Freundin Tammy Irwin zu empfinden. Ich sagte zu ihm, du hast den Leuten so schlimme Geschichten über sie erzählt und dennoch empfindest du etwas für sie? Am 4. Juli 2000 möchte Michelle über das Wochenende zu Hause bleiben, während Maynard mit einem Freund angeln geht. Wir haben einen sehr schönen Morgen zusammen verbracht. Wirklich sehr schön. Dann hat er seine Sachen gepackt und ist gegangen. Am abend hört Michelle im Lokalradio eine ihr bekannte Stimme die sich ein Lied wünscht. Der Anrufer klang wie Maynard. In diesem Moment habe ich innegehalten. Ich war ganz starr und habe zugehört. Der DJ fragte, wer er sei, und er antwortete, Maynard. Sofort vermutet Michelle von Maynard belogen worden zu sein und bittet eine Nachbarin, sie zum Haus von Tammy Irvin zu fahren. Michelles Befürchtungen bestätigen sich. Es kommt zu einer Auseinandersetzung. Sie wusste nicht, dass Maynard bei mir lebte. Er hatte ihr erzählt, dass er mit einem Freund zusammen wohnt, obwohl er die ganze Zeit bei mir war. Sofort wirft Michelle Maynard aus ihrem Haus. Ich war am Boden zerstört. Ich konnte nicht glauben, wie man jemanden so hintergehen kann. Doch nur wenige Tage später lädt Maynard Michelle zu einem Picknick ein, um mit ihr zu sprechen. Er entschuldigt sich für sein Verhalten und bittet Michelle, es noch einmal mit ihm zu versuchen. Er kam zu mir zurück und behauptete, dass es ihm leid täte. Er schien es sehr ernst zu meinen. Das Picknick wird unterbrochen, als Michelle erneut krank wird. Ich wurde im Park so krank, dass ich nicht an mein Nachhause konnte. Alle fünf Minuten musste ich auf die Toilette. Es war nicht nur Erbrechen und Durchfall, sondern ich bekam nach 40 Minuten auch sehr starke Blutungen. Michelle geht sofort zu ihrem Arzt, der aber nichts Ernstes feststellen kann. Die Ultraschallaufnahme des Fötus ist normal. Erneut vermutet Michelle, dass die Symptome stressbedingt auftreten. Mittlerweile hat sich die Beziehung normalisiert und das Paar spricht wieder von Heirat. Er war liebevoll, massierte meinen Rücken und sah mit mir fern. Alles schien normal zu sein. Doch es passiert wieder. Michelle bekommt Krämpfe, blutet und muss sich übergeben. Ich dachte, dass es mit Angst und Stress zu tun hat und sie sich zu sehr aufregt, wenn sie ihren Freund trifft. Doch die Zwillingsschwester von Michelle, Melinda, bemerkt einen interessanten Zusammenhang. Sie sagte, findest du es nicht seltsam, dass du jedes Mal, wenn du mit ihm zusammen bist, krank wirst? Ich war schockiert darüber, was sie damit andeuten wollte. Michelle erinnert sich, dass Maynard in Florida die Getränke von der Bar zum Tisch gebracht hatte. Dort wurde sie zum ersten Mal krank. Und auch ihr Getränk beim Picknick, kurz vor der zweiten Blutung, hat er zubereitet. Doch was soll Maynard in die Getränke getan haben? Der junge Arzt hat einen Kurzurlaub mit seinen Kindern geplant. Michelle befürchtet, dass er sie wieder belügt. Um das herauszufinden, fährt Michelle erneut zum Haus seiner Ex-Freundin und entdeckt dort Maynards Auto. Durch ein offenes Fenster hört Michelle, wie Maynard und Tammy über ihre Schwangerschaft reden. Tammy fragte Maynard, was er mit dem Baby vorhat. Maynards Antwort war, dass sie sich keine Sorgen machen müsse. Er kümmere sich schon darum. Mein Herz blieb fast stehen. In diesem Moment wurde mir klar, dass irgendetwas im Gange war. Michelle erzählt der Polizei sofort von ihrem Verdacht, dass Maynard eine Fehlgeburt provozieren will. Als sie mit ihrer Geschichte fertig war, hielt ich sie für sehr unwahrscheinlich. So etwas bekomme ich sonst nicht zu hören. Ich war zuerst skeptisch und konnte mir nicht vorstellen, dass jemand so etwas macht. Das lag jenseits meiner Vorstellungskraft und war in meinen 25 Berufsjahren noch nicht vorgekommen. Die Polizei möchte mit Michelle einen Lügendetektortest machen. Doch das Gesetz verbietet diesen Test mit schwangeren Frauen. Wir erklärten ihr, dass wir aufgrund seiner beruflichen Stellung einen eindeutigen Beweis bräuchten, dass er dafür verantwortlich ist. Ohne Beweis kann die Polizei nichts machen. Und so entschließt sich Michelle, ihre eigenen Untersuchungen aufzunehmen. Zusammen mit einer Freundin versteckt sie eine Videokamera in einer künstlichen Pflanze. Der Bildausschnitt zeigt die Arbeitsplatte in der Küche. Ich hatte Panik. Ich hatte Angst, dass er sie sieht. Am Abend trifft sich das Paar zum gemeinsamen Abendessen. Während Michelle die Küche verlässt, um Steaks auf den Grill zu legen, bittet sie ihren Freund, die Getränke vorzubereiten. Die Falle ist gestellt. Schnappt sie auch zu? Die schwangere Michelle Baker vermutet, dass ihr Lebensgefährte Maynard mit vergifteten Getränken eine Fehlgeburt bei ihr provozieren will. Deshalb installiert sie in der Küche eine versteckte Kamera, die auf die Arbeitsplatte ausgerichtet ist. Am Abend eines gemeinsamen Essens bittet Michelle ihren Freund, die Getränke zuzubereiten, während sie die Küche unter einem Vorwand verlässt. Das Video enthüllt eindeutig, dass Maynard eine unbekannte Substanz in Michelles Getränk mischt. Als er Michelle das Getränk überreicht, entschuldigt diese sich und geht ins Badezimmer, wo sie einen Plastikbehälter versteckt hat. Als ich das Getränk in den Behälter goss, sah ich auf dem Boden meines Glases einen weißen Rückstand. Es war nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich viel. Dann habe ich mein Glas ausgespült und neue Cola hineingeschüttet. Die Probe habe ich versteckt. Dann ging ich wieder raus, setzte mich hin und aß mit ihm zu abend. Ich war angewidert, doch mir war klar, dass dies die einzige Art war, es zu beweisen. Das war die einzige Möglichkeit, ihn von meinem Baby fernzuhalten. Den Abend zu überstehen, fällt Michelle schwer, denn sie will das Getränk so schnell wie möglich zur Polizei bringen. Während des Essens klingelt ständig das Telefon. Es ist immer Tammy Irwin, die mit Menard sprechen will. Als Menard endlich weg ist, klingelt das Telefon noch einmal. Es ist der junge Arzt selbst mit einer niederschmetternden Neuigkeit. Er fragte, willst du wissen, warum Tammy so verärgert ist? Und ich sagte, ja, warum sagst du mir nicht einfach, warum Tammy so aufgebracht ist? Er sagte, weil sie meine Frau ist. Er hatte sie in dieser Woche geheiratet. Die Polizei bringt Michels Getränk sofort in ein rechtsmedizinisches Labor. Doch die Analyse von Getränkerückständen ist in der Regel nicht so einfach, denn die Experten wissen in den seltensten Fällen, wonach sie suchen müssen. Bei der Vielzahl an Medikamenten, die möglicherweise eingenommen worden sind, um die analytisch zu erfassen, gibt es zwei Wege. Einmal den toxikologischen Weg, dass man anhand der Symptome, wenn sie denn aufgetreten sind, versucht, die Substanzgruppe einzugrenzen. Und das Zweite, das mehr grobe Verfahren, dass man einfach in einem Screeningverfahren, das so breit wie möglich angelegt ist, versucht, so viel wie möglich Stoffe zu identifizieren. Die Polizei erbittet von einem Apotheker eine Liste der Medikamente, die den Fötus einer schwangeren Frau gefährden können. Ein Medikament, das sehr häufig gegen Magengeschwüre verschrieben wird und diese Nebenwirkungen zeigt, ist Zytotec. Der Inhalt von Michels Getränk wird mithilfe eines Gaschromatografen getrennt und danach durch das Massenspektrometer analysiert. Die Gaschromatografie trennt die Substanzen, die man zu suchen hat, oder so, die man identifizieren möchte. Und die getrennten Substanzen, davon werden dann sogenannte Spektren, Massenspektren anhand der Gewichte von den einzelnen, der Molekulargewichte der einzelnen Substanzen, werden Spektren hergestellt, die ähnlich vergleichbar sind mit einem Fingerabdruck, sodass wir also nach der Abtrennung über das Massenspektrometer die Identifizierung herbeiführen können. Das ist so ähnlich, als würde man 1000 Menschen haben. Man hätte ein Verfahren, um einen Menschen herauszufischen und dann nimmt man noch die Fingerabdrücke und dann weiß man, das ist genau der Tatverdächtige, den man sucht. Wir haben das Zytotec, das wir von einem Arzneimittelhersteller bekommen haben, mit der Substanz aus der Cola verglichen. Sie stimmten miteinander überein. Das hieß, die Cola beinhaltete Zytotec. Das Zytotec ist ein Medikament, welches gegen Magengeschwüre eingesetzt wird, und zwar hauptsächlich oder im Wesentlichen Geschwüre, die verursacht worden sind durch andere Medikamente, Aspirin beispielsweise, wenn es in hoher Dosis eingenommen wurde. Wenn jetzt eine schwangere Seuche eine Symptome hat und dann Zytotec einnehmen würde, dann könnte es zu Krämpfen der Gebärmutter kommen und damit zu einem Abort. Doch die Polizei steht vor einem Problem. Sie kann nicht eindeutig beweisen, dass es das Zytotec war, das Menard in das Getränk gemischt hat. Ein cleverer Verteidiger könnte behaupten, dass Michelle selbst das Medikament in ihr Getränk gemischt hat, um Menard absichtlich zu belasten. Wir wussten, dass eine Videokassette und eine Probe vom Kläger nicht die gleiche Rechtsgültigkeit haben wie eine Kassette und eine Probe von der Polizei. Deshalb installiert die Polizei ein paar Tage später ihre eigene Überwachungskamera in einer Spielzeugfigur in Michels Küche. Auch diese Kamera wird auf die Arbeitsplatte in der Küche gerichtet. Und erneut erhält Menard eine Einladung zum Abendessen. Sergeant May und ich haben in der Garage gewartet und beobachtet, was in der Küche passiert. Wie auf der ersten Videoaufnahme ging Michelle Baker wieder aus dem Haus, um Steaks auf den Grill zu legen. Dr. Manzing holte eine Arznei aus seiner Tasche und mischte sie in ihr Getränk. Sofort stürmen die Beamten in die Küche und verhaften Menard. Ich zeigte auf die Kamera und sagte, sie werden von dort oben gefilmt. Erst da sah er die Kamera. Ich hatte ihm gesagt, dass er sich nicht um das Baby kümmern muss. Und trotzdem hat er versucht, uns beide zu töten. Dieser Mann war erledigt. Er hat innerhalb von sechs Minuten seine Karriere und natürlich Michels Leben zerstört. Die Erklärungsversuche von Dr. Manzing sind kläglich. Er hat das Getränk vergiftet, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Als ich ihn fragte, ob er mit dem Problem das Baby meint, antwortete er ja. Labortests beweisen, dass auch diesem Getränk Zytotec zugemischt wurde. Bei der Durchsuchung von Manzings Auto findet die Polizei noch mehr Zytotec. Dr. Manzing wird des versuchten Babymordes angeklagt. Ich finde es einfach verachtenswert. Ich schäme mich, dass er ein Arzt ist. Er hat seine Autorität missbraucht, um eine Substanz zu bekommen, mit der er versucht hat, seine Ex-Verlobte zu vergiften. Obwohl Michel mehrere Male Zytotec zu sich genommen hat, scheint die Schwangerschaft normal zu verlaufen. Ich war jede Woche in der Arztpraxis, hatte jeden Monat Ultraschallaufnahmen. Sie waren sehr gründlich bei den Untersuchungen. In der Zwischenzeit wird Manzing gegen Kaution entlassen und wartet auf seine Verhandlungen. Ich brauche meine Familie und meine Familie braucht mich, speziell meine Kinder. Ich muss sie sehen, sie umarmen und ihnen die Liebe geben, die sie verdienen. Die Wahrheit wird bald rauskommen. Kurz vor der Verhandlung, in der 28. Schwangerschaftswoche, bringt Michel ein totes Mädchen zur Welt. Sie nennt es Makaila. Sie war schon tot. Es war ein schlimmer Tag. Meine Eltern waren da, als sie erlöst wurde. Meine ganze Familie war da. Meine Freunde. Alle haben Makaila gehalten. Jeder hat sie in den Arm genommen. Wir haben ihr gesagt, wie sehr wir sie lieben. Da keine Spuren von Zytotec in der Plazenta gefunden werden, kann die Todesursache des Babys nicht bestimmt werden und Manzing nicht belasten. Maynard hat mündliche und schriftliche Aussagen über seine Bemühungen gemacht. Er hat versucht, das Baby loszuwerden, denn seine Frau wollte nicht, dass er sich kümmert, wenn es geboren ist. Doch Michel ist überzeugt von Maynards Schuld. In meinem Herzen weiß ich, was er getan hat. Und mein Gefühl sagt mir, dass er dafür bestraft wird. Da eine Verhandlung Michel und ihre Familie sehr belasten würde, trifft die Anklage mit Michels Zustimmung eine Abmachung mit den Manzings. Tammy bekennt sich daraufhin schuldig, das Rezept für das Zytotec quittiert zu haben. Ihre Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Dr. Manzing bekennt sich des Vergiftens von Lebensmitteln und des Versuches der vorsätzlichen Tötung für schuldig. Er wird zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren verurteilt. Zudem verliert er seine Lizenz als Arzt und darf in den USA nie wieder praktizieren. Glücklicherweise haben Michels Verdacht, gute Polizeiarbeit und die Hilfe forensischer Technologien das Medikament schnell identifiziert. Es hätte auch sehr lange dauern können, das Medikament zu identifizieren, denn wir hatten keine Ahnung, wo wir anfangen oder wonach wir suchen sollten. Es hätte mehrere Monate dauern können. Und im Falle einer längeren Verzögerung hätte die Polizei vielleicht gar nicht mehr die Möglichkeit gehabt, das Verbrechen ein zweites Mal auf Video aufzunehmen. Kurz nach der Eröffnung seines Oldtimer-Restaurationsbetriebs wird Phil Rouse ernsthaft krank. Ärzte können die Ursache seiner Krankheit nicht finden, doch die forensischen Wissenschaftler gehen von einem Verbrechen aus. Seit jenem Tag, an dem Phil Rouse den verlassenen Fort A in einem alten Baumwoll-Lagerhaus entdeckt hat, sind Oldtimer sein Leben. Lange hat Phil als Verkäufer gearbeitet. Doch im Jahr 1997 gibt er diesen Beruf auf und verwirklicht mit der Gründung einer Oldtimer-Restaurationsfirma seinen Lebenstraum. Top Quality hat seinen Sitz in einer Garage neben seinem Haus in Bartlett, Tennessee. Phil war sehr aufgeregt beim Einstieg in dieses Geschäft. Das war sein Traum. Das Geschäft ist vom ersten Tag an erfolgreich. Schnell muss expandiert werden. Mangels Kapital spricht Phil seinen Freund und Nachbarn Steve White an. Der willigt ein, in das Geschäft zu investieren und fordert als Gegenleistung eine Teilhaberschaft. Ein weiterer Freund Phil's, Kimo Coelho, steigt ebenfalls in die Firma ein. Letztlich war jeder zufrieden, wie es lief. Wir hatten einen guten Anfang gemacht. Phil's Wissen, Talent und Erfahrung verhilft der Firma zum großen Erfolg. Ich mache diese Arbeit schon seit ich 15 bin. Ich glaube, ich habe meinen ersten Oldtimer mit 16 restauriert. Nur zwei Monate nach der Eröffnung wird Phil Rouse ernsthaft krank. Ich hatte keine Kraft mehr und mein Magen bereitete mir große Sorgen. Ich hatte Verdauungsprobleme und starke Brustschmerzen. Meine Hände und Füße wurden taub. Hinzu kommt, dass die Ärzte die Ursache nicht finden können. Sie haben Ultraschein mit mir gemacht, eine sogenannte CAT-Untersuchung. Doch alle Tests waren negativ. Unerklärlicherweise wird Phil's Krankheit immer schlimmer. Er nimmt 15 Kino ab und hat Mühe zu gehen. Auch seine Wahrnehmungsfähigkeit ist beeinträchtigt. Er kam nach Hause und sagte, Joe, ich glaube, ich habe oder bekomme Alzheimer. Ich fragte ihn, warum. Er antwortete, ich habe den Weg zum Geschäft vergessen. Um seine Investition zu schützen, kümmert sich Steve White während Phil's Krankheit um die Geschäfte. Im Dezember ist Phil davon überzeugt, dass er sterben wird. In dieser Nacht war ich so krank und hatte solche Schmerzen, dass ich mein Hemd auszog und mich auf den Linoleum-Boden in der Küche gelegt habe. Ich hoffte, dass vielleicht Kälte die Schmerzen und das Brennen in meinem Magen lindern würde. Beim Restaurieren von Autos werden oft Chemikalien und Lösungsmittel benutzt, die bei fehlender Belüftung Krankheiten verursachen können. Vielleicht ist das der Ursprung der Krankheit. Doch seine Ärzte zweifeln, denn niemand sonst in der Werkstatt ist krank geworden. Und so kommt Phil zu dem Schluss, dass ihn jemand umbringen will. Mit einem ungewöhnlichen Anliegen erscheint er bei der Polizei. Er bittet die Beamten, im Falle seines Todes eine Autopsie durchführen zu lassen, da er eine Vergiftung vermutet. Die Ermittler sind skeptisch. Ich beobachtete einige Beamte, von denen einer einem anderen einen Vogel zeigte. Ich wurde wütend und habe mich sehr darüber geärgert. Doch auch die Familie glaubt, dass Phil übertreibt. Ich wollte den Beweis, dass ihm jemand Schaden zufügt. Wir meinten, er hätte noch eine Weile abwarten können. Nichts konnte mich davon überzeugen, dass ich Unrecht hatte. Ansonsten wäre ich bestimmt nicht zur Polizei gegangen. Wenn Sie glauben, dass es mir leicht fiel, irren Sie sich. Phil ist verzweifelt. Ihn quält die Angst, dass er nur noch wenige Monate zu leben hat. Das Geschäft läuft indessen unter der Führung seines Freundes Steve White weiter. Der gibt sich optimistisch. Mein Geschäftspartner sagte, mach dir keine Sorgen, wenn du krank bist, bleib zu Hause, bis es wieder geht. Dann kommen Phil Rouse Gerüchte zu Ohren, dass seine Firma Rechnungen nicht bezahlt. Wir haben zwar Geld eingenommen, aber nie die Rechnungen unserer Lieferanten bezahlt. Rouse geht zur Bank und erfährt von zehn unbezahlten Schecks. Alle sind von Steve White ausgestellt und alle wegen zu geringer Deckung geplatzt. Und Rouse erfährt auch, warum seine Firma kein Geld mehr hat. Als ich die Kopien von den Rechnungen bekam und sie mir ansah, war ich überhaupt nicht glücklich. Die Firma zahlte für sein privates Handy fast 80 Dollar im Monat und trug auch seine Militärversicherung. Es gab Rechnungen von einer Wein- und Spirituosenfirma aus der Nähe, bei der er Fusel gekauft hatte. Phil entdeckt außerdem, dass Steve White einen Scheck in Höhe von 127 Dollar auf eine Firma namens American National ausgestellt hat. Da er sich an diese Firma aber nicht erinnert, ruft er dort an. Das war eine Lebensversicherung. Ich bat darum, etwas mehr zu erfahren und man sagte, dass die Versicherungssumme 100.000 Dollar betrüge. Der Versicherungsnehmer und Begünstigte war Steve Allen White. Doch die Lebensversicherung ist nicht auf Steve White abgeschlossen, sondern auf Phil Rouse. Und es gibt keine zweite Versicherung, die auf White abgeschlossen ist und Rouse begünstigt. Leona White behauptet, ihr Mann habe nichts Unrechtes getan, sondern nur versucht, seine Investitionen im Falle von Phil's Tod zu sichern. Steve war nicht für die Restauration der Autos zuständig. Seine Aufgabe bestand darin, das Geschäft zu leiten. Wir haben ständig versucht, Geschäftstreffen zu organisieren, um das Schickbuch zu bekommen, doch wir haben es nie gesehen. Jedes Mal, wenn die Rede von einem Treffen war, wurde Steve wütend, stand auf und verließ das Haus. Das machte uns etwas misstrauisch. Die Affäre gipfelt darin, dass White die Bankkonten der Firma auflöst, ohne Phil darüber zu informieren. Dieser erfährt es erst von einer Bankangestellten. Sie sagte, Mr. White sei vor zwei Tagen in die Bank gekommen, habe das Konto aufgelöst und sei mit 2943 Dollar wieder rausmarschiert. Sie hat es mir erzählt, weil es noch ausstehende Checks gab. Ihm war das egal. Er wollte nur das Geld. Rouse glaubt, als gleichberechtigter Teilhaber das Recht zu haben, die Transaktionen aufzuhalten. Doch er irrt sich. Als Phil's Anwalt die Partnerschaftsvereinbarung noch einmal durchgeht, stellt er fest, dass Phil nur zu zwei Prozent am Geschäft beteiligt ist, während Steve 98 Prozent der Anteile besitzt. Ich habe im Jahr 97 viele Sachen unterschrieben. Wenn Steve mit irgendetwas kam und meinte, ich müsste es unterschreiben, dann tate ich es. Dieser Vertrag war Betrug. Phil beginnt, seinen Partner zu verdächtigen und beschließt Dr. Kevin Merigian aufzusuchen, einen der anerkanntesten forensischen Toxikologen der USA. Er war einer der schlimmsten Fälle, die ich je hatte. Ich meine, er war wirklich richtig krank. Ich äußerte meine Vermutung, dass mich irgendjemand umbringen will. Ich aber absolut nicht wüsste, auf welche Art das geschieht. Dr. Merigian untersucht Phil's Urin und führt eine allgemeine ärztliche Untersuchung durch. Doch bevor die Ergebnisse feststehen, bekommt Phil eine weitere Hiobsbotschaft. Sein ganzes Vermögen, das er in das Geschäft eingebracht hat, darunter die Gebäude, sind auf seinen Partner überschrieben worden und stehen zum Verkauf. Phil Rouse befürchtet nicht nur zu sterben, er besitzt auch keinen Pendeln. Phil Rouse hat die Vermutung, dass es einen Zusammenhang zwischen den betrügerischen Vorfällen in seiner Firma und dem Verdacht der Vergiftung gibt. Mr. Rouse' Wahrnehmung funktionierte nicht mehr einwandfrei. Er konnte sich nicht mehr richtig konzentrieren. Er war sehr beruhigt. Um die Ursache seiner Krankheit herauszufinden, wird Phil's Urin auf Schwermetalle untersucht. Bei einer Vergiftung mit Schwermetallen sieht man eigentlich zunächst erstmal die Symptome des Magen-Darm-Traktes, Übelkeit, Erbrechen. Wenn die Dosis hoch ist, kann es auch zu Kopfschmerzen kommen, Herzproblemen kommen. Der Test weist Arsen in Phil's Körper nach. Die Konzentration hat einen hohen Level von 63, der aber nicht tödlich ist. Normalerweise kommt im menschlichen Körper kein Arsen vor. Lediglich der Konsum großer Mengen Meeresfrüchte kann das hervorrufen. Er sagte, Mr. Rouse, gibt es jemanden, der ihren Tod will? Ich fragte, was meinen Sie? Dr. Merigian vermutet, dass Phil vergiftet wird. Die vergifteten Zellen beinhalteten kein Arsen mehr. Arsen zerstört die Zellen und scheidet dann aus dem Körper aus oder lagert ein Knochen ab. Das heißt, man kann die schädliche Verbindung nicht identifizieren, obwohl der Schaden vorhanden ist. Phil versucht, sich an auffälliges Verhalten von Steve White zu erinnern. Und tatsächlich fällt ihm etwas ein. Jedes Mal, wenn sie zusammen gegessen oder etwas getrunken haben, hat sich sein Gesundheitszustand verschlechtert. Mir ist aufgefallen, dass jedes Mal, wenn wir zusammen gegessen hatten, ich am nächsten oder übernächsten Tag krank wurde. Das war jedes Mal so. Alarmierend ist zudem die Tatsache, dass Steve White ausgebildeter Chemiker ist und an der Highschool Chemie unterrichtet. Für einen letzten forensischen Test bittet Dr. Merigian Phil Rouse, etwas zu beachten. Ich habe ihm geraten, sich nicht die Haare schneiden zu lassen, damit ich sie zur Untersuchung in ein Labor schicken kann. Wenn jemandem Gift verabreicht wird, wandert es durch den ganzen Körper und wird gewöhnlich ausgeschieden. Doch zum Zeitpunkt der Einnahme setzt es sich auch an der Haarwurzel fest. Wächst das Haar nun aus, kann am Haarschaft festgestellt werden, wann die Einnahme stattgefunden hat. Wenn wir etwas wissen wollen über den Zeitpunkt einer Vergiftung, also einer längere Zeit zurückliegenden Vergiftung, das gilt für Schwermetalle, genauso für Medikamente und Drogen, dann können wir das an dem Haar, diese Analyse durchführen und die Befunde bekommen. Und zwar, das Haar wächst etwa im Schnitt zwischen ein bis anderthalb Zentimetern pro Monat. Und so kann man dann, wenn man eine bestimmte Zone, einen bestimmten Haarstrang dann untersucht, dann beispielsweise feststellen, wann was genommen wurde. Als Philzhaare lang genug sind, wird ein Exemplar dem sogenannten ICP-Test unterzogen, bei dem es auf 22 verschiedene Metallbestandteile untersucht wird. Das Haar wird in sechs Millimeter lange Stücke geschnitten. Jedes Stück kommt zusammen mit einer säurehaltigen Flüssigkeit in ein Fläschchen und wird sieben Stunden gekocht. Diese Mixtur wird dann dem ICP-Test unterzogen. Die Ergebnisse sind erschreckend. Zur Zeit seines Krankenhausaufenthaltes hat Phil kein Gift in seinen Körper aufgenommen. Doch davor, als er noch zu Hause lebte, war dies der Fall. Denn Dr. Merigian findet Spuren eines weiteren Giftes. Quecksilber. Ich glaube, er hat es irgendwie bekommen. Ich wusste nicht, wie oder wer es ihm verabreicht hat. Doch es gab keinen Zweifel, dass er mit Schwermetallen vergiftet wurde. Das Gesetz verlangt die Benachrichtigung der Polizei, sobald im Körper eines Menschen Gift gefunden wird. Als die Beamten von der Vergiftung und dem finanziellen Konflikt zwischen Phil und seinem Partner erfahren, veranlassen sie eine Durchsuchung des Hauses von Steve White. Nun hatten wir etwas, wonach wir suchen konnten. Es war jetzt wie eine normale Kriminalermittlung. Im Hinterhof entdecken die Ermittler in einem Schuppen ein Labor. Es sah aus wie ein kleines Chemielabor. Dort waren mehrere Gläser mit ungewöhnlichen Pulver und ein Brenner oder sowas ähnliches, wie man sie aus wissenschaftlichen Labors kennt. Leona White sagt aus, ihr Mann habe das Labor für ihre Kinder eingerichtet, um ihnen Wissenschaft näher zu bringen. Er erhitzte zum Beispiel Backpulver und Essig, um einen Vulkan herzustellen. Doch schon bald finden die Ermittler etwas, das für Kinder nicht geeignet ist. In einem Glas, das mit dem Wort Backpulver beschriftet ist, finden die Ermittler Rückstände von Quecksilber und Arsen. Das Arsen hat eine besondere Zusammensetzung und ist geruchs- und geschmacklos. Detektiv Doug Bailey konfrontiert White mit den Testergebnissen. Er sagt, das sei verrückt, absurd und lächerlich. Es sei auf keinen Fall Arsen. Bringen Sie es mir und ich werde es trinken. Und dann sagt er, dass er bestimmt kein Arsen benutzt hätte, um ihn umzubringen. Er hätte etwas genommen, das schneller wirkt und legal ist. Alles, was er bei der Polizei ausgesagt hat, ganze 21 Seiten, war falsch. Und ich bin mir nicht einmal sicher, ob Steve White sein richtiger Name ist. Bei der Durchsuchung der Geschäftsräume findet die Polizei einen Umschlag hinter einem Sicherungskasten. Die im Brief enthaltenen Materialien werden untersucht. Es sind Arsen, Antimon, Quecksilber und Blei. Alles hochgiftige Metalle. Ein Schriftsachverständiger vergleicht die Handschrift vom Umschlag mit der von Steve White. Sie stimmen überein. Steve White wird verhaftet und des versuchten Mordes an Phil Rouse beschuldigt. Doch noch hat die Staatsanwaltschaft keine Beweise, wie Phil Rouse vergiftet wurde. Wir konnten nicht nachweisen, wie die Metalle in Mr. Rouse Körper gelangt sind. Wir wussten nur, dass es viele Möglichkeiten gab. Phil Rouse erinnert sich an zahlreiche Begegnungen mit Steve White, bei denen er sich ungewöhnlich benahm. Vor dem Ausbruch der Krankheit haben Phil und Steve White in einem Restaurant zu Abend gegessen. Kurz nach der Bestellung beschwerte sich White über den schlechten Service und ging in die Küche. Er kam mit Phil's Vorspeise wieder, hatte seine aber nicht dabei. Mit einer Flasche Wein gibt es einen weiteren Vorfall. White hat Mr. Rouse eine Flasche Wein gegeben und darauf bestanden, dass er sie austrinkt. Später wollte er sie zurückhaben, um ihn neuen abfüllen zu können. Und White hat Phil oft zu Hause besucht, um mit ihm einen Kaffee zu trinken und über die Arbeit zu sprechen. Phil berichtet, dass Steve ihn ständig etwas holen ließ und er somit häufig Gelegenheit gehabt hätte, dem Kaffee etwas beizumischen. Gemeinsam erinnern sich Kimo Coelho und Phil, dass White sich angeboten hat, Hamburger zum Mittagessen zu holen. Nach dem Verzehr wurden beide krank. Sie haben sich darüber lustig gemacht und gemeint, dass sie Steve White nicht noch einmal losschicken, weil sie sonst wieder krank werden. Als Steve White mit diesen Beweisen konfrontiert wird, streitet er ab, etwas mit Phil's Krankheit zu tun zu haben. Sein Anwalt behauptet sogar, dass dies lediglich Indizien seien, die aber keine Beweiskraft hätten. Die Verteidigung weist außerdem darauf hin, dass die Laborergebnisse nur Spuren von Schwermetallen in Rouse-Körper belegen, jedoch keine tödliche Dosis. Für die Anklage ist das kein Argument. Sie unterstellt White, dass er absichtlich geringe Dosen genommen hat, um Phil Rouse langsam und unbemerkt zu vergiften. Ich hasse es, von ideal zu sprechen, aber es ist in der Tat der idealste Weg, jemandem Schaden zuzufügen. Wenn man es überhaupt nicht in Betracht zieht oder vermutet, bemerkt es auch ein Arzt nicht. Jemand, der hinterhältig ist, der versucht natürlich, etwas heimlich beizubringen, und zwar dann auch noch Symptome auszulösen, wo dann die ganze Umwelt und auch der Betroffene keinen Zusammenhang herstellen kann mit der Tat. Also, und deswegen waren ja die Schwermetalle so populär, und sie sind nicht mehr so populär, weil man es ja doch sehr lange nachweisen kann. Wichtig war die Tatsache, dass Gifte gefunden wurden. Die Menge, die benötigt wird, um Mr. Rouse zu töten, ist irrelevant. Relevant ist vielmehr die Tatsache, dass der angeklagte Gifte wie Arsen, Antimon, Blei und Quecksilber besaß. Die Anklage vermutet, dass Whites Motiv Geld ist. Nach Phil Rouse Tod wäre er schuldenfrei gewesen. Mehr als 90.000 Dollar belasteten sein Konto, die für einen normal verdienenden Lehrer eine beträchtliche Summe darstellen. Die Anklage lädt mehrere Kellnerinnen aus der Gegend von Bartlett vor. Alle berichten, dass Steve Whites ein großzügiger Trinkgeldgeber ist. Die Lebensversicherungssumme in Höhe von 100.000 Dollar hätte ihn von seinen Schulden befreit, wäre Mr. Rouse gestorben. Außerdem hätte er die kleine Firma zu 100 Prozent bekommen. Nach einwöchiger Verhandlung befinden die Geschworenen Steve Whites des versuchten Mordes, des Diebstahls und der Steuerhinterziehung für schuldig. Er wird zu einer Gefängnisstrafe von 31 Jahren verurteilt. Ohne die Tests auf Schwermetalle, die Dr. Marie Guillen gemacht hat, wäre mein Mann nicht mehr am Leben. Die Restaurationswerkstatt für Oldtimer ist jetzt geschlossen. White behauptet heute noch, dass er unschuldig ist. Diese Leute waren 14 Jahre unsere Freunde. Wir dachten zumindest, dass sie Freunde waren. Ich kann nicht glauben, dass er es getan hat. Ich weiß, dass Steve es nicht getan hat. Phils Extremitäten sind noch immer taub und seine beschädigten Nerven verhindern längeres Gehen. Dieser Kerl war mein Geschäftspartner und jetzt ist er im Gefängnis. Ich weiß nicht, für wie lange. Und ich bin womöglich für den Rest meines Lebens verkrüppelt. Zwei Familien sind zerstört worden. Und wer hat gewonnen? Sagen Sie es mir, wer hat gewonnen? Wichita Falls, Texas. Vier ungelöste Mordfälle beschäftigen die Polizei. Es sind die schlimmsten Verbrechen in der Geschichte der Kleinstadt. Über zehn Jahre gelingt es dem Mörder der Polizei zu entkommen. Erst Kaffee-Reste an einem Becher bringen die Ermittler auf die Fährte des Killers. Am 19. Januar 1985 verschwindet die 23-jährige Krankenschwester Toni Gibbs nach ihrer Nachtschicht im General Hospital. Ihr Auto wird verlassen an einer abgelegenen Straße, nicht weit vom Krankenhaus entfernt, gefunden. Es gibt weder fremde Fingerabdrücke, noch andere Anhaltspunkte im Auto. Es war die Achterbahn der Gefühle, so wie ein Albtraum, der nicht endet. Vier Wochen später findet ein Elektriker aus Texas Tonys Leiche auf einem abgelegenen Feld außerhalb von Wichita an der Route 281. In rund 30 Meter Entfernung steht ein alter Bus. In ihm werden Spuren von Blut gefunden, die mit dem von Toni Gibbs übereinstimmen. Es scheint, als sei das Opfer im Bus gestochen worden und später übers Feld gekrochen, um Hilfe zu holen. Bis zu diesem schrecklichen Vorfall hatte sie ihr Leben im Griff. So war es. Schon nach kurzer Zeit präsentiert die Polizei einen Verdächtigen. Der 24-jährige Danny Lovelin wird mit seinem Motorrad in der Gegend gesehen, in der Tonys Leiche gefunden wurde. Lovelin arbeitet als Triptease-Tänzer in der Stadt und fällt bei einem Lügendetektortest durch. Er ist zur Polizei gegangen und hat dort so getan, als ob er etwas über den Mord wüsste. Er hat sich selbst unter Verdacht gebracht. Die Ermittler finden heraus, dass sich Lovelin und Toni Gibbs kannten. Die zwei hatten sich ein paar Wochen zuvor in einem Nachtclub kennengelernt. Er gab zu, dass er wusste, wo das Feld ist, in dem sie gefunden wurde. Die DNA der Samenprobe von Tonys Autopsie wird mit dem von Lovelin verglichen. Die Ergebnisse sind nicht aussagekräftig. Dennoch wird Danny Lovelin des Mordes an Toni Gibbs angeklagt. Ohne Beweismaterial, das Lovelin mit dem Verbrechen in Verbindung bringt, stützt die Staatsanwaltschaft die Anklage nur auf Indizien. Nach zweitägigen Beratungen der Geschworenen kommt der Fall schließlich zum Stillstand. Sie konnten ihn weder freisprechen noch verurteilen, sodass der Prozess ergebnislos endete. Da nur sechs der zwölf Geschworenen Lovelin für schuldig halten, beschließt die Anklage, den Fall nicht erneut aufzunehmen. 16 Monate später geschieht ein weiterer Mord. Das Opfer ist die 21-jährige Kellnerin Tina Kimbrell. Sie war, wie man sich eine Tochter vorstellt, wissen Sie, mal wild, mal damenhaft. Einfach perfekt. Tina wird in ihrer Wohnung auf dem Sofa gefunden. Bei der Autopsie werden winzige Fasern in ihrer Lunge entdeckt, die von einem Sofakissen stammen. Alles deutet auf Tod durch Erstickung hin. Doch es gibt keine Anzeichen für einen sexuellen Übergriff. 16 Jahre ist es her. Aber es erscheint wie 16 Tage, 16 Stunden und dann wieder wie 16 Jahrhunderte. Wissen Sie, es ist, als sei Tina nie da gewesen und dann, als ob in zehn Minuten das Telefon klingelt und sie dran ist. Die Nachbarn sagen aus, sie hätten fünf Stunden vor der Entdeckung der Leiche gesehen, wie ein Mann aus Tinas Wohnung kam. Er war kaukasischer Rasse, 1,95 Meter groß, dunkelhaarig und trug eine Basketballkappe. Denny Lovlin passt nicht auf diese Beschreibung und wird deshalb auch nicht verdächtigt. Nur wenige Tage später gelingt der Polizei der erste Durchbruch. Ein Mann aus Galveston, namens Farron Wardrip, ruft die Polizei an und behauptet, wichtige Informationen zum Mord an Tina Kimbrough zu haben. Doch was kann Wardrip über einen Mord wissen, der 400 Meilen von seinem Wohnort entfernt stattgefunden hat? Farron Wardrip hat die High School abgebrochen. Er verdient sein Geld mit Gelegenheitsjobs und hat Alkohol- und Drogenprobleme. Tina will er bei ihrer Arbeit in der Bar kennengelernt haben. Tina Kimbrough war eine gute Freundin. Sie wusste von meinen Drogenproblemen und vielen anderen Dingen. Ich habe ihr alles erzählt. Wardrip gesteht, Tina ermordet zu haben. Das Motiv? Tina erinnerte ihn an seine Ex-Frau, die sich kurz vor der Tat von ihm getrennt hat. Wenn mich die Wut packte, sah ich ihre Augen, ich sah ihr Gesicht. Ich schrie heraus, wie sehr ich sie hasste. Ich weiß nicht, warum diese Wut als Kind in ihm entstanden ist und wie sie sich im Erwachsenen entwickelt hat. Er gibt seiner Ex-Frau Joanna für viele Dinge die Schuld. Joanna hätte ihn nicht verstanden, Joanna ging nicht arbeiten, aber er sträubt sich die Schuld, bei sich zu suchen. Die Polizei glaubt, Wardrip hat gestanden, weil er beim Verlassen der Wohnung gesehen wurde. Für ihn war es nur noch eine Frage der Zeit, bis er gefasst wird. Farron Wardrip bekennt sich des Mordes an Tina Kimbrough schuldig und wird zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt. Im Gefängnis, weg von Drogen und Alkohol, fing ich an, klar zu denken. Meine Emotionen beruhigten sich. Ich habe beschlossen, besser rauszukommen, als ich reinkam. Während seines Gefängnisaufenthaltes holt Wardrip den Highschool-Abschluss nach und entdeckte das Christentum für sich. Tinas Vater ging davon aus, dass Wardrip volle 35 Jahre im Gefängnis bleiben würde. Doch er irrt sich. Nach 13 Monaten haben sie mir mitgeteilt, dass er Bewährung bekommt. Ich hatte schreckliche Angst davor. Wissen Sie, für mich war er schon so gut wie entlassen. Zehn Jahre versucht Robert Kimbrough mit allen Mitteln zu verhindern, dass Farron Wardrip vorzeitig entlassen wird. Doch trotz der Anstrengungen der Kimbroughs ist Wardrip bereits nach elf Jahren auf freiem Fuß. Wissen Sie, die Opfer haben keinerlei Rechte. Ich würde Farron sagen, dass er verantwortlich ist, dass ich kein Großvater werde. Ich hasse ihn dafür, jeden Tag meines Lebens. Wardrip fährt nach Olney, um dort auf einer kleinen Farm in einer Kommune zu leben. Unterstützung bekommt er von seinen Eltern und den acht Geschwistern. Als er sogar eine Anstellung in einer Firma bekommt, gelobt er, ein neues Leben zu beginnen. Ein sehr netter, feiner und aufrechter Mann. Ich hätte ihm mein Kind anvertraut, auch heute noch. Ich habe großen Respekt vor ihm. Wardrip wird aktives Mitglied in der Hamilton Street Church, in der er sonntags auch unterrichtet. Und er heiratet wieder. Zurück in Wichita Falls. Staatsanwalt Barry Mecker hat große Sorgen. In seinem Gerichtsbezirk gibt es ungelöste Mordfälle. Dazu gehört der Fall Tony Gibbs und zwei weitere ungelöste Tötungen. Zirka ein Jahr vor dem Mord an Tony Gibbs ist die Krankenschwester Terry Sims gerade von der Arbeit nach Hause gekehrt. Jemand klopft an die Tür. Und dringt dann gewaltsam ein. Sie versuchte das Messer in seiner Hand abzuwehren und kämpfte so heftig um ihr Leben, dass er sie fesseln musste. Er hat ein Stück Schnur abgeschnitten und ihre Hände auf dem Rücken festgerunden. Terry Sims wird sexuell missbraucht und erstochen. Sie hat vielleicht noch vier Minuten mit diesen Verletzungen gelebt. Es ist kaum vorstellbar, was dieses junge Mädchen in den letzten Minuten vor ihrem Tod noch durchmachen musste. Auf Terry Sims' Schuh finden die Ermittler einen blutigen Fingerabdruck und eine Samenprobe wird sichergestellt. Es gibt zwar Verdächtige, doch niemand kann überführt werden. Ein Jahr später trifft das Schicksal die 21-jährige Ellen Plough, als sie gegen Mitternacht das Subs & Suts Restaurant verlässt und zu ihrem Auto geht. Er hat sich auf sie gestürzt, auf sie eingeschlagen und sie ins Auto gezerrt. Alan wird gezwungen, zu einer abgelegenen Stelle außerhalb der Stadt zu fahren. Dort wird sie erwürgt. Der Täter lässt die Leiche an einem grasbewachsenen Damm zurück. Mit Allens Auto fährt er zurück in die Stadt und lässt es dort in einer dunklen Straße stehen. Der Mord wird erst Tage später entdeckt. Die Leiche ist durch die Hitze stark verwest und kann nur anhand von Zahnröntgenaufnahmen identifiziert werden. Ob das Opfer vergewaltigt wurde, ist nicht mehr festzustellen. Drei Morde konnten innerhalb der letzten 14 Jahre nicht aufgeklärt werden. Barry Mecker bittet deshalb Detective John Little um die Wiederaufnahme dieser Fälle. Little hat besonderes Interesse an einem Fall. Ich kannte Tony Gibbs und meine Frau auch. Mit meinem Bruder zusammen habe ich an der Suche nach ihr teilgenommen. Barry Mecker bittet das Kriminallabor, die gefundenen DNA-Samenproben von Tony Gibbs und Terry Sims zu vergleichen. Wir erhielten die Nachricht, dass die Samenproben in der Tat vom selben Täter stammten. Jetzt war klar, dass wir es mit einem Serienmörder zu tun hatten. Bisher hatte niemand diese Verbindung hergestellt, da die Fälle von drei verschiedenen Behörden untersucht worden waren. Informationen wurden nicht ausgetauscht. Jetzt weiß John Little, dass er nur nach einem Mörder suchen muss. Doch nach elf Jahren sind die Erfolgsaussichten gering. Beim Durchforsten der Akten der ungelösten Fälle von Wichita Falls macht Ermittler John Little eine interessante Entdeckung. Farron Wardrip ist während seiner Untersuchungshaft im Fall Tina Kimbrough von einem Polizisten gefragt worden, ob er Alan Plough kennt, die nur wenige Monate zuvor ermordet wurde. Seine Antwort ist, ja. Doch dieser Tatsache wurde nie nachgegangen. Sie hätten mich verdächtigen können, wenn sie etwas aufmerksamer gewesen wären. John Little findet noch mehr Verbindungen. Alan Ploughs beste Freundin, Jenny Ball, wohnte mit Wardrip im selben Haus. Und es gibt noch eine Auffälligkeit. Miss Ball wohnte nur einen Häuserblock vom Tatort Bell Street entfernt, an dem Terry Sims umgebracht wurde. Als ich das in der Akte sah, wurde mir alles klar. Und ich wusste, dass die Fälle von zwei verschiedenen Behörden untersucht worden waren, die offensichtlich nichts miteinander in Verbindung gebracht haben. Little erfährt auch, dass Wardrip zum Zeitpunkt der Ermordung von Tony Gibbs als Hausmeister im gleichen Krankenhaus wie das Opfer gearbeitet hat. Das brachte eine Verbindung zu ihr. Beide arbeiteten zusammen, bevor sie Opfer wurde. Und ihr Auto wurde in Wardrips Wohngegend gefunden. John Little beschließt, nach Olney zu fahren, in der Hoffnung, dort auf irgendeine Weise eine DNA-Probe von Farron Wardrip zu bekommen. Seit seiner frühzeitigen Haftentlassung im Jahr 1996 lebt Wardrip in der kleinen Stadt. Mehrere Wochen überwacht Little die Fabrik, in der der Ex-Sträfling arbeitet. Um eine Probe von ihm zu bekommen, musste er etwas wegwerfen, das für ihn nicht mehr interessant ist, sodass wir keine Probleme mit Durchsuchung oder Beschlagnahmung bekommen. Little beobachtet Wardrip bei einer Kaffeepause. Er hat den Becher auf das Autodach gestellt. Ich musste mich richtig zurückhalten, um nicht über die Straße zu laufen und den Becher zu nehmen. Dann beobachtet Little, wie Wardrip den Papierbecher in eine Mülltonne wirft und ergreift seine Chance. Ich ging zu ihm mit jeder Menge Kautabak im Mund und fragte, hey, haben Sie einen Spuckbecher oder etwas Ähnliches? Er zeigte zur Mülltonne und sagte, sicher, bedienen Sie sich. Doch beim Blick in die Mülltonne sieht er nicht nur einen, sondern mehrere Kaffeebecher. Little muss jetzt schnell handeln, ohne zu wissen, welcher Wardrips Becher ist. Es kam mir wie eine Ewigkeit vor, als ich da hineinsah. Er stand direkt hinter mir. In einem Becher war noch etwas Kaffee und am Rand Krümel von Käsekräckern. Ich hatte beobachtet, dass er Käsekräcker gegessen hatte und dachte, das muss der Becher sein. Der Becher wird sofort zur Analyse ins kriminaltechnische Labor geschickt. Judy Floyd untersucht ihn auf Hautzellen und findet auch Kräckerkrümel, von denen sie hofft, eine DNA gewinnen zu können. Ich habe den Becher mit einem sterilen Baumwollstäbchen abgetupft, um Epithelzellen aufzunehmen. Vom Tupfer habe ich dann die DNA extrahiert. Als nächstes vergleicht Floyd die DNA vom Kaffeebecher mit denen der Samenproben von Terry Sims und Tony Gibbs. Als ich das vollständige Profil aus den Zellen von Mr. Wardrips Kaffeebecher erstellt hatte, sah ich, dass es exakt mit den Profilen von den beiden Tatorten übereinstimmte. Um die Häufigkeit dieses DNA-Profils in der Bevölkerung herauszufinden, führt Judy Floyd einen sogenannten DQ-Alpha-Test durch. Das Ergebnis zeigt, dass Farron Wardrip einen extrem seltenen DQ-Alpha-Typ hat. Es war ein 1.34 und das ist nicht sehr häufig in der Bevölkerung. Allein dieses Merkmal ist selten. Und zusammen mit seinen anderen genetischen Merkmalen ergibt es ein Profil, das nur einmal in der gesamten Weltbevölkerung vorkommt. Und Judy Floyd erinnert sich an das folgende Telefonat mit John Little. Ich wusste, dass er Luftsprünge machte. Ich konnte fast hören, wie er seine Hacken zusammenschlug. Er war, gelinde gesagt, begeistert. In der Zwischenzeit ist es Beamten in Austin gelungen, die Blutspur von Terry Sims' Schuh zu sichern und sie mit den Fingerabdrücken von Wardrip zu vergleichen. Der Abdruck war vom Mittelfinger weit unten, fast in der Handfläche. Hätten wir nicht gewusst, woher dieser Abdruck stammt, hätten wir viele Abdrücke vergleichen können und den richtigen jedes Mal verfehlt. Doch es ist eindeutig Wardrips Abdruck. Es war ein sehr aussagekräftiges Beweisstück. Er hatte ihr die Schuhe ausgezogen und sie mit seinen blutigen Händen angefasst. Nach 15 langen Jahren wird Farron Wardrip wegen der Mörder an Terry Sims, Tony Gibbs und Alan Plough verhaftet. Als er mit den DNA-Beweisen konfrontiert wird, ist er geständig. Ich glaube, ich kenne niemanden, der so gefühlskalt ist wie er. Beim Verhör merkt Wardrip nicht, dass er neben dem Mann sitzt, der ihn in die Falle gelockt hat. Ich fragte ihn, ob er mich wiedererkennt. Ich sei derjenige, der den Kaffeebecher nahm. Er behauptete, nein. Kurz vor Ende des Verhörs besteht Wardrip noch einen fünften Mord. Es gab noch jemanden. Ich glaube, ihr Name war Deborah Taylor. Zwei Monate nach dem Mord an Tony Gibbs hat Wardrip Wichita Falls verlassen und ist nach Fort Worth gezogen. Dort hat er in einer Bar die zweifache Mutter Deborah Taylor kennengelernt. Deborah war mit ihrem Mann in der Bar, der diese jedoch wegen Müdigkeit ein paar Stunden früher verlassen hat. Wardrip fordert sie zum Tanzen auf und bietet ihr später an, sie nach Hause zu fahren. Als Deborah sich auf dem Parkplatz gegen seine Annäherungsversuche wehrt, tötet er sie. Wardrip legt Deborahs Leiche auf eine abgelegene Baustelle, wo sie eine Woche später von Bauarbeitern gefunden wird. 14 Jahre wird Deborahs Ehemann Ken verdächtigt, obwohl er nie angeklagt wurde. Es hat sein Leben zerstört. Seine eigene Familie hat sich gegen ihn gestellt und auch Deborahs. Eigentlich jeder glaubte, dass Ken Taylor seine Frau ermordet hat. Ich denke, Mr. Wardrip kann froh sein, dass die Polizei ihn vor mir bekommen hat. Die DNA-Ergebnisse bringen noch eine weitere Erkenntnis. Danny Laughlin, der wegen Mordes an Tony Gibbs vor Gericht stand, wird endgültig und zweifelsfrei entlastet. Er fährt dies aber nie selbst. Laughlin starb drei Jahre zuvor bei einem Autounfall. Am 4. Oktober 1999, fast 15 Jahre nach den Taten, gesteht Farron Wardrip alle Morde und wird zum Tod durch eine Injektion verurteilt. Ich habe nie gezweifelt, dass sie mich kriegen. Ich wusste, dass ich Beweismaterial hinterlassen hatte. Die Detektives haben alle Beweise überprüft, auch die Verhöre. Mein Name war im Jahr 1986 genauso präsent, wie er es jetzt im Jahr 1999 ist. Es ist mir immer noch ein Rätsel, dass sie es nicht gemerkt haben. Ich war wirklich ein Serienmörder. Fehler passieren, doch den Entscheidenden haben wir nicht gemacht. Aufgeben, das haben wir nicht getan. Bis heute wartet Farron Wardrip auf die Vollstreckung des Urteils. Portland, Maine. Der 11-jährige Ricky Stetson absolviert sein abendliches Jogging. Zeugen beobachten den Jungen und bemerken auch einen Mann mit Fahrrad direkt hinter Ricky. Am nächsten Tag wird die Leiche des Jungen auf einer nahegelegenen Rasenfläche gefunden. Er wurde ermordet. Der Täter hinterlässt wenig Anhaltspunkte. Nur ein Detail ist interessant und es wird zur verräterischen Unterschrift. Der 11-jährige Ricky Stetson lebt mit seiner Familie in einem Arbeiterviertel von Portland. Die Küstenstadt ist als beliebter Urlaubsort bekannt. 23. August 1983. Ricky verlässt gegen 8 Uhr abends das Haus seiner Eltern, um zu joggen. Er kehrt nie zurück. Seine Leiche wird am nächsten Tag auf einer Rasenfläche abseits des Gehweges gefunden. Soweit ich mich erinnere, gab es sowohl äußere als auch innere Hinweise auf Erstickung. An seinem Hals waren Würgemahle zu erkennen. Für den Rechtsmediziner schien es, als sei er mit den Händen oder einem Strick erwürgt worden. Die Autopsie ergibt keine Hinweise auf sexuellen Missbrauch. Allerdings sind dem Jungen Messerstiche zugefügt worden und es finden sich mehrere Bisswunden am Körper. Die Bisswunden wurden mit einem Messer ausgehöhlt. Keiner der forensischen Zahnärzte hatte bisher einen Fall, in dem eine Bisswunde aufgeschlitzt und eingekerbt wurde, um sie zu verbergen. Hier spricht das Gesetz von einem Verbrechen mit Unterschrift. Der Täter hat seine Unterschrift auf einzigartige und ungewöhnliche Weise am Tatort hinterlassen. Der Mord an Ricky Stetson erinnert die Polizei von Portland an eine Reihe von Messerstechereien, die zwei Jahre zuvor im Stadtteil Oakdale stattgefunden haben. Michael Whittam war erst neun Jahre alt, als er dem sogenannten Oakdale-Slasher begegnete. Es gibt dort ein bewaldetes Gebiet mit Wegen zwischen den Häusern. Ein Kerl, den ich nicht kannte, rief mich zu sich. Er fragte nach meinem Namen, nach Alter und Adresse. Als ich geantwortet hatte, konnte ich gehen. Kurz nach dem Umdrehen hat er mich geschnappt und in die Kehle geschnitten. Er hat mich geschnappt, um mich zu kümmern. Whittam schafft es zu fliehen. Die schwere Verletzung am Hals muss mit zwölf Stichen genäht werden. Er beschreibt seinen Angreifer als Teenager oder Anfang 20 mit weißer Hautfarbe. Diese Beschreibung deckt sich auch mit den Zeugenaussagen im Fall Ricky Stetson. Ein Jahr sucht die Polizei nach dem Mörder, ehe der 24-jährige Joseph Anderson verdächtigt wird, der bereits im Zusammenhang mit einem versuchten Mord an einer Neunjährigen aufgefallen ist. Doch es gibt ein Problem. Die Polizei von Bellevue, Nebraska, hat einen ähnlichen Mordfall. Ein 13-jähriger Junge ist mit vergleichbaren Stichwunden aufgefunden worden. Sollte der Mordfall von Bellevue etwas mit dem Fall Stetson aus Portland zu tun haben, kann der ständig überwachte Joseph Anderson nicht der Mörder sein. Dann läuft ein Serienmörder frei herum und mordet im Umkreis von 1500 Meilen. Dieser zweite Vorfall ereignet sich im Herbst 1983. Die Polizei von Bellevue sucht den vermisst gemeldeten 13-Jährigen Danny Joe Ebbele. Als der Junge am frühen Sonntagmorgen die Zeitung austrägt, verschwindet er auf mysteriöse Weise. Er hatte einen Teil seiner Route mit Zeitungen beliefert und ist dann verschwunden. Er war weder bei Freunden oder Bekannten noch irgendwo in der Nachbarschaft. Da wussten wir, dass etwas nicht stimmt. Danny Joes Fahrrad wird vor einem Haus gefunden, das er mit Zeitungen beliefert hat. Doch es gibt weder Hinweise auf einen Kampf noch sonst eine Spur von dem Jungen. Bruder, Schwester, Mutter und Vater alle behaupteten, dass ihm dieses Fahrrad alles bedeutete. Er trug Zeitungen aus, um weitere Zubehörteile kaufen zu können. Er war richtig stolz darauf. Im ganzen Bundesstaat Nebraska sucht die Polizei nach Danny Joe Ebbele. Ein Foto des Jungen erscheint sowohl im Fernsehen als auch in den Zeitungen. Doch drei Tage später bestätigen sich die Befürchtungen der Ermittler. Danny Joe Ebbeles Leiche wird an einem abgelegenen Straßenabschnitt gefunden. Vier Meilen von seinem Fahrrad entfernt wurde er erstochen. Bürgermeister Joe Baldwin überbringt der Mutter des Jungen die grausame Nachricht. Wir brachten ihr die Nachricht und haben alle geweint, sogar der FBI-Beamte. Jeder Einzelne von uns hat geweint. Es ist furchtbar, einer Frau erzählen zu müssen, dass ihr Sohn tot aufgefunden wurde. Das war die schlimmste Aufgabe meines Lebens. Sie hatte es geahnt. Als sie den Jungen mit dem Fahrrad wegfahren sah, sagte eine innere Stimme, Halt, geh nicht. Komm wieder zurück, wo es sicher ist. Doch dann dachte sie, sei nicht albern. Sie hat ihn danach nie wieder gesehen. Danny Joes Hände und Füße sind mit einem Seil zusammengebunden. In seine Brust ist ein sternförmiges Muster geschmitten. Erneut gibt es kein Anzeichen auf sexuellen Missbrauch. Um eine genauere Vorstellung vom Täter zu bekommen, wenden sich die Ermittler in solchen Fällen an Profiler, die in Deutschland auch Fallanalytiker genannt werden. Fallanalytiker werden in erster Linie in solchen Fällen eingesetzt, wo herkömmliche kriminalistische Ermittlungsmethoden keinen Erfolg versprechen. Dies ist insbesondere bei solchen Fällen der Fall, wo zwischen Täter und Opfer keine nachvollziehbare soziale Beziehung besteht. In erster Linie geht es natürlich darum, kriminalpsychologisch bedeutsames Täterverhalten zu analysieren. Dies ist insbesondere bei Tötungsdelikten, Sexualstraftaten, aber auch bei Erpressungstatbeständen der Fall. Robert Ressler ist Profiler und soll ein psychologisches Profil des Täters erstellen. Wir hatten einen Beißer, ein Individuum, das seine Opfer biss und das Fleisch ausschnitt, um der Polizei keine Beweise zu hinterlassen. Ressler hat in seiner Laufbahn schon hunderte von Tatorten gesehen und ein paar der bekanntesten Serienmörder verhört. Darunter sind John Wayne Gacy und Jeffrey Dahmer. Obwohl es bei den Morden nicht zum Missbrauch gekommen ist, glaubt Ressler dennoch an sexuelle Motive. Ich habe das Opfer gesehen und wie seine Hände und Füße zusammengebunden waren. Der Mund war mit einem Stück Tape zugeklebt. Ich denke, der Mörder wollte seine Fantasien umsetzen. Die haben ihn zu diesem Verbrechen getrieben. Insbesondere sadistisch oder fetischistisch veranlagte Serienmörder neigen dazu, durch bestimmte Tathandlungssequenzen, die rituellen Charakter haben, ein bestimmtes Tatmuster zu zelebrieren, das sie dann als Serientäter kennzeichnet. Da die Leiche direkt an der Straße gefunden wird, vermutet Ressler, dass der Mörder eine schwache Person ist. Er hätte die Leiche des Jungen sonst weiter ins Feld gebracht. Der Fundort verrät Ressler, dass der Mörder unerfahren ist. Die Tatsache, dass das Opfer direkt an der Straße lag, deutete für mich darauf hin, dass der Mörder in Panik war und die Leiche schnell loswerden wollte. Er wollte nicht mit ihr im Auto ertappt werden. Doch er kannte die Gegend nicht gut genug, um es richtig zu machen. Möglich, dass er zum ersten Mal in dieser Gegend gemordet hat. Das Seil, mit dem Danny Joe gefesselt wurde, weckt das Interesse der Ermittler. Sie schicken es in das FBI-Hauptquartier nach Washington, D.C. FBI-Agent Wayne Oaks führt die Untersuchung durch. So ein Seil hatte ich noch nie gesehen. Keiner der Techniker im Labor, die seit vielen Jahren tagtäglich mit Seilen arbeiten, hat mir ein solches gesehen. Äußerlich besteht das Seil aus gewöhnlich weißem Nylon. Doch der innere Kern ist ungewöhnlich. Er besteht aus 24 Fasetypen und 106 unterschiedlich gefärbten Fäden. Die Zusammensetzung aus Polyester, Nylon, Kunstseide, Acryl, Polyethylen, Wolle und Baumwolle macht das Seil einzigartig. Oaks bringt das Seil zum National Cordage Institute, dem Unternehmerverband aller Seilhersteller der USA. Doch auch die dortigen Experten haben solch ein Seil noch nie gesehen. Vom Institut werden Fotos an alle Hersteller in den USA gesendet. Keiner hatte je ein solches Seil gesehen und niemand hatte sowas hergestellt. Dann haben wir durch FBI-Beamte aus den Botschaften mögliche Hersteller in Übersee überprüft. Wir haben den Beamten Bilder und eine technische Beschreibung von dem Seil zukommen lassen und sie gebeten, die Hersteller in diesen Ländern zu befragen. Doch alle Versuche bleiben ohne Erfolg. Zurück in Bellevue. Trotz intensiver Suche nach dem Mörder hat die Polizei alle Eltern aufgefordert, ein wachsames Auge auf ihre Kinder zu haben. Den Leuten widerstrebte es, die Kinder rodeln, Schlittschuhlaufen oder sonstige Aktivitäten machen zu lassen. Kinder wurden in Einkaufszentren speziell überwacht. Die Eltern haben den Kindern aus Sicherheitsgründen sehr wenig Freiheit gewährt. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen wiederholt sich das Unvorstellbare. Der 12-jährige Christopher Walden wird auf dem Weg zur Schule entführt. Es passierte wieder in Bellevue, acht Häuserblocks von seinem Zuhause entfernt, an einer Kreuzung. Ein junger Mann hielt an, hat ihn in sein Auto gezwungen und ist einfach mit ihm weggefahren. Bei Temperaturen unter 0 Grad sucht die Polizei nach dem vermissten Jungen. Nach nur drei Tagen finden Fasan-Jäger eine mit Schnee bedeckte Leiche. Es ist der gefrorene Körper von Christopher Walden. Der Fundort ist in der Region, in der auch Danny Joe Eberle gefunden wurde. Christopher wurde erstochen und sein Körper trägt ein sternförmiges Schnittmuster. Zwei Paar Schuhabdrücke führen in den Wald, in dem Christopher Waldens Leiche gefunden wird. Nur ein Paar verlässt den Tatort. Indiz, dass es sich um einen Einzeltäter handelt. Das sternförmige Schnittmuster verrät, dass auch diese Tat vom Mörder ist, der Danny Joe Eberle drei Monate zuvor umgebracht hat. Zeugen haben Christopher Walden mit einem ungefähr 20-jährigen Mann in der Nähe der Schule gesehen. Anhand von Beschreibungen erstellt die Polizei ein Phantombild, das an Zeitungen und lokale Fernsehsender verteilt wird. Auch Robert Ressler verfeinert sein Profil des Mörders anhand der Informationen vom zweiten Mordfall. Ich vermutete, dass dieser Mann aufgrund seiner Zuneigung für junge Männer und deren Anziehungskraft auf ihn in Aktivitäten mit Jugendlichen involviert ist. Als Fußball- oder Baseballtrainer oder als Pfadfinder. Da der Mörder die Bisswunden an den Leichen zu verbergen versucht, vermuten die Ermittler, dass er Polizei- und Detektivmagazine liest. In solchen Publikationen ist der Vergleich von Bisswunden mit Zahnabdrücken eines Verdächtigen oft Thema. Ressler glaubt nicht, dass sich der Mörder in der Gegend gut auskennt. Alle Leichen lagen an Stellen, an denen sie leicht entdeckt werden konnten. Und der Profiler vermutet, dass der Mörder auf dem nahegelegenen Luftwaffenstützpunkt arbeiten könnte. Sollte das zutreffen, übt er dort eine niedere Tätigkeit aus und hat trotz einiger Intelligenz keine höhere Ausbildung. Die Polizei verhört eine Spaziergängerin, die in der Nähe der Kreuzung war, als Christopher Walden entführt wurde. Sie glaubt, die Entführung gesehen zu haben, ist sich aber nicht sicher. Die Beamten bitten die Zeugen, sich unter Hypnose setzen zu lassen. Hypnose kann Zeugen helfen, sich an Einzelheiten zu erinnern, die im Normalzustand nicht abrufbar sind. Allerdings sind solche Erinnerungen als Beweis vor Gericht nicht zulässig. Als sie unter Hypnose war, erinnerte sie sich an etwas, das sie sehr erschreckt hat. Alles wurde ihr klar. Sie hatte gesehen, wie Christopher Walden entführt wurde. Sie sagt aus, Christopher Walden mit einem ungefähr gleich großen Mann gesehen zu haben. Ein braunes Auto verließ die Szenerie. Sein Kennzeichen begann mit dem Buchstaben R, gefolgt von einer Zahlenkombination. Sheriff Patrick Thomas fordert den Mörder während einer Pressekonferenz heraus. Ich glaube, die verantwortliche Person für die Taten ist krank, ohne Rückgrat und feige. Und ich würde ihm dringend raten, einen Geistlichen, einen Priester oder mich anzurufen. Es gab hinterher viele Meinungen. Einige waren der Auffassung, es war vielleicht nicht richtig, was auch immer. Ich hoffte, auf diese Weise zu erfahren, wie er ist. Ich wusste, dass er sich die Nachrichten im Fernsehen ansieht und uns beobachtet. Das gehört zu seinem Profil, zu seiner Vorgehensweise. Ich hoffte, dass er vielleicht einen Fehler macht. Und das klappt tatsächlich. Barbara Weaver ist eine Frau aus der Gegend. Sie erzählt Freunden, sie habe für die Ergreifung des Serienmörders gebetet. In ihren Gebeten bietet sie in jeder Form ihre Hilfe an. Barbara Weaver arbeitet in einer Kindertagesstätte und bereitet morgens in aller Frühe das Klassenzimmer vor. Beim Blick aus dem Fenster bemerkt sie ein unbekanntes Auto. Der Fahrer trägt eine Skimütze und sieht dem Mann vom Phantombild aus dem Fernsehen sehr ähnlich. Als sie sich das Kennzeichen notiert, kommt der Mann plötzlich ins Klassenzimmer. Er droht sie zu töten und zückt ein Messer. Mrs. Weaver kann jedoch ins Nachbarhaus des Pfarrers flüchten. Von dort ruft sie die Polizei. Sie kam an das Haus des Pfarrers und war völlig hysterisch. Niemand konnte sie beruhigen. Sie sagte nur, er ist es, er ist es. Das ist der Kerl, der die Jungs ermordet hat. Sie notierte als erstes ein Kennzeichen, eine kluge Frau. Und als sie das Auto sieht, ist ihr erster Gedanke, sieht aus wie das Auto dieses Mörders. Der Fall war in Jedemannsbewusstsein. Das war der größte Fall, den sie je in Nebraska hatten. Anhand des Nummernschilds ermittelt die Polizei einen 19-jährigen Mann vom Luftwaffenstützpunkt Offit. Sein Name ist John Joubert. Joubert arbeitet als Wartungsmonteur bei einer Radareinheit und ist stellvertretender Pfadfinderführer einer ortsansässigen Gruppe. Er streitet ab, etwas mit den beiden Mordfällen zu tun zu haben. Doch es gibt einen interessanten Zufall. Ein Jahr zuvor, genau zu dem Zeitpunkt, als Ricky Stetson ermordet wurde, hat Joubert in Portland gelebt. Als John Joubert zu den Morden an Danny Joe Eberle und Christopher Walden verhört wird, hat er nicht viel zu sagen. Doch er passt auf das FBI-Profil des Mörders. Er ist 19 Jahre alt, nicht sehr gebildet und Pfadfinder. In Jouberts Spind auf dem Luftwaffenstützpunkt werden Softpornos und Detektivzeitschriften gefunden. Doch was die Polizei in seinem Auto findet, ist noch interessanter. Im Fußraum der Beifahrerseite liegt braunes Kopfhaar kaukasischer Rasse, das zur Analyse ins FBI-Labor geschickt wird. Mikroskopisch gesehen waren die Haare von der Untersuchung aus dem Fahrzeug mit denen des Opfers identisch. In meinem Bericht habe ich darauf hingewiesen, dass die gefundenen Haare mit den Kopfhaaren von Danny Joe Eberle übereinstimmen. Zusätzlich finden die Ermittler ein Messer und eine Rolle Klebeband. Und in Jouberts Auto befindet sich ein Stück Seil. Auf den ersten Blick wirkt es wie ein gewöhnliches Nylonseil, das zu Tausenden verkauft wird. Doch im Inneren des Seils wartet eine Überraschung. Der Kern des Seils war einzigartig mit seinen 106 verschiedenen Fasern. Jede einzelne Faser wurde unter dem Mikroskop untersucht und deren Gattung bestimmt. Ich wollte sicher gehen, dass die Fasern die gleiche Farbe, Zusammensetzung, den gleichen Durchmesser und Querschnitt haben. Die Acetate sollten mit den Acetaten übereinstimmen und die Polyethylene mit den Polyethylenen. Sie waren in jeder Hinsicht identisch, sowohl mikroskopisch als auch bei chemischen Tests. Es gab keinen Unterschied zwischen den beiden Stricken. Joubert wusste nicht, dass der Strick so selten ist, denn er hatte das Seil mehrere Jahre zuvor als Pfadfinder bekommen. Als er mit allen Beweisen konfrontiert wird, gesteht er. Er sagte, ich möchte zuerst über den zweiten Jungen reden, weil die Erinnerung frischer ist. Während unserer Befragung erzählte er uns, wie er sie entführt und ermordet hat. Fakten, die nur der Mörder wissen konnte. Der forensische Odontologe Dr. Lowell Levine soll feststellen, ob die Bissspuren an der Leiche Ricky Statsons von John Joubert stammen. Joubert hat ungewöhnliche Zähne. Einige Eckzähne sind spitz und stehen nach außen, andere stehen nach innen und sind durcheinander. Der Traum eines jeden Zahnarztes. Er war nie beim Zahnarzt und deshalb waren diese Zähne sehr brauchbar für unseren Vergleich. Auffällig ist neben den spitzen Eckzähnen auch ein nach innen gewachsener Schneidezahn. Die mittleren Schneidezähne sind nach außen gekrümmt, wodurch einzigartige Bissabdrücke entstehen. Trotz des Versuchs, die Bisswunden mit Messerschnitten zu verschleiern, stellt Dr. Levine fest, dass sie von John Joubert stammen. Wir wussten, dass dort Bisswunden waren und Fleisch herausgeschnitten wurde. Wir wissen nicht, was mit dem Fleisch geschehen ist. Joubert sprach nicht darüber. Kannibalismus kann ich nur vermuten. Joubert gesteht, der Oakdale-Slasher zu sein. Angriffe wie auf Michael Whitham seien eine Art Training für die nachfolgenden Morde gewesen. Nach der Tötung von Danny Joe Eberle geht Joubert zu McDonalds. Dort wäscht er seine blutigen Hände und bestellt Frühstück. Des Weiteren sagt Joubert aus, er habe nach der Ermordung von Christopher Walden an einem Treffen der Pfadfinder teilgenommen. Bei diesem Treffen seien die Entführungen Thema gewesen. Jungs, solange ihr euch untereinander beobachtet, müsst ihr keine Bedenken haben. Nach 116 Tagen und einer der intensivsten Großfahndungen haben die Ermittler von Bellevue und Portland endlich ihren Mörder. In Portland wird Joubert für den Mord an Ricky Stetson zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt. In Bellevue, Nebraska bekommt er für den Mord an Danny Joe Eberle und Christopher Walden die Todesstrafe. Ich fragte ihn, ob er diese Jungs nicht leiden konnte. Er antwortete, wie kann ich sie nicht mögen? Ich kannte sie doch gar nicht. Bis heute weiß niemand, warum John Joubert gemordet hat. Ich erinnere mich, ihn gefragt zu haben, was wäre, wenn ich ihn heute aus dem Gefängnis entlassen würde, ob er gelernt hätte und so etwas nie wieder tun würde. Er behauptete selbst schon vor einiger Zeit darüber nachgedacht zu haben und sagte, nein, nein, ich glaube nicht, dass ich es lassen kann. Ich fragte, meinst du damit, dass du wieder kleine Jungs töten würdest? Ja, wahrscheinlich. Ich würde es wahrscheinlich wieder tun, sagte er. Der Journalist Mark Pettit hat John Joubert anlässlich seines Buches A Need to Kill, das Bedürfnis zu töten, interviewt. Ich habe ihn direkt gefragt, warum er es getan hat. Und er sagte, ich kann Ihnen nur sagen, dass ich einfach das Bedürfnis hatte, zu töten. Das schockierte mich. Deshalb habe ich mein Buch A Need to Kill genannt. Denn es steckte schon früh in ihm. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis er zum Mörder wurde. Am 17. Juli 1996 wird John Joubert durch den elektrischen Stuhl hingerichtet.